Die Story ist halt ultra geil. Und ich glaube, ich nenne auch jedes Mal, wenn wir dieses Spiel einmal im Jahr durchzocken, nenne ich, glaube ich, den Titel jedes Mal bessere Story als die von Jurassic World. Und ich bleibe dabei, dass dieses Game hier wäre wahrscheinlich sogar die beste Fortsetzung zu Jurassic Park 1 gewesen, die wir bekommen hätten können. So, dass The Lost World wäre dann quasi der dritte Teil und das wäre eigentlich der perfekte zweite Teil gewesen. Denn hier geht es nämlich darum, dass wir eine junge Frau spielen, wo ich noch gar nicht mal so wirklich drauf eingehen will, was die für eine Background-Story hat. Die ist auch noch sehr interessant. Und die ist auf jeden Fall auf der Suche nach der Rasierschaumdose von Dennis Nedry. Und das Spiel spielt tatsächlich, jetzt Ohrenspitzen für alle, die Bock haben auf Jurassic Park Survival, im selben Zeitraum, wie auch Jurassic Park Survival angesetzt ist. Nämlich direkt nach den Ereignissen von Jurassic Park 1, beziehungsweise auch noch zum Teil während der Ereignisse von Jurassic Park 1. Und bevor die Frage auftaucht, nein, das Game ist nicht Kanon. Das war noch nie Kanon, das ist alles frei erfunden. Das hier ist quasi eine Was-wäre-wenn-Geschichte. Was wäre, wenn die Rasierschaumdose in Jurassic Park nochmal eine Rolle gespielt hätte. Dann wäre das bei rausgekommen. Und ja, Jurassic Park The Game passt tatsächlich in die Geschichte mit rein. Wenn wir sagen, dass Jurassic World nie existiert hätte, dann kann man das mit reinnehmen. Aber durch Jurassic World wurde das Ganze natürlich, ähm, ja, noch mehr in den Legacy-Bereichen, in den Nicht-Kanon-Bereichen manövriert als davor. Auf geht's! Das ist jetzt zum Beispiel auch so eine Passage. Das kann schon dafür sorgen, dass YouTube einfach sagt, ey, Urheberrecht. Ähm, weil das eben dieser Anfangssound ist von Jurassic Park. Deswegen quatschen wir da einfach fleißig drüber und hoffen, dass das Ganze nicht in die Fänge von YouTube gerät. Jurassic Park. Dann beginnen wir die ganze Geschichte mal. Wird eine ultrageile Story, wer es noch nicht kennt ohne Scheiß, ist eine der geilsten Jurassic-Geschichten, die es da draußen wirklich gibt. Nach Jurassic Park 1. Okay. Ähm. Kann ich auch mit W, A und S steuern, das wäre halt echt geil. Das funktioniert sehr gut, okay. Und ja, ihr bekommt noch mit, was hier gerade passiert, keine Sorge. Das Ganze startet so ein bisschen konfus am Anfang, aber das wird gleich noch, äh, gleich noch aufgelöst werden. Keine Sorge. Oskar, bester Mann ohne Scheiß. Oskar ist der Mann des Spiels. Wenn Oskar eines Tages Kanon wird, dann wird er wahrscheinlich auch mit einem T-Rex in den Ring steigen. Oh Gott, das war schon wieder fast sehr knapp. Oh Gott, das war schon wieder fast sehr knapp. Also, ich glaube, das war schon wieder fast. Und bis dann der Befehl, der Befehl zu meinem Gehirn durchgedrungen ist, das dauert Ewigkeiten. Ähm. Hier müssen wir den Kreis in die Mitte kriegen. Okay. Und jetzt müssen wir sehr wahrscheinlich, äh, sehr wahrscheinlich so schnell flüchten, wie es irgendwie möglich ist. Ich habe, ich habe aber rechtzeitig dran, ich bitte euch. Und diese kleinen Mistviecher, die ihr jetzt hier gerade seht, die werden auch nochmal ganz wichtig für die Story werden. Das sind die widerlichsten Drecksviecher, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, nach dem Stigimorloch. Das war schon wieder extrem... Oh, ja, kannst du nicht schaffen, okay. Ich hätte einfach fast Gold gehabt, wenn ich nicht diese eine Entscheidung falsch gedrückt hätte. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Denkst du, Oscar hat eine Chance gegen einen Predator? Die Frage ist, glaubst du, ein Predator hat Chance gegen Oscar? Das ist die richtige Frage. Für diese Frage wirst du ausgelacht, weil sie dämlich ist. Es gibt ja Legenden, die besagen, dass wenn Oscar in Jurassic World 2 am Start gewesen wäre, hätte er einfach mit der Faust den Vulkan verstopft, dass er nicht ausgebrochen wäre. Was hast du mit dem Stiggy? Schau dir mal gerne mein Let's Play an zu Jurassic Park Warpatch. Das habe ich hier auch komplett durchgezockt in zwei Parts. Ist so ein Tekken-ähnliches Spiel nur halt mit Jurassic Park-Figuren. Da ist die Antwort auf die Frage, warum ich dieses Drecksvieh hasse. Deine Triceratöpse. Und ihr merkt auch, das Spiel läuft nicht ganz flüssig. Das liegt aber nicht an meinem Rechner tatsächlich. Das liegt wirklich am Game. Das hatten sie damals bei The Walking Dead auch besser hinbekommen. Das ist hier... Dann beginnen wir erst mal mit der ganzen Geschichte. Wen wir übrigens gerade spielen. Einmal spielen wir Dr. Harding und das hier ist seine Tochter, nicht Sarah Harding, sondern Jessica Harding. Wenn ihr euch jetzt fragt, haben die was mit Sarah Harding aus Jurassic Park 2 zu tun? Wir haben keine Kosten gescheut. Ist die Antwort ja. Das sind Papa und Schwester von Sarah Harding. Im Endeffekt. Hey, ein Dinosaurier schüttelt den Baum. Ach, vergiss es. Nur ein paar Vögel. Wir als Spiele mit so einer Scheiß-Grafik einfach mehr Spaß machen als Grafikbrei. Ja, aber das liegt auch mehr daran, glaube ich, dass viele Spiele den Fokus eher auf Grafik legen anstatt auf das Gameplay selber. Deswegen, ich bin immer noch der Meinung auch, dass Nintendo, auch wenn ich es sau wenig halt zocke, weil es da kein Jurassic-Content drauf gibt, Nintendo macht es irgendwie besser, finde ich, als Playstation und auch als Xbox. Diese ganzen Nintendo-Games sind jetzt keine krassen Grafik-Kracher, aber sie machen einfach Spaß. Das ist viel wichtiger. Ich sehe einen... Oh, egal. Nur einen Felsen. Ich sehe einen Felsen. Ein Felsen, der zufälligerweise wie ein Treceratops aussieht. Was ist das für eine gelbe Blume? Sieht aus wie Mams Paradies-Vogelblume, nur irgendwie gesünder. Es ist Heliconia. Wir haben sie zur Verschönerung vom Festland hergebracht. Und die Mutter von Sarah Connor hat man, glaube ich, auch nie irgendwie mal erlebt, ne? Ja, Sarah Connor. Von Sarah Harding. Sarah Connor ist die von Terminator. Naja. Gute Story immer als guter Look, finde ich auch, ey. Hundertprozentig. Und das Gameplay muss natürlich auch passen. Das muss alles funktionieren. Da ist ein Haufen braunes Zeug. Ist das... Wahrscheinlich. Und das würde vielleicht heißen, dass dort ein Dinosaurier ist. Ich glaube eher zehn. Da haben wir einen Haufen Dino-Code schon mal gesehen. Hier haben wir auch dann das... die Hege an der Seite. Und ihr merkt schon, das Game, das führt uns so relativ schnell eigentlich in verschiedene... Spielpunkte ran. Gerade der Anfang ist eigentlich relativ krass, wenn man das noch nie im Leben gezockt hat, dass man dann wirklich wegrennen muss. Du musst schnell die Buttons alle drücken. Ich glaube, du kannst am Anfang aber gar nicht sterben. Du kannst eben nur die Medaillen nicht gewinnen. Und jetzt starten wir eher gemächlicher da rein in die ganze Nummer, ne? mit so ein bisschen Point-and-Click-Such-Action. Was ist denn das da für ein Such-Action? Auch ein geiler Begriff. Such-Gameplay. Ja, wir halten sie in meinen Schuss, weißt du? Ihr habt ja hier mehr Blumen als Dinosaurier. Ja, aber es sind schöne Blumen, stimmt's? Wäre es nicht, ähm, lehrreich, wenn ich noch ein paar Tage hier bliebe? Weißt du, deine Mom könnte dich vermissen. Machst du Witze? Sie wäre total glücklich. Ach komm schon, und das wäre sie nicht. Doch, das wäre sie. Das ist die beste Szene mit dem Unterwasser, ähm, mit der Unterwasser-Action, ja. Die kommt aber erst relativ spät ran. Was wirst du ankündigen, wenn auf eurem Podcast was Neues kommt? Die Podcasts, ach so, ja. Äh, die Podcasts sind aktuell, die kommen schon ähm, recht regelmäßig eigentlich online, allerdings sind die aktuell nur für, äh, Mitglieder freigeschaltet. Ich hab noch keinen, noch keinen Podcast-Kanal aufgemacht. Also nicht sowas wie Spotify oder irgendwie so ein Kram. So, was suchen wir eigentlich? Den Triceratops suchen wir. Das war's gewesen. Was wir jetzt machen müssen, ist ranzoomen. Was das Game mir eben gerade erklärt hat, aber ich hab nicht aufgepasst. Moment. Nach Fußspuren suchen. Da unten haben wir welche, da haben wir nur den Stein. Das hier könnten welche sein, da muss ich aber, glaube ich, für ranzoomen. Moment. Tastaturspielen ist immer so eine kleine Qual für mich. Es geht noch nicht ums Ranzoomen tatsächlich. Sollen wir zuerst die Fußspuren finden. Na gut. Das war aber der Haufen, der Haufen gewesen. Das ist echt groß. Da haben wir sie doch. Da haben wir auch schon den Bobbes von so einem Tier. Und weg ist er. Sie ist gerade weggelaufen. Es ist ein Weibchen. Wo ist sie hingelaufen? Der für der Triceratops. Das geht schon, Herr Harding. Hier haben wir noch die Gehege an der Seite. Die netten Dinosaurier eingesperrt. Das ist sicherer für Sie und auch für uns. Pflanzenfresser können sehr gefährlich sein. Pass auch den Bruto auf, das männliche Alpha Männchen von dem Triceratops Triceratops. Der ist so riesig. Ist das der, der später kommt beim T-Rex? Wir spoilern jetzt übrigens beim Zocken mal so ein bisschen, wenn wir drüber quatschen wollen. um diese Pflanze. Ähm. Triceratops sind große Freunde von Bananenblättern. Sicher sind sie ganz in der Nähe. Wir zocken das Game jetzt jedes Jahr durch und ist das schon in Ordnung so. Na komm her. Da haben wir auch noch mal ein paar Fußspuren und da unten auch das schöne Jurassic Park Auto. Geil. Du bist auf der richtigen Spur. Ich werde als nächstes Predator Upgrade gucken. Du bist gerade voll im Alien Predator Fieber drin. Da haben wir unser schönes Auto. Da unten ist ein Auto. Sicher, Hammonds Besucher. Er hat ein paar wichtige Paläontologen in den Park eingeladen. Die können bestimmt Dinosaurier aus der Nähe sehen. Da haben wir es doch schon. Das hier ist also ein Auto mit dem Grant und Co. abgeholt wurden oder noch abgeholt werden. Irgend so was. Cool, das Game habe ich erst zuletzt vor zehn Jahren gespielt. Viel Spaß beim Zocken. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe es letztes Jahr das letzte Mal gespielt. Wir zocken das einmal auf dem Hauptkanal eigentlich durch im Jahr. Aber ich stelle mich auch immer wieder neu blöd an. Also ist es quasi immer wie frisch. Okay, ich sehe sie. Warte, da ist ein ganzer Haufen. Oh, krass. Sie kämpfen. Das wollte ich unbedingt sehen. Eigentlich ist es eher Dominanzverhalten als Kampf. Weißt du noch, wie Petschie auf eure Welpen reagiert hat? So ist es auch mit Lady Margaret und dem jungen Tricera-Kaps. Ernsthaft? Lady Margaret? Das nennen wir Alpha-Tier. Siehst du die Haune? Die sind über einen Meter lang. Das ist so der klassische Kampf, gell? T-Rex gegen Tricera-Tops. Und wir haben es in keinem einzigen Jurassic Park oder World-Film gesehen. T-Rex gegen Tricera-Tops. Echt schon? Dafür gibt es dieses Spiel. Und denk dran, das Boot fährt heute Abend. Ich hab gar nichts zum Packen. Ich bin praktisch erst angekommen. Wenigstens hast du ein paar Tricera-Tops kämpfen sehen. Eigentlich war das eher Dominanzverhalten. Besser wisser. Und Jessica ist auch wirklich eine Kinderfigur, die nicht nervt. Außer einmal. Wo sie meint, sie muss anfangen zu rauchen und so einen mentalen Breakdown kriegt. Passiert wirklich in dem Spiel später. Aber ansonsten finde ich die eigentlich ganz cool. Jetzt wird's interessant. Hab ich doch gesagt, Nedry ist nicht hier. Der fette Mistkerl steckt sich an einer Tür fest. Nedry wird uns nicht hintergehen, dafür kriegt er zu viel Geld. Nein, sie kennt ihren Namen nicht. Sie weiß nichts, was sie nicht wissen muss. Glauben Sie, das spielt eine Rolle? Hey Sie, raten Sie mal, wer dran ist. Dodgson, hier ist Dodgson. Es ist ihr egal. Kommen Sie, meine Kontaktperson wird jeden Moment hier sein. Ja. Wir sind jetzt wirklich hier auf der Seite der Person, die Dennis Nedry eigentlich von der Insel wegbringen sollte. Wo er nie angekommen ist, dummerweise. Das ist nämlich er hier tatsächlich. Er hier ist die Person, die sagt, aber ohne Garantie. Wenn ihr wisst, wer nicht meine. Und sie ist einfach auch mit dabei. Das ist jetzt der Moment, wo wir in dem Spiel ansetzen. Der Moment, in dem Dennis Nedry jetzt in dem Augenblick gerade den Park zum Untergang führt. Im Endeffekt. So geil. Okay. Ich muss den Twitch-Chat mal im Auge behalten. Apropos Fatshaming. Ich habe mir die Hörbücher zu den Originalbüchern angehört. Abe, du wirst so lachen. Ich wollte eigentlich heute noch eine Buchbesprechung hochladen. Die ist fertig. Die kommt aber morgen zum nächsten Kapitel, wo es um diese Rundtour geht. Wo die auch alles erfahren, wie geklont wird und so ein Kram. Und da habe ich genau dasselbe gesagt wie du. Achtung, Fatshaming hier in dem Kapitel. Dennis Nedry wird immer so erwähnt mit dem Zusatz der Fettsack. Immer. Also jedes Mal. Es wird nicht irgendwie einfach in dem Buch geschrieben, ja, da drüben hat dann Dennis Nedry das und das gemacht. Da steht irgendwie immer dann drin, Dennis Nedry läuft die Treppe hoch. Die fette Sau. Das ist die ganze Zeit so in diesem Buch. Das denke ich mir gerade nicht aus. Werdet ihr morgen sehen im Video. Ist kritisch in der heutigen Zeit, ne? Wie sagt man, problematisch ist dieses Buch? Ich würde es canceln, ganz ehrlich. Okay. Wir gehen zuallererst mal auf die Rasiersaumdose, würde ich sagen. Oder wir hinterfragen, warum er bei Ingen ist. Auch eine interessante Frage im Endeffekt. weiß ich Ihnen, dass Sie die Jacke geklaut haben? Verdeckte Operation muss mich anpassen. Oder auch nicht, okay. Ja, und was ist mit mir? Sie folgen mir einfach. Was ist auf dem Foto? Das? Das hier wird uns beide reich machen. Deswegen sind wir hier. Sack es. Rasiersaum, richtig. Rasiersaum. Ja, die schreiben ja auch im Buch nicht einfach nur Dennis Nettry, der Fettsack. Die schreiben ja auch sowas wie der ekelhaft verschwitzte Fettsack oder sowas. Also die machen den richtig runter. Stell dir mal vor, du bewirbst dich für den Film genau für diesen Cast, weil du dir einfach denkst, da sehe ich mich. Ich würde es auch machen. Neuer Dialog verfügbar. Mit Miles zu reden, wählen sie das Symbol unten rechts in der Ecke. Das machen wir doch glatt. So, das sind immer wir. Das ist am Anfang auch so ein bisschen kompliziert, weil ich dachte am Anfang, dass wir jetzt er sind, der mit ihr spricht, weil ihr Bild hier unten drunter ist. Nein, wir spielen jetzt sie und sprechen mit ihm und können jetzt verschiedene Sachen ansprechen. Und natürlich sprechen wir zuallererst an die Rasiersaumdose. hat ihr Rasiersaum kein Verfallsdatum? Keine Sorge. Es kann gut sein, dass Nedry im letzten Moment sich bitte auf das Schiff. Wir legen in Kürze ab. Verdammter... Okay, ich schätze, wir müssen ihn suchen. Wenn jemand anhält, zeigen Sie diesen... Wo ist das Problem? Wir brauchen Zutrittskarten. Verdammt, Dodgson. Ich muss einen Idioten anrufen. Passen Sie auf, dass sie niemand sieht. Ohne die Zutrittskarten sind wir aufgeschmissen. Vielleicht nochmal ganz kurz einen kleinen Hink geben, warum Ihre Figur so ultra interessant ist. Wir wissen ja, dass John Hammond bei der Erstellung des Jurassic Park Ureinwohner von der Isla Sorna und auch von der Isla Nublar umsiedeln musste. Das ist wichtig für Sie. Und ich finde die Idee einfach geil, das mit einzubauen. Auf das Symbol in der unteren linken... Was ist mit dem Deutsch hier los? Moment. Auf das Symbol in der unteren linken klicken. Da fehlt das Wort Ecke, oder? Um die verschiedenen Schauplätze des Ortes zu untersuchen. Wir klicken mal auf die untere linke, komm. Okay. Zuallererst gehen wir mal hier hin und gucken, dass wir irgendwie herausfinden, wie wir an der Wache hier vorbeikommen. Ohne, dass wir gesehen werden. Für Herrn Crichton war es scheißegal, ja. Für den war das wirklich scheißegal, das stimmt schon. Ähm, lasst uns mal unauffällig hier rein spähen und gucken. Ich meine, ich erinnere mich noch dran, was wir jetzt machen müssen. Ich bin mir fast sicher. So, das Telefon muss sie wahrnehmen. Schuppenkontakt, bla bla bla. Mussten wir uns eigentlich Zahlen in dem Spiel hier merken? Oder hat sie das automatisch gespeichert? Ich glaube, wir mussten das selber merken, gell? Das könnte sehr belastend werden, weil ich bin Zahlen-Legastheniker. Und da kommen wir jetzt nicht dran. Genau so ist das Ding. Weil er guckt ja in die Richtung, ne? Also. Wir haben jetzt ein Telefon hinter ihm und wir müssen dafür sorgen, dass er wegguckt, damit wir da dran können. Das war's gewesen. Was machen wir jetzt also? Wir gehen zu Mr. Rassiershaumdose. Macht sie automatisch merken, echt? Okay, ich dachte, wir müssen es selber merken. Rufen sie die Wache an. Auf die Insel schleichen ist, glaube ich, eine beschissene Idee. Und da meine ich jetzt auch hier der große Unterschied zu den Telltale-Spielen von The Walking Dead. Das hier hätte jetzt zum Beispiel eine Option sein können mit auf die Insel schleichen, die einfach nicht clever wäre, weil er uns dann dabei entdecken würde und dann könnte man quasi eine alternative Zeitlinie freischalten. Das geht in dem Game aber nicht. Jede falsche Antwort, die ihr jetzt hier gebt, führt am Ende nur dazu, dass am Ende die hier noch übrig ist. Und das finde ich ein bisschen schade. Da haben sie diese Option nicht wirklich ausgenutzt. Ja. Moinsen, Moinsen, zurück. Ich bleibe hier. Das wird nichts. No, Babosso. Ich bezaffe uns die Zutrittskarte. Du, das soll ich ihm sagen. Halten Sie ihn am Reden. Ich würde ihn einfach... Ja, ich bin von der Buchhaltung. Wir haben einige Daten verlegt und sitzen jetzt ein wenig in der Klemme. Ich wollte ein paar Informationen von Ihnen. Sehr gut macht er das. Sehr gut. Gehen wir gleich mal darüber und klären die Situation. Wir brauchen nur unsere Besucherausweise. Ich bin nur eingesprungen, weil hier... Ja, aber warten Sie. Da ist noch eine... Hey! Ich dachte, Sie... Oh. Okay, das war gut, aber... Ach was, die Option gibt's auch ihm eine aufs Maul hauen? Ich gebe also die... In Köln dort nicht landen. Kommt das jetzt? Äh, hi. Nee. Ja, schön für Sie. Aber das ist eine Sturm-Evakuierung. Nur das unentbehrliche Personal bleibt auf der Insel. Sie müssen auf das Boot. Ja, ich meine, ich... Ich habe ein paar... Die haut ihm einfach eine aufs Maul, oder? Mit wem sind Sie hier? Ich, äh... Ich gehöre zu Ihnen. Ich bin neu. Was ist mit ihr? Sie, äh... Gehört... zum Wartungsteam. Na los, sagen Sie's ihm. Achso, nee, okay. Jetzt haben wir noch mal die Option, aber... Egal, was ich jetzt mache, es hat keine Auswirkungen. Das meine ich. Ob ich ihm aufs Maul haue oder eben nicht, es hat keine Auswirkungen auf später. Das meine ich damit. Das ist einfach egal. Kann ich Ihnen nicht sagen... Mechanikerin, Kammerjägerin... Wir sind mal Kammerjägerin, würde ich sagen. Was saublöd ist in dem Park. Lass uns mal die Mechanikerin sein. Ich repariere Dinge. In diesem Sturm? Was noch reparieren Sie? Strom. Und Docks. Und Zäune. Elektrik. Alles davon. Elektrik. Ihnen muss doch auffallen, dass gerade alle Zäune lahmgelegt werden. Sie dämlicher Idiot. Bleiben Sie kurz hier stehen. Ich muss jemanden anrufen, um Ihre Zutrittskarten zu prüfen. Ist das wirklich nötig? Ich mag solchen Unfug nicht. Klatsch ihm eine. Komm, machen wir Schluss. Es reicht. Es reicht. Gehen wir rein. Vielleicht sind Sie Ihren Lohn am Ende doch nicht wert. Sie hat uns beide gerade reingebracht. Also, sie hat schon schlagfertige Argumente gehabt. Immerhin lässt der Regen nach. Oh nein, jetzt kommt diese Sache mit dem durch den Dschungel durchschlagen. Stimmt, der Chadwick, der weiß ja noch gar nicht, was hier abgeht. Der weiß nur, dass er die Rasierschaumdose entgegennehmen soll. Der weiß aber nicht, was da drin ist. Tatsächlich. Krass. Ja, okay. Ups, zu spät. Der Dschungel ist hier sehr dicht. Ich sag ja, meine Augen, bis zu meinem Gehirn kommt diese Befehle. Hier ist da meistens Feierabend schon. schon wieder Gold verkackt. Sehr gut. Der Typ ist ja nur am Jammern. Ja, wir haben hier wirklich einen jammernden erwachsenen Mann und eine starke Frau und weißt du was? Hier wurde früher nie Vogue geschrien. Krass, gell? Bringt sowas mal heute auf den Markt. Brennt aber die Bude. Was ist das für eine Monstruhe, die Insel? Ist es so wichtig, Leute fernzuhalten? Nee, sie weiß es auch nicht. Okay, sorry, andersrum. Sie weiß nicht, was abgeht, aber er weiß, was abgeht. Entschuldigung. Oder weiß keiner von beiden, was abgeht. Was für ein Zoo. Wir fragen einfach mal nach. Ganz höflich. Ein Zoo? Wofür? Keine Sorge. Darin ist nichts. Sie wissen schon, gefährlich. Finden Sie einfach einen Weg dadurch. Keiner schreit Vogue, wenn es gut gemacht ist, Hollywood halt. Ja, aber Leute schreien auch Vogue, wenn Godzilla pink geschoben hat. Man erzähl mir da jetzt kein Mist. Da sind schon, du vielleicht nicht, aber generell, die Leute sind da schon sehr, sehr, sehr penibel bei sowas, ne? 10.000 Volt. Warum so viel? Sicherlich nur, um die Teenager fernzuhalten. Okay, sie wissen beide also wirklich nicht genau, was hier abgeht. Sie sind, er weiß auf jeden Fall mehr als sie anscheinend, aber beide wissen nicht genau, was abgeht. Okay, sie wissen nichts von den Dinosauriern, lese ich jetzt hier gerade. Okay. Ladies first. Was für ein Arsch, Entschuldigung. Heute werden Ausdrücke fallen, Entschuldigung. Bezeiht mir bitte. Aber, na gut. Wir haben keine andere Option. Können wir ihn treten? Was hat ihr kleines Spielzeug überlegt denn? Das ist ein fragbarer Detektor, Schätzchen. Und der sagt, dass wir verdammt nah bei dem Behälter sind. Ich hab morgen ne Mathe-Schularbeit. Ich hoffe, du bist gut drauf vorbereitet. Bist du gut in Mathe? Wer hier ist gut in Mathe? Gebt euch mal selber ne Note von 1 bis 6 im Chat, wie ihr in Mathe seid. Ich, also ich würde es in echt, glaube ich, trotzdem nicht machen, ne? Gott sei Dank. Ich meine, wissen Sie, es ist so... 6, 2, 3 plus, 2. Sehr gut. 5. Ja. 3 plus. Ein paar deiner Mods sind gut in Mathe. Aber da ist ein XD dahinter. Was ist los? Was ist das? Kein Baquero. Wie ein Vogel, aber viel zu groß. Ich sagte doch, es ist ein Zoo. Alle möglichen Tiere. Los, los, wir sind fast da. Haben Sie das gehört? Was war das? Ein Tier. Etwas, das ich noch nie gehört habe. Okay, dann wir, wir sollten... Ja, es geht aber von beiden Seiten aus, finde ich, ne? Das Gejammer, also ich finde wirklich, es geht von beiden Seiten aus. Ich finde, das Geschrei bei jedem kleinen Furz Wokeness geht mir auf die Nerven und mir geht aber auch dieses, äh, übertriebene Korrektsein auf die Nerven, ne? Dieses Ganze, keine Ahnung, wisst ihr, was ich meine? Das aus jedem gleichen Geschiss gemacht wird, das darfst du, das finde ich auch scheiße. Ich dürfte mich da nicht falsch einschätzen, aber... Ich meine, bei Jurassic World Rebirth wurde einfach geschrieben von Leuten, das ist passiert, ne? Und zwar mehrfach, äh, unter meinen Videos, unter meinen Beiträgen, dass Jurassic World Rebirth jetzt Vogue ist, weil eine Frau jetzt die Hauptrolle spielt. Wir mussten noch gar nicht mehr darüber, wir wussten noch nichts darüber. Das ist halt auch blöd. Sie fallen gelassen? Haben Sie etwas gesehen? Verfürchtet! Hier drüben. Na also. Ey, Nedry! Stecken Sie fest, oder was? Nedry! Sind Sie taub? Da kletter ich nicht mit meinen 90-Jährigen Vogue heißt eigentlich so viel wie wachsam sein. Das geht schneller. Aber so wie Vogue benutzt wird als Kritik, äh, kann man es schwer definieren. Also mal ist Vogue schlecht, wenn eine schwarze Figur eine eigentlich weiße Figur spielt, aber mal ist es auch wieder nicht schlecht. Das ist immer abhängig davon, wie man es halt findet. Deswegen sage ich auch, Vogue ist so eine unfassbar inkonsequente Kritik für irgendwas. Aber eigentlich heißt es wachsam auf Deutsch übersetzt. Aber wie gesagt, ich verstehe, wenn Leute halt sagen, nö, ich finde das alles ein bisschen zu krass aktuell. Resident Evil Netflix Serie zum Beispiel, die fand ich ganz schrecklich. Aber danach fällt mir auch nicht mehr allzu viel ein, wo es halt so extrem war. Aber das gibt's ja. Das gibt's definitiv. Äh. Ich finde halt nur, der Aufschrei ist meistens zu groß oder zu schnell, bevor man sowas wirklich einschätzen kann. So. Wir müssen jetzt hier rein. Dennis Netri ist da. Hallo? Jemand da? Das ist schon brutal eigentlich, ne? Warum wird überall dieser Fehler mit Zäunen gemacht? Da kommt man schnell auf 180. Was für ein Fehler mit den Zäunen? Das verstehe ich nicht. Star Wars Acolyte war schlimm. Das hab ich auch gehört, ja. Ähm. Aber war Star Wars Acolyte wirklich zu aufdringlich politisch korrekt oder war die Geschichte einfach scheiße? Weil ich kenne das auch voll, dass Leute mir irgendwie einfach auch erzählen, ja, guck mal, der Film A und B ist jetzt ja voll gefloppt, weil der zu politisch korrekt war. Und dann schaue ich mir den Film einfach an und denke mir, aber der Film wäre auch so schlecht, weil die Story einfach kacke ist. Das gibt's auch sehr, sehr häufig. Also es liegt selten daran, dass ein Film jetzt floppt wegen der Hautfarbe oder so oder wegen des Geschlechts. Es floppt einfach meistens, weil wirklich die Geschichte extrem, ne? Ihr wisst schon, was ist. Schlecht. Wir reißen, wie die Tür einfach mal aufkommen. Einfach mal Sachbeschädigung. Oh. Na, geschafft. Ich hab doch gesagt, herumgehen ist besser. Die Regisseure hatten wieder keine Ahnung von Star Wars. Die Jedi müssen immer mehr die Arschlöcher sein, sodass es... Ja, das habe ich mir auch mitbekommen, dass die Regisseure irgendwas gemeint haben von wegen, ja, das war ja damals so geil, als Anakin den Todesstern zerstört hat oder irgendwie sowas. Habe ich da mitbekommen. Und ja, das gibt's natürlich. Ey, ich meine, es gibt auch sehr, sehr viele, ähm, Disney. Bleiben wir mal bei Disney. Disney besetzt einen Cast ganz gerne mal lieber nach Geschlecht oder Aussehen und nicht nach schauspielerischer Leistung. Das passiert sehr häufig bei Disney inzwischen. Aber ich schrei dann halt irgendwie nicht gleich auf und sag, Bogue! Ich denke mir halt einfach, gut, war jetzt halt doof, ne? Beim nächsten Mal klappt's vielleicht besser. Aber es gibt ja auch andere Beispiele wiederum. Ich fand die Resident Evil Netflix Serie, die war ja eine komplette Katastrophe gewesen. Aber das einzig Gute daran war gewesen, der schwarze Albert Wesker. Und wer Albert Wesker nicht kennt, Albert Wesker ist eigentlich ein bleicher Typ mit blonden, nach hinten gegelten Haaren. Der war da wesentlich besser als die Originalfigur. Von der Tiefe der Figur her. Ja. Halten Sie den Mund. Was hat er denn überhaupt gesagt? Ich weiß es gar nicht. Dennis Nedby ist tot. Sollte mir erst mal erklären. Sie ist tot. Was? Oh, ist ja widerlich. Und was hat von ihm gefressen. Was ist das für ein Verfluchterzund? Hören Sie, machen Sie sich keine Sorgen, okay? Das war nur irgendein Tier. Wir nehmen den Behälter, dann verschwinden wir. Wo ist er? Ich finde ihn nicht. Wo ist der Behälter? Der Rasierschaum, wo ist er hin? Der Rasierschaum ist weg. Wir wissen, wo der Rasierschaum ist. Das ist auch so ein Ding, wo ich mir jetzt eigentlich gewünscht hätte, wenn man das direkt weiß, kann man auch direkt dahin gehen. Weil wir müssen jetzt natürlich erst hier mal alles abtasten. Ich weiß nicht, aber er muss in der Nähe sein. Er ist in der Nähe. Wie Sie sagten. Wenn er nicht im Auto ist, könnte er überall im Umkreis von 300 Metern sein. Unknown Vogueverse. Ja, das passt. Na, mach. Ich wurde auch schon Faschist genannt, weil ich Kommentare lösche, die halt einfach dumm sind. Also beleidigend und dumm, auch gegen andere Leute. Ich habe, glaube ich, schon alles gehört, was ich irgendwie bin. Er hat einen Spaziergang gemacht. Es geht recht schnell. Ich bin ein Boker-Faschist wahrscheinlich. Hättet ihr Bock, nochmal eine Serie oder einen Film zu sehen, der wirklich jetzt hier die Settings nochmal aufgreift, so wie das Spiel das macht? Oder wäre euch das zu viel Fanservice? Das Game ist von... Lass mich nicht lügen. Ich muss nachgucken. 2001? Nee. Später, ne? Wann kam das Spiel denn raus? 2011. 2001. Bullshit, nein. 2011 kam das Spiel, glaube ich, raus. Vielen, vielen Dank für das Prime-Abo. Moment. Titian 569. Vielen Dank dafür. Die Menschheit ist echt traurig manchmal, ja. Ja, ey, du, keine Ahnung. Ich bekomme also, ich bekomme diese ganz extremen Punkte hier auf dem Kanal relativ selten mit, aber es gibt halt manchmal immer noch die Punkte, ey. keine Ahnung. Die werden irgendwie doch sehr kontrovers aufgenommen werden. Wir gehen mal auf die Fußspuren, wie sie sagen wird. Maleronda. Das Ding hat ihn verfolgt. Das hat sie sehr gut erkannt. Ja, das Tier auch eben gerade aus dem Auto rausgesprungen ist. Übrigens. Fehler, dieses E-Stock-Schild, das sehen wir auch im Film. Aber im Film zeigt es eine andere Richtung. Was sagt ihr dazu? Asozial, gell? Einfach nicht aufgepasst. Einfach irgendeine Scheiße gemacht in dem Spiel. Bestimmt mit Absicht. Um zu provozieren. Ich hab's hier noch nicht gelesen, Papa Kata, weil du da gerade einen Text runtergeleiert hast. Warte mal ganz kurz. Wegen dem Zaun irgendwas. Ich hoffe halt, da kommt jetzt aber nicht, dass du Experte darin bist und dich jetzt wunderst. dass Hollywood das nicht ist. Ähm, alle, da haben wir's noch, alle Weide, Zaungeräte haben circa 10.000 Volt und alle funktionieren so, dass Zäune am Draht Plus haben und der Minus über den Boden kommt. Also warum schmeiß ich da einen Ass dagegen? Das ist ein guter Punkt. Okay. Plus auf Plus ist so dumm, das passiert einfach nix. Ja. Das kann man jetzt schwer entschuldigen, außer vielleicht mit einer Aussage. In der Welt von Jurassic passiert das genauso. Ich kann's dir nicht erklären. Ey, lass es ein Fehler sein, keine Ahnung. Wir leben in einer Welt, in der bei Game of Thrones Starbucks-Kaffees rumliegen und das ist einfach ein kleiner Fehler. Ein Hoppala war das. Das ist genauso wie das die Stechmücke, die für all das hier verantwortlich ist, eine Elefantenmücke ist und die können gar kein Blut saugen. Das ist auch ein Fehlerchen. So. Was hockt sie eigentlich jetzt hier wie irgendwie so eine Superheldin? Das hier ist die Black Widow-Superhelden-Pose, glaube ich, ne? Indiz auf Scarlett Johansson, schon damals gewesen. Glaube schon. Der Sound ist vom American-Testing, das ist richtig. Besser. Bude 90, vielen, vielen Dank auch für dein Prime... Für dein Prime-Abo. Okay. Was haben wir jetzt hier? East Docks? Also das Ding ist halt, wir wissen ja, wo die Rasiershaum-Dose eigentlich ist, aber sie wollen, dass wir erstmal hier alles komplett abchecken. Deswegen machen wir das natürlich auch. Wir werden jetzt von dieser Seite aus nach hier unten gehen, um herauszufinden, wo denn es Nedry denn gedacht hat, es wäre schlau, dieses Seil drum zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Ist das die Stelle von Dennis Nedrys Tod? Ja, genau. Genau. Spy Mantis, vielen, vielen Dank für die 100 Bits. Tausend Dank dafür. Danke für den Support. Ich versuche beide Chats echt im Auge zu behalten, aber ich bin gerade auf der Suche nach einer Rasiershaum-Dose. Da kann das vielleicht mal nicht funktionieren. Was haben wir da? Ah, ein Blatt. Guck mal. Dieser Stock ist aber der Stock, Fan-Fakten von einem nicht-kanonischen Spiel, den Dennis Nedry in der Hand gehalten hat, um den Lophosaurus abzulenken. Das wusste einfach jeder von euch. Vielleicht orientiert sich Jurassic Park Survival ein bisschen an dem Spiel, da habe ich auch schon mal dran gedacht, dass das... Das ist aber einfach eine geile Idee. Die Rasiershaum-Dose könnte theoretisch nochmal eine Rolle spielen in Jurassic Park Survival, aber da wird nichts draus werden. Also das wird keinen großen Impact haben, weil wir in Jurassic World Camp Cretaceous sehen, dass die Rasiershaum-Dose immer noch auf dieser Insel ist. Sie liegt nun nicht mehr hier auffälligerweise. Sie ist ja woanders in der Serie. Das könnte man vielleicht irgendwie erklären, aber die Rasiershaum-Dose in dem Spiel hier hat für das Ende sehr, sehr viel Bedeutung. Am Ende von dem Spiel zeigt sich nämlich, wer ihr wirklich seid. Da habt ihr eine ganz große Entscheidung zu treffen. Die Rasiershaum-Dose spielt eine Rolle dabei. Ja. Bin da euch schon mal drauf vorbereiten. denn dazu kommen wir auch noch höher oder später, wie sie sagen würde. Wurde die Rasiershaum-Dose nicht in Jurassic World neue Abenteuer gefunden? Ja. Wie gesagt, das kann man irgendwie so drehen, dass die halt auf der Insel noch liegen bleibt oder so ein Kram. Oder hat Louis Dodgton die jemals aufgemacht? Vielleicht fehlen die Embryos oder so und die wurden rausgenommen und keine Ahnung. Hat sich einer als Zäpfchen eingeführt oder sowas. Deswegen bekommen wir dann auch Krankheiten in Jurassic World Rebirth. Mit der Moral am Ende des Films egal was ihr macht, führt euch niemals, niemals Embryos als Zäpfchen ein. Und alle im Kino auf einmal so arm. Mist, ey. Direkt Schuldgefühle. Jeder. So, was müssen wir jetzt machen? Den East Dog. Das East Dog. Da müssen wir nämlich eigentlich hin. Oder von da kommen wir eigentlich. Die von Dodgton ist kein Fanartikel gewesen. Ähm, du siehst in Jurassic World neue Abenteuer in der fünften Staffel siehst du wie Louis Dodgton die Dose bekommt wieder von der Isla Nubla. Der holt die wieder ab, die Dose. Der findet die halt und nimmt sie dann wieder mit. Und deswegen steht die auch im Hintergrund bei Jurassic World Dominion. Die hat keine Bedeutung mehr. Und das haben sie auch sehr verpasst, finde ich, weil diese Rasiershaumdose eigentlich der perfekte Ankerpunkt ist für eine Fortsetzung. Wir gehen mal ganz kurz zu unserem Käpt'n Nutzlos nach oben. Gucken, was der jetzt macht. Ah, ich muss das Licht jetzt hier drehen. Ja, natürlich. Kann mir jemand sagen, ob das genauso ist wie vor zwölf Jahren? Oder meinst du ein bis zwei Jahren? Ja, aber beide Fragen werden mit Ja beantwortet. Hier wurde das. Vielen am meisten danke für das Kopfkino. Sehr gern geschehen. gern geschehen. Ich habe inzwischen übrigens auch, ihr Lieben, ich habe, äh... Ich muss da noch mal dran, hallo? Ich habe Jurassic Park Trespasser inzwischen. Mit Grafikmod. Das müssen wir auch mal zocken, weil das kenne ich halt noch gar nicht. Ja, als ob es jetzt da drauf kommt, da unten dran zu gehen. Komm. Einfach ekelhaft. Du bist ein extrem nutzloser Sidekick, mein Freund. Also auf einem ganz anderen Level nutzlos. Krass, selten sowas erlebt. Licht auf den Baum? Sicher auf den Baum? Nicht auf die Rasiershaumdose? Ist dir sicher? Ja, du hast anscheinend recht. Aber die ist hier runtergefallen. Dann machen wir das Licht halt auf den Baum. Das will ich dann auch live zocken, ja. Äh... Jurassic Park... Oh, übel. Trespasser zocke ich auch live. Auf jeden Fall. Ich werde vielleicht mal ganz kurz auch so reinzocken. Für den Anfang, damit ich jetzt da nicht wieder größte Trottel anfange. Du wisst ja, wie das manchmal abläuft. Alien Isolation. Deswegen werde ich da vielleicht mal so ein bisschen reingucken vorher. Ja, da kannst du auf jeden Fall schießen. Das stimmt. Das kann ich dir schon bestätigen. Das ist richtig. Ich habe das Spiel studiert gefühlt. Aber das ist gut. Das ist echt... Das ist praktisch auf jeden Fall. Du musst deine Zeit mit Jurassic Park verschwenden. verschwenden. Bullshit. Aber er bereichert, meine ich. Das ist übel. Du musst im Leben nicht wissen, wie viele Länder es auf der Welt gibt, aber du musst wissen, was für ein Dinosaurier, der über den Weg rennt, wenn einer kommt. Sonst lachen dich die Leute aus. Verdammte Käfer! Was? Was ist Ihr Problem? Nichts. Gefunden? Der Behälter ist nicht hier. Oh, verdammt. Ach, ich bin am Arsch. Wir können nicht aufgeben. Seine Spur endet am Wagen. Sie müssen etwas übersehen haben. Keine Chance. Ich habe das Ding auf den Kopf gestellt. Ich werde eine Woche nach toten, fetten Kerl stinken. Sö, dann sähe ich halt nach. Gut, wie Sie wollen. Ich könnte... Mich das schlecht sein ärgert? Nö, überhaupt nicht. Ich bin... Ich bin gern schlecht. Das ist mir halt echt wurscht. Mich ärgert es immer nur, wenn andere dann angepisst sind, wenn ich irgendwas... Wenn mich das... Wenn mir das dann nicht gefällt oder so. Klar kann man dann sagen, ey, du bist einfach zu schlecht dafür. Das ist vollkommen klar. Aber dann darf man halt da nicht angefressen sein. Noch alt. Er hat ihm schön den Bauch aufgerissen, ne? Kein Behälter. Nichts. Du hast gern genascht. Und das Spiel bekommt nochmal so ein schönes Berg auf, finde ich, wenn wir die Passagen jetzt durch haben, die wir eigentlich alle schon kennen. Weil jetzt jeder von uns einfach weiß, wo diese Scheißdose liegt. Wir müssen da jetzt aber einfach durch, dieses Rätsel quasi. Und das ist dann interessanter später, wenn das eben nicht mehr... Wenn wir nicht mehr wissen, was eigentlich... Wo wir hinmüssen und so ein Kram. ist ein Behälter von etwa der Größe nicht wahr. Da unten hast du ihn nicht verloren. Du hattest ihn dabei. Er kam eilig zum Auto zurück. Es stieß sich den Kopf und stürzte, falls er den Behälter fallen ließ. Hat der Dilo im Buch auch gemacht. Das stimmt natürlich, ja. Schön den Magen aufgeschlitzt. Kommen nicht gleich die Trodons. Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, was anderes kommt gleich. Sie macht einfach die Chaos-Theorie von Ian Malcolm. Sie macht das Ding mit dem Tropfen nur mit einer Dose. Verrückt, ey. Verrückt. Wie lange ist der Zeitversatz von Dennis Tod bis sie ihn finden? Boah, nicht lange. Ein paar Minuten. Ah. Habt ihr verstanden, weil ich habe Mechanikerin vorhin angeklickt und deswegen hat er jetzt das gesagt und nicht was anderes. Ist nett. Ist nett, aber jetzt auch nicht weltbewegend. Dann hiermit. Die Kronjuwelen. Wenn die das hier verlieren, bleibt ihnen nichts. Das sind Dinosaurier-Embryos, Schätzchen. Dachten Sie etwa, wir suchen nach Rasierschau? Dinosaurier. Er weiß es also doch. Okay. Ich verreste er nicht. Das müssen Sie nicht verstehen. Das hält Sie frisch. Was? Was haben Sie denn? Äh, Bahne ihn. Wie er wegrennt. Geht bestimmt gut aus jetzt. Das finden wir von hier. Gut, Sie kennen den Plan. Meine Jungs schicken ein Boot. Wir geben Ihnen den Behälter, werden bezahlt und gehen nach Hause. Wir können nicht zum Treffpunkt gehen. Nicht mit all diesen Monstros in der Gegend. Genau, wir nehmen das Auto. Bringen Sie das Auto her. Ich bleibe hier und gebe Ihnen Deckung. Wer hat jetzt Angst? Ich glaube, jetzt passiert was. Ich kann gerade nicht auf den Chat gucken. Ich bin mir recht sicher, dass ich jetzt irgendwas machen muss. Okay, Risiko. Mir fehlen die Trodons einfach immer noch verfilmt. Dieses gruselige... Ja, sehe ich aber genauso auf jeden Fall. Die Trodonen wären auch noch geil. Für Jurassic World Rebirth zum Beispiel. Schön ins Gesicht gekotzt. Richtig. Siebt das Auto runter. Aber ich finde es auch gut von Ihnen, dass Sie das Auto erst runterschiebt und danach sagt, bewegen Sie sich. Das finde ich auch geil eigentlich. Das war bestimmt Absicht. Das war bestimmt Absicht gewesen. Was ist mit Ihren Augen gerade gewesen? Habt Ihre Augen gerade gesehen? Ich kann nichts sehen, verdammt. Wir sitzen fest und ich sehe nichts. Ich brauche Licht. Ich sehe nichts. Was war das? Haben Sie das gehört? Hat das ein Venus auch hier? Oh Gott. Oh Gott. Ich muss... Ach, ach... Moment, Moment. Kann man ihm sagen, dass er mal seinen Maul halten soll? Da ist es doch. Dankeschön. Snauze jetzt, Mann. Klatsch ihm ein. Jawohl, ey. Die liest meine Gedanken, die Frau. Was? Jetzt noch so ein Tritt zwischen die Beine. Kriegen wir das hin? Nee, kriegen wir nicht hin. Beruhigen Sie sich. Plan B könnte ein Tritt in die Eier sein. Probieren wir es aus. Schade. Ja, vor allem er heult rum, aber er wusste ja anscheinend Bescheid darüber, ne? Geben Sie mir die Waffe. Das ist, glaube ich, echt besser so. Nein, gibst mir die Waffe. Meine Waffe? Sehr, sehr witzig. Ihnen meine Waffe geben. Das Auto anlassen. Ja, komm, wir versuchen es mal lieber so. Wir müssen nur das Auto starten und hier wegfahren. Den Wagen starten? Ja, okay. Noch ein Bitchslap. Ey, mit dem Handrücken wäre es noch besser gewesen. Der Handrücken zeugt noch schön von Respektlosigkeit. Was jetzt? Keine Spur, reparieren Sie es. Das wird er nicht schaffen. Ich mache es selber, komm. Es heißt drauf, es macht es jetzt. Oh nein, ich... Ich will das nicht. Moment. Haben wir es an? Neas. Scheint zu funktionieren, okay. Wollte sie ihn töten? Wahrscheinlich schon, ja. Sie hat es aber aussehen lassen wie ein Unfall. Oh nein. Ich habe es eine Knarre, aber noch gar nicht, ne? Jetzt eher kontraproduktiv. Lauf. Nehmen wir ihm die Waffe ab. Der Typ schießt aufs Auto, der ist labil. Nehmen wir ihm die Waffe ab. Hört auf, den Avengers Bogen zu machen. Wir greifen an. Komm, was soll's. Auf geht's. Wir gehen jetzt voll rein. Aber das wird nicht funktionieren. Wir überleben das keine Minute. Wir haben eine Waffe und ein Schwert. Auf jetzt. Hey, du bist ein... Dann lenken wir ihn ab, indem wir ihn einfach treten. Tritt ihn. Tritt ihn von hinten. Wie ein Esel. Okay. Ja. Ja, bin dabei. Los geht's, Jungs. Abendessen. Hijo de Vera. Ja, dafür würde ich... Ja, dankeschön. Hast du verdient. Ja, die können auch jumpen wie kleine Raptoren. Kleine Raptöre. Wieso die Lophosaurier? Denken sie wie ein Raptor. Das ist okay so. Oh. Hey, Mann. Jetzt bin ich tot. Das war's leider. Aber müsst ihr auch mal sehen. Müsst ihr auch mal sehen, wie das aussieht. Das ist immer blöd, wenn die Teile sich auch noch ändern. Da schalte ich dann gar nicht so schnell. Nee. So zum Beispiel. Ich hab den Dennis Nattery totbekommen. Was ein Hund. Der Typ, er ist echt so. Der Typ hat Instant Karma kassiert. So kann man's auch sagen. Aber ich kassier anscheinend auch gerade Karma. Ohne was dafür zu können. Ähm, was machen wir jetzt? Äh, Auto anschalten. Mach hin. Los. Sie safft das schon. Wir müssen nur mal gucken, wo die Rassiersaumdose abgeblieben ist. Snaut sie jetzt. Ah, was? Vor allem, wenn sie so sagt, Kupplung, jeder Amerikaner so. Was? Was muss ich machen? Was hier ist da um? Jawohl, weg mit dem alten Vieh. Es ist schon geil. Und es ist wieder kaputt, das Auto. Geil gemacht. Richtig cool. Alles war gerade komplett umsonst gewesen. Beide Tote komplett für den Arsch. Was muss ich drücken? War alles umsonst gerade. Sie fährt rückwärts. Das Auto ist gerade wieder kaputt. Und es geht weiter. Hallo? Wenn wir ihnen das Genick brechen, so wie Owen, bitte. Der hat noch an ihm rumgeknuspert eben. Kommt hier jetzt direkt von den Drophosauriern in die Trodon-Dinger rein? Ich weiß es gar nicht mehr, aber das wäre ja krass. Wir müssten seine Waffe mal nehmen. Ich finde, dass die ganze Nummer eben gerade echt unnötig eskaliert ist. Das gibt morgen Kopfschmerzen. Jaja, das gab Kopfschmerzen. Oh nein, nicht Rodons. Jetzt kommt auch was, was wir übrigens in den Filmen nie erfahren haben, was aber auch Sinn macht. Und so ein bisschen auch erklärt, wie die kleinen Kompis in Jurassic Park 2 es geschafft haben, Dieter Stark zu töten. Weil der Speichel von manchen Sauriern nämlich richtig giftig ist. Beziehungsweise doch, ja, zu Entzündungen führen kann. Ich war fertig, wie du gesagt hast. Ich konnte nur meinen CD-Player nicht finden. Alles in Ordnung, Liebling. Sie fahren nicht ohne uns. Und? Du kommst mit nach Dallas? Oh, nur mit aufs Festland. Ich muss nach dem Sturm wieder zurück. Ist jetzt okay, die Story? Die wird noch besser, glaub mir. Die wird, äh... Cool. Du hast ja noch gar nichts gesehen, du. Wir sind ja immer noch hier im Auto unterwegs. Haben uns zweimal von soem... Die Loposaurus ins Gesicht rotzen lassen. Die DJs hier draußen sind nicht so toll, oder? Morgen nicht möglich. Ich saffe das. Ich saffe das. Ja, hör auf, sie nachzueffen. Das ist, äh... Das ist, äh... Irgendwas. Kulturelle Aneignung oder sowas. Komisch. Die Lichter am Zaun sind aus. Ist das was Schlechtes? Sicher ist alles in Ordnung. Die müssen wohl ausgetauscht werden. Gift. Ja, ja, ja. Die haben so... Speichel halt einfach, so. Ich meine, das haben wir Menschen auch. Wenn ihr mal von einem Menschen gebissen werdet, was nicht passieren sollte, hoffe ich für euch. Da würde ich auch zum Arzt gehen. Lass uns reden. Komm, Jessica. Da hat die jetzt richtig Bock drauf. Die guckt schon so, als hätte die jetzt so richtig Bock, sich über irgendwas Krasses mit ihrem Vater zu unterdenken. Wie wäre es, wenn wir einfach mal über... Wie alt ist die? 14. Dann reden wir über Geschlechtsverkehr. Auf geht's. Hör zu, Jess. Ich habe so viel gearbeitet. Wir hatten, ähm, kaum Zeit zu reden. Oh, oh. Jess, deine Mom hat mir von dem im Ladendiebstahl erzählt. Das war nur Spaß. Ich habe nichts Wertvolles genommen. Was hat sie gesagt? Ja. Arbeite mal im Kindergarten. Ja, dann bist du aber immun dagegen wahrscheinlich. Weil die spucken dir doch auch ins Gesicht wie die Doprosaurier. Nein, Spaß. Nächstes Jahr, ab Mai, habe ich auch einen kleinen Dinosaurier hier sitzen, der mich wahrscheinlich anspuckt und ankacken wird. Und kotzen. Alles. Okay, Jessica hat anscheinend Dinge geklaut, ne? Schatz, ich weiß, Westlake ist langweilig. Und alles ist viel mehr los. Nee, doch nicht. Warum musst du immer klauen, um Spaß zu haben? Doch, tatsächlich. Ich weiß, ich weiß, ich bin eine Niete. Liebling, V-Urteile sind doch immer richtig. Das meine ich überhaupt nicht. Ich will nur, ich möchte, dass du versprichst. Boah, es heiße nochmal. Ich hab's nicht. Ihr geht's gut. Ihr geht's gut. Ihr Arm ist halt krass. Aber Können Sie mich hören? Wer sind Sie? Ich würde Sie erstmal richtig mit Fragen belästigen. Wer sind Sie? Einfach anschreien, während sie ohnmächtig ist. Sind Sie verletzt, ist auch eine sehr geile Frage. Komm. Haben Sie Schmerzen? Seltsam. Es ist wie eine Art Ich werd Papa, ja. Ein kleiner Unknown-Miniverse. Unknown-Junior-Verse. Die Trodon sieht man auch relativ spät erst komplett, meine ich, ne? In dem Spiel. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Das ist geil. Vielen Dank für die Glückwünsche. Das hab ich immer, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt, meine ich. Aber vielen, vielen Dank euch. Warum hockt denn jetzt Papa hier wie so ein Möchtegern-Player? Guck mal, wie er da sitzt, so mit der Hand noch so drüben. Der denkt sich jetzt gerade, ja man, ich kann's noch. Was ist mit Ihren Augen los? Ich weiß, ich weiß nicht. Es ist wie eine Reaktion auf eine parasitäre Infektion. Vielleicht, keine Ahnung, Toxoplasmosen? Aber das erklärt Ihre Symptome nicht. Die hätten das auf jeden Fall noch einbauen müssen in die Filme mit dem, mit dem Speichel. Da ist die Wunde. Die sollte man sich vielleicht mal angucken, ja. Ich würde sie anfassen, die Wunde. Einfach mal so draufdrücken. Sieht aus wie eine Bisswunde. Ihr Bissen? Du meinst von einem Dinosaurier? Ich weiß nicht. Die Flecken sind ein Hinweis auf Gift, aber das ist kein Dilophosaurus-Biss. Und keiner der anderen Dinosaurier ist giftig. Ich glaube, ich will nicht mehr hier draußen sein. Aber wir müssen sie ins Besucherzinn. kommen Sie schon. Ja, die Trodons sind nämlich, glaube ich, auch nicht gelistet. Das kommt, glaube ich, auch noch raus, oder? Dass Dr. Sorkin an den Trodons an den Trodönen oder so irgendwas ist keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ja, Spray ist immer gut. Spray auf eine Wunde ist immer das Beste eigentlich. Alles in Ordnung. Ganz ruhig. Du wirst auch wohl in der Lage sein. Hallo? Okay. Dann gibt es jetzt eben den Piekser. Können wir noch nicht nehmen. Dann reden wir noch mal mit ihr. Ich bin Arzt. Lassen Sie mich helfen. Langsamer. Nein. Sollten zerstört werden, aber sie tat es nicht. Irgendwie sowas war es. gell, ja. Das sollte die Infektion aufhalten. Ich weiß nicht, was sie da draußen gemacht haben, aber... Es ist okay. Es ist okay. Er landet einen Schock, aber das kann ich aufhalten. Oh mein Gott. Es ist nicht so gut. Es ist gut auf die Straße. Mit wie vielen Jahren wird dein Kind Jurassic Park schauen? Äh, direkt nach der Geburt. Ja, stich hier die Nadel in die Wunde rein. Komm, in die Wunde auf jetzt. Wow, die Nadel ist riesig. Er macht es wirklich in die Wunde rein. Ja, komm, wir müssen noch schön zielen. Ja, wie geil. Jetzt muss Jesse aber langsamer fahren, sonst kriege ich es nicht hin. Ja, tatsächlich. Jessica, guck mal auf die Bremse. Altes Mädchen. Machen wir mal ein bisschen langsamer kommen. Und ich muss die Vene treffen. Bitte, keine Details. Fahr langsamer, damit ich treffe. Hey. Okay. Er ist halt genauso ein Doktor wie Dr. Oetker einer ist, ne? Ist jetzt nicht so, dass er weiß, was er tut, oder? Ist er wirklich Arzt? Er ist Arzt, gell? Doch, Entschuldigung. Das sollte sie erst mal stabilisieren, bis wir im Besucherzentrum sind. Okay, ich werde sie wanderschieren. Kannst du weiterfahren? Alles okay. Bei der Geburt das Thema von Jurassic Park 1, ja. Aber das muss man nicht unbedingt wissen. Ja. Wie geht es ihr? Tja, sie ist in Ordnung. Vorerst. Aber das Gift ergibt einfach keinen Sinn. Vielleicht fressen ein paar der Dinosaurier giftige Pflanzen. Jess, warum halten wir an? Aber das mit dem Speichel wird hier noch erzählt, meine ich, oder nicht? Weil er ist gerade auch nicht weiß, aber ich glaube, das wird nochmal erwähnt, in irgendeiner Art und Weise. Sie ist wunderschön. Sie, oder? Okay, wir haben Glück, dass die Kleine allein ist. Ich würde hier draußen ungern das Alphatier antreffen. Lady Margaret versteht keinen Spaß. Lady Margaret geht auch nachher noch richtig ab. Und dass die Familiengruppen auch ohne genetische Verwandtschaft entstehen. Junge Triceratops gehört uns um die Musik im Hintergrund, wo wir uns ganz kurz mal unterhalten müssen. Tut mir leid. Die hier heißt Bakita. Ähm. Was macht sie hier raus? Damit wir jetzt hier keinen Stress mit YouTube bekommen, ne? Dino-Arzt vielleicht. Ja, Papa Kata hat es eben gerade auch geschrieben. Eigentlich Haleo-Arzt. Aber ich muss das Vieh unbedingt in sein Gehege zurückbringen. Ja, gut, dass eine Nadel, wo die hinkommt, das weiß man schon. Ich hätte es ihr zwar zwischen die Augen gestochen, aber es hätte auch geholfen, glaube ich. Jetzt muss man irgendwie in die Schleimhäute rein und dann gib ihm Vollgas. Ich wäre ein guter Arzt. Ja. Das gehört auch noch zu Kapitel 1 mit dazu. Dann kriegt ihr gleich noch was Cooles zu sehen, wo ich auf jeden Fall wieder sterben werde. Aber es ist trotzdem cool. Wir schieben einfach mal an dem Tier, komm. schon Mädchen. Ja. Beweg dich. Das mögen Tiere auch meistens, wenn du einfach aus dem Nichts von hinten an die rangehst, finden die oft richtig geil. Entweder sind die Lampen kaputt oder der Zaun bekommt keinen Strom. Ja, er checkt es jetzt langsam erst. Und das finde ich auch eine spannende Ausgangssituation, dass er einfach jetzt nach und nach erst merkt, was hier wirklich abgeht. ist genug Futter-Mädchen. Da gehörst du hin. Wer ist der dümmste Charakter aus Jurassic Park? Hm. Also bin ich überhaupt nicht ab, kann es Zack. Zack, der Teenie, der alles besteigen will, den finde ich ganz schrecklich, aber der ist nicht unbedingt dumm. Dumm von dumm sein her ist der Typ, der vom T-Rex wegrennt und dann eine Schlange in den Hals bekommt und dann in den T-Rex reinläuft. Den finde ich blöd. Aber cooler als Charakter, als Zack. Na los Mädchen, geh schon. Eigentlich wollte ich Kapitel 1 heute auf jeden Fall noch fertig machen. Das war das Ziel eigentlich heute noch. Och Baran, ey, du musst jetzt hier ernsthaft die ganze Stimmung versauen. Jetzt muss ich irgendwas Schönes über Jurassic World Dominion sagen. Äh. 100 Punkte hast du dafür eingesetzt. Mann, Mann, Mann. Etwas Gutes über Jurassic World Dominion, was ich noch nicht gesagt habe. Okay, passt auf. Ähm. Ey, inzwischen finde ich die Heuschrecken gar nicht mehr blöd. Das ist wirklich so. Das war mal anders. Inzwischen finde ich das eigentlich ganz, ganz in Ordnung. Das ist eine sinnvolle Konsequenz. Das geht so lange gut, bis du die Hirnrinde durchbrust. Ich dachte, du musst da durch. Vom Lager aus müsste man es mal eine Ellen regeln können, aber solltest du nicht im Auto warten? Kein Problem, siehst du? Alles klar, alles in Ordnung. Oder? Sie ist niedlich, hm? Sie ist warm. Hätte nicht gedacht, dass sie so warm ist. Hab leichte Sarah Harding-Vibes. Ja, das ist ja... Das ist Sarah Hardings Schwester. Das ist ihr Vater. Das ist Gary. Der Jerry Harding. Und das hier ist Jessica Harding. Ich muss das Mädchen wettbewegen. Da kannst du es lesen. Wenn du sie kennengelernt hast, könntest du bitte zum Auto zurückgehen? Machst du Witze? Neue Gesichter machen sie nervös. Es wäre wirklich besser, wenn du im Auto wartest. Oh, in Ordnung. Kommt in dem Spiel nicht später eine Unterwasserbasis? Ja. Das ist der beste Teil an dem ganzen Game. Ich habe euch gerade fast voll ins Mikrofon gerülpst. Ich versuche das meistens zu vermeiden durch Muten. Wir kennen es alle schon so lange, dass es eigentlich egal ist. Um das Eis zu brechen. Gehen wir... Wir müssen hier ins Auto. Wir müssen den da weglocken. Das war es. War es durch Hupen? Der Deutsche hupt immer zuerst. Okay. Und das bringt genau wie im echten Leben auch meistens gar nichts. Dann versuchen wir... Oha. Okay. Du hast sie von dem Zweig weggelockt. Ja. Jetzt kann Papa Harding den Zweig nämlich nehmen. Dann können wir das Tierchen da weglocken, wa? Ja, also ich sag... Kannst du da überhaupt parken? Darfst du das? Oha, wie friedlich der ist. Also, jetzt bist du da, wo du hingehörst. Schön ist das. Und jetzt das Tor entriegeln. Zuerst hupen, dann fragen. Oder einfach nur hupen. Im Stau. Und dann hoffen, dass der Stau dann weggeht. Durch Zauberhand. Das ist immer gut. Machen wir es mal wieder zu, das Gehege. Oha. Oha. Immer noch verriegelt. Ach so. Gerätelager aus, sollte man es manuell entriegeln können. Natürlich. Verzeih, ich vergaß diesen... ...diesen Punkt, der noch frei war. Der hüpft jetzt nicht so übertrieben auffällig. Ich dachte gerade, das Spiel wäre jetzt hängen geblieben. Ist das Game nicht schon mal da hängen geblieben? Was ist da drin? Außer den Türhebeln nur Reparaturzeug. Drahtrollen für Zaunreparaturen, Arbeitsschuhe, Schneeschaufeln. Schneeschaufeln? Wozu? Sicher nicht für den Schnee. Oh. Bäh. Daran bekommt Besuch von zwei Ladies, lese ich jetzt hier gerade. Ich verbreite das einfach mal so weiter, ohne den Kontext dabei zu kennen. Das finde ich wichtig. Der Code. Der Code liegt im Auto noch, richtig? Jetzt muss Sarah, äh Sarah sage ich schon, Jessica ins Auto. Und den Code suchen, während Papa hier wartet. So war es doch. Das Auto müsste ein Handbuch dafür sein. Ja. Zugangscode. Ja genau, gibt einfach der Tochter die Aufgabe. Jesse, sieh im Handschuhfach nach. Dort sollte ein Handbuch mit Zugangscodes für das Lager sein. Okay, Sekunde. Mal sehen, wie friedlich das noch ist, wenn das Amt vorfährt. Ja, das ist richtig. Das Amt oder auch die Rundfunkgebühr. Auch Dinosaurier müssen Rundfunkbüge bezahlen. Weil die könnten, theoretisch könnten die Fernseh gucken. Und Radio hören. Hast du die Codes? Ist das in diesem kleinen schwarzen Buchdings? Ja, such den Zugangscode für das Triceratops Gerätelager. Ah, okay. Eins, fünf, sechs, drei, drei, sieben. Drei, drei, sieben. Okay, danke. Schon falsch. Okay. Ich hätte es auch noch gewusst. Ich hätte es echt noch gewusst. Gerade. Wollte ich gerade mal meinen Skill beweisen. Warum macht der es so, um den Hebel zu betätigen? Habt ihr schon mal so gegriffen? Was ist mit ihm? Oder? Weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Was war der Code? Jetzt ist es schon wieder vorbei. Keine Ahnung. Weiß ich echt nicht mehr. Das war auch wieder vorbei. Dann ist das immer direkt wieder weg. Ich merke mir Sachen nur für den Moment. Ich lebe für den Moment. Ja, ich muss mich da echt mehr konzentrieren bei sowas. Ich habe letztens einfach irgendwas ausfüllen müssen, wo mein Geburtstag eingetragen werden musste. Und da habe ich einfach 2024 hintendran geschrieben. Nein, ich gehe wieder rein. Ich bin dabei. Fahr ihr ins Gesicht auf Vollgas. Oh nein. Baran Claire Chayas. Ja, und er schreibt einfach so in den Chat. Ich meine, das Spiel nicht in echt. Ja, ja. Ist mir überhaupt ein Scherz. Oh mein Gott, ich bin zu spät, gell? Hätte ich es schaffen können? Oder bin ich einfach gerade knallert wieder gestorben? Oh oh. Das ist schon krass. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Von wegen die friedlichen Veganer. Das kann doch nicht wahr sein. Ich werde jetzt sowas von sterben. Das ist aber halt auch wirklich knapp gerade. Also wenn Jessica jetzt hier nicht hingemacht, wird das gleich sehr, sehr eng werden für die Kleine. Ja, ist das, das ist das Finanzamt. Ja, ja, die schicken dann direkt Triceratöpse. Was wäre, wenn das Finanzamt Dinosaurier hätte? Stimmt, die ist ja auch noch im Auto. Die habe ich ja ganz vergessen. Krass. Die liegt einfach da und leidet so still vor sich hin. Ja. Da ist sie. Seht sie euch an, dieses Prachtstück. Jetzt sterbe ich eigentlich immer bei dem Moment hier, weil ich es nicht raffe. Also, jetzt könnt ihr einen richtig ekelhaften Tod sehen, sehr wahrscheinlich. Ich habe es geschafft. Nee. Ich bin da immer zu langsam, weil ich halt nie weiß, ob sich dann die Pfeile noch mal umdrehen bei dieser Scheiße. Das haben sie auch ein bisschen blöd gemacht. Das habe ich mir aber auch die Pfeile nicht gemerkt. Aber das ist auf jeden Fall auch so ein ziemlich krasser Tod, ne? So was müsste man auch mal wirklich in, ähm, in den Filmen sehen. Ich versuche jetzt mal ganz schnell zu machen, aber dann sterbe ich wahrscheinlich auch, weil ich dann dauernd irgendwas Falsches drücke. Kriegen wir das geschissen? Ja, auch geht's. Danke schön, Mr. Harding. Ist wieder Zeit gelassen. Äh, geht drüber. Egal. Jawohl. Verdammt. Gehst du da runter? Kannst du da bitte... Könnt ihr euch irgendwie mal verstecken? Rennen, renn rüber, genau. Mach schon mal die Tür zu. Äh. Quatsch, was schwärzt ich denn wieder für einen Scheiß? Mach schon mal die Tür zu, wenn du drin bist. Uh. Nächster Tod. Nicht bewegen war es doch. Hey, Scheiß drauf, gell? Ja. Mhm. Priceratops. Zuhilfe. Auf geht's. Oh oh. Das war, glaube ich, mehr als nur knapp gewesen eigentlich, ne? Äh, da lang, glaube ich. Keine Ahnung. Ach stimmt, die war ja auch noch im Auto. Die müssen wir natürlich mitnehmen. Okay, das war Glück. Ui, 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 ui. Das war mal ein Kampf, wa? Krass. Ich hätte die einfach zweimal im Auto vergessen. Alles in Ordnung? Ich bin in Ordnung. Du auch? Ja. Mir geht's gut. Alles in Ordnung? Ist das mit dir? Tja. Zwei Arme, zwei Bande. Sagt mein Arzt auch immer. Ja. War doch geil, oder? War doch cool. Guck mal. Jessica. Und? Ist fast draufgegangen, wa? Kleines. Ja. Damit sollte sie es über die Nacht schaffen. Den Rest davon. Morgen bekommt sie eine richtige Behandlung. In jedem Durchgang verkehrt sie echt jetzt? Aber die ist auf einmal nicht mehr so relevant und irgendwann halt wieder doch. Von daher. Die Dinos sind weg. Wir sagen mal Kopf hoch. Alles ist wieder normal. Wir lügen einfach. Komm. Weißt du was? Ich freue mich auf ein anständiges Frühstück. Leckere Spiegeleier und... ...und knuspriger Speck. Das wäre genau das Richtige, oder? Du magst doch Speck. Ja. Tobi möchte ich nicht bewusstlos im Auto liegen. Du solltest generell nicht bewusstlos im Auto liegen. Nachtlicht. Erinnerst du dich nach? Ohne wolltest du nie schlafen gehen. Dad, die Dinosaurier kommen nicht durch die Tür, stimmt? Doch. Die können... Ah, ne. Ich meine, nein. Die können keine Türen öffnen. Genauso wenig wie sie Gift im Speichel haben. ...und dich töten wollen. Sie sind zu klein? Was? Sie ist zu stabil. Na mal das. Der redet gerade von seinem eigenen Bizeps wie so ein Talerhuhn. Weißt du noch, wie ich meinte, dass ich kämpfende Dinosaurier sehen will? Ja. Das war ja so toll. Versuch zu schlafen, Süße. Gell, halt die Klappe, Jessica. Geschlafen. Stimmt, die ist ja auch noch da. Spaß. Spaß. Ich wusste es auch noch. Was wie der Kampf... Wie auch der Kampf gelöst wird, alle wissen. Trike und Rex sind krass und damit niemand das Gesicht verliert, wird das Ergebnis verschleiert. Naja, eher weniger, weil wir haben ja Rexy noch... Ich will es jetzt nicht verraten, aber... Ne? Man kann sich vielleicht einen Ausgang denken gleich später. Ich glaube, das wird noch irgendwie ein bisschen aufgegriffen. Aber in so einem Bunker bist du, glaube ich, ultra sicher, oder? Wenn du die Tür nicht auflässt, wenn du die Tür nicht auflässt. Da musst du auch Essen drin sein und so ein Kram. Warten wir ab bis zum nächsten Morgen. Ähm, kann mir einer von euch mal sagen, ob nach Kapitel 1 müsst ihr eigentlich einen Cut geben, ne? Oder läuft das einfach weiter, das Spiel? Ich meine, danach gäbe es einen Cut. Würde ich abschießen, den Vogel, der provoziert. Ja, nachladen, draufhalten, dann gib ihm. Das war gerade willkürliche Lärmbelästigung. Äh, ja, trotzdem bleib ich dabei. Äh, ich bin mal parteiisch und sag der T-Rex, weil da einfach ein Horn vom Triceratops liegt. Und ich habe das Lady Margaret geschafft. Oh, stimmt. Wow. Es darf nicht passieren. Ein freilaufender Triceratops, okay. Aber ein T-Rex? Das ist mehr als inakzeptabel. Ich muss mit Maldun und dem Sicherheitsteam reden. Oh oh, wirst du richtig auf den Tisch hauen? Wer immer das zugelassen hat, muss zur Verantwortung gezogen werden. Hm, ich werde auf den Tisch hauen. Aber kann er nicht eins in eins zusammenrechnen, sodass... Der Zaun hatte keinen Strom. Und da laufen zwei Saurier frei herum. Dass da irgendwas nicht stimmt. Wir laufen, oder? Herr Anhalter ist so eine suffisante Frage von so einem... So typische Papa-Antwort, die so witzig sein soll. Wir laufen. Komm. Wir werden wohl laufen müssen. Wird nicht einfach werden mit unserer verletzten Freundin. Oskar und Yoda. Ja genau, Yoda gab es noch. Aber keine Leiche. Das stimmt. Ja gut. Das sollte doch was nützen. Hätte der Rex gewonnen, hätte er den Triceratops wahrscheinlich eher nicht mit sich geschleppt, oder? Das heißt, da müsste der hier auch noch rumliegen. Neben vielleicht beide noch. Nicht zu hacken. Das System wird nur von Windfaden und Spucke zusammengehalten. Genau wie der Rest des verdammten Parks. Sieht aus, als hätten nicht nur wir das Boot verpasst. Vor allem hat sie... Die haben einfach den Filmfehler übernommen. Mit dieser Anzeige, die bei einem Live-Ding durchsteht ihr das? Die hatten eine Live-Übertragung über so einen Player. Wie Dennis Nedry auch. Witzig. Ähm, was müssen wir machen? Achso. Na also. Ich hoffe, dass das System online ist. Ich kenne die Synchronstimme von Dr. Harding irgendwoher. Boah, kann ich dir nicht weiterhelfen? Das weiß ich jetzt nicht. Fahrzeugkontrolle erfordert Sicherheitszugriff, ja. Alles offline. Alles offline. Warum sollten sie das tun? Ach, sie merkt's auch jetzt erst. Stimmt. Ja. Ich würde mich voll freuen, wenn wir Dr. Sorkin oder vielleicht sogar Oskar auch in Survival sehen werden. Also wenn Oskar in Survival vorkommt, wäre das zu geil. Wenn sie wirklich so ein paar Dinger hiervon übernehmen. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, das habe ich vergessen zu löschen vom Rechner. Ignoriert das bitte. Auch gut. Was dachte John sich bloß, als er diesen Vogel angestellt hat? Ja. Datenspeicher. Wir gehen mal in den Basiscode rein. Nichts. Aber jetzt hat er gelöscht, weil Dennis Nedry verwischt seine Spuren wie ein König. Tja. Frau Dr. Sorkin. Gehen wir mal nach Nedryland. Ach, da sind wir eben gerade gewesen. Okay. Dann würde ich sagen, switchen wir einfach mal hier rein. Telefon macht auch am meisten Sinn. Ich dämlicher Idiot. Wir müssen die hier anrufen. Wir gehen mal in die Hauptleitung. Aha. Nicht aus, als würde die Leitung zum Besucherzentrum noch stehen. Hilft uns das? Nicht wirklich. Aber es könnte den Leuten auf der Route helfen, wenn wir ihnen ein Fahrzeug beschaffen können. Mit Oscar in Survival ist, kaufe ich das Spiel 100, so 1000% sogar. Ich meine, ey, es gibt, das Spiel ist ja beliebt bei vielen Fans, das hier, ne? Das sagen ja einige oder die meisten eigentlich, dass das Game ziemlich geil ist. Warum also nicht hier auch so ein paar Sachen von übernehmen? Oh, die Feldlabore werden auch nochmal wichtig. Sie brauchen, dass die Telefone tot sind. Hier ist sie. Docks auch offline. Die Tourfahrzeuge, gehen wir mal in die Sicherheit rein. Schnellzugriff, wir gehen mal in die Kontrolle. Haben wir da noch was übrig? Auch nicht. Das sind übrigens Beleidigungen, was sie jetzt schreibt. Guckt bitte weg. Hey, hallo? Stuttery kommt da jetzt bei raus. Stuttery, yay! Natürlich. Alles klar, wir haben Zugriff. Mal sehen, was wir damit anfangen können. Okay, jetzt haben wir Zugriff. Okay. Aber auf was haben wir jetzt Zugriff? Ich meine, dass die Frau Doktor... Nein, geh doch mal da weg jetzt, komm. Dass die Frau Doktor Sorkin nämlich über die Telefone musste sie Kontakt mit denen aufnehmen, glaube ich. Oder über das Fahrzeug, aber das liegt ja nur da rum, das Fahrzeug. Und es war auch kein Tourfahrzeug. Oder doch? Ich meine, es waren die Telefone. Wie oft habe ich gesagt, dass der ganze Park in einer Katastrophe enden wird? Ziemlich oft. Fündlich funktioniert wenigstens einer dieser Schrotthaufen. Ich klicke mich hier trotzdem mal ganz kurz. Oh. Oder so. Das sind auch so geile Autos einfach. Das sind so richtig geile Autos. Da liegt aber noch ein Stück Zaun auf der Straße, oder? Ach stimmt, wer hat denn noch die Patientin da gehabt? Die habe ich ganz vergessen. Wer bringt uns dieses Ding? Die Tourfahrzeuge fahren nur ein paar Ziele an. Wenn Sie uns hören, wir müssen zum Besucherzentrum. Habe den Jeep Wendler... Heißt der wirklich Wendler? Ne. Wendler in Forza Horizon 5. Okay, cool. Auch in Jurassic Park Design. Kann die Karre nicht schneller fahren? Das dauert ja ewig. Marikita. Boah, die sieht richtig fertig aus, die Frau. Was macht das hier? Es ist gefährlich. Sie hatten einen Unfall. Sie sind jetzt in Sicherheit. Wer von euch spricht Spanisch, bitte? Es wird nun mal wichtig gleich. Was ist los? Sie ist in Delirium. Sie halluziniert bestimmt. Marikita. Angelito mio. Sie sagt, ich sei ihr... Ihr Engel. Hola, como estas? No sabes cuanto he esperado. Jess, rede weiter mit ihr. Sag ihr, sie muss sich entspannen. Erholen. Los entspanos. Los entspanos. Du kannst das, Liebes. Sag ihr, sie muss sich ausruhen. Marikita. ¿Qué pasa, mi amor? Du musst ausruhen. Aufwärts. Alles mit los, dann versteht ihr das schon. Immer los davor setzen. Das klappt. Äh, Joghurt. Ne, was? Ey, kann einer von euch bitte Spanisch? Jeder Satz fängt doch mit L an, oder? Komm. L? Ich hatte halt einfach nie Spanisch. L. Evita. Evita. Äh, Resta. Ja, komm, passt. Oder Resta ist richtig. La Resta. ¿Por qué estamos hablando de la suerte? Resta, dachte ich, heißt sowas wie to rest in Englisch, wisst ihr? Ich habe keine Ahnung. ¿Usted? Aber mit Resta war ich doch gar nicht so blöd, oder? Erzählt mir doch nichts. ¿Cómo? Lapis, el... Ich habe... Ich bleibe bei einer Resta. ¿Usted como la Resta? La Resta. Ne, ist erscheinend falsch. Also, La Resta sagt sich schon, es entscheidend nicht richtig. Ich glaube, La Resta bedeutet etwas anderes, als ich dachte. Ich muss da jetzt einfach nachgucken. Sonst klicke ich mich da jetzt nämlich... Was schreibst du? Ich dachte... Okay, warte, Moment. Dann machen wir es nochmal. L. L. Elita. Ja. Ja. Elita, el descanso. Eso está mal. El descanso es muy importante para... Du hast recht gehabt, okay. Sekunde, ich habe das nicht richtig gesagt. Aber mit L fängt es auf jeden Fall an. Wir bleiben bei L. Das haben wir noch nicht gemacht. Wir hatten noch nicht das, was auch immer das heißt, gehabt. Und du hast vorhin geschrieben, wir brauchen am Ende... Descano war es gewesen, ne? Gucken wir mal. Komm. El descanso. Nein, sie braucht Ruhe, nicht L. Ja, was ist denn sie? Was? Usted? Mhm. El descanso. Usted evita el descanso. Por que no voy a descansar. Pasa algo malo. Ups. Tio? Tio? Schreib mal den ganzen... Schreib einfach mal komplett rein, was es heißt. Lest den verdammten... Lest den verdammten... Auf so eine scheiß Antwort reagiere ich schon mal gar nicht, Mann. Das heißt hier, lest den verdammten Twitch-Chat, Alter. Chill halt einfach mal. Das ist immer noch ein Spiel, ne? Immer cool bleiben. Ähm... Ich war nie gut in Spanisch. Ich war nie gut in Spanisch. Ja, ich auch nicht. Ich war nie Spanisch gehabt. Okay, machen wir es nochmal. Sie braucht Ruhe. Ja, okay. Ich dachte, du hättest nur eins in Spanisch. Naja, ich habe etwas abgerundet. Entschuldigung. Gibt es auch eine Medaille, wenn man das jetzt mit 100% direkt am Anfang richtig hatte? Geht aber doch länger als gedacht, dieses erste Kapitel, ne? Aber gut. Ein Kapitel pro Stream auf jeden Fall. Das heißt... Vier Streams. Kriegen wir irgendwie hin. Ich habe nur das reingeschrieben, was der Übersetzer ausgespuckt hat. Das habe ich damals aber auch so gemacht. Einfach den Übersetzer, äh... Angeschmissen. Hallo? Hey! Kann uns jemand helfen? Hallo? Ja. Wie wir jetzt sehen, ist nämlich sämtliches Ereignis gedöhnt. Was, was wir in Jurassic Park 1 sehen, jetzt schon passiert. Wie ihr mitbekommt. Maeve P. oder Marv P. vielen, vielen Dank für das Prime-Abo. Tausend Dank für den Support. Super, super lieb von dir. Sie arbeiten draußen. Sturm? Ich... Ich habe keine Ahnung. Aber das ist sicher kein Grund zur Sorge. Wo auch immer sie sind, sie werden bald zurück sein. Ja, wahrscheinlich. Ignorier das... Das Blut in der Mitte und alles. Ist das Blut? Ja, ne? Ist wahrscheinlich von einem der Raptoren. Ach, Jesse. Bleib doch bei unserer Patientin. Ich werde mich noch ein bisschen umsehen. Okay? Okay, aber... Warum redest du so? Jemand will uns kontaktieren, oder? Es kommt aus den Laufsprechern. Sie müssen über den Notrufkanal senden. Moment. Ich werde das zurückverfolgen. Wo sind die Überreste vom Brachiosaurus-Skelett? Äh, die müssten doch hier rumliegen, oder nicht? Die müssen meine Leute rumreißen, wenn ich überruhe, so ein Rauf und zentrieren. Ist das ein Raptor-Fuß? Das ist ein Raptor-Bein. Ja. Das ist ein Raptor-Bein. Schönes Ding. Ja, komm, wir gehen mal weiter. Lasst uns diesen Raum hier mal untersuchen. Ähm... An die Kisten gehen. Ist bestimmt nur Ketchup, meinst du? Ja, wahrscheinlich. Hier ist niemand gestorben. Sonst geht's gut. Wer ist denn sie? Ach, stimmt, die war ja auch mit dabei. Witz. Angenehm. Moment mal. Hey, kommt die ganze Action jetzt hier echt auch noch mit dem Moment? Maus bewegen im richtigen Kanal. Welcher ist denn der richtige Kanal? Ach, da oben wird's angezeigt. Okay. Das passt schon mal. Hallo? Hallo? Hier ist Jerry Harding, der leitende Tierarzt. Ich weiß, wer Sie sind. Hier ist Laurence. Der leitende Tierarzt. Das muss erwähnt werden. Dr. Sorkin, Sie sind noch auf der Insel? Wir sitzen im Feldlabor fest. Die Straße ist unterspült und die Telefone sind tot. Und was ist mit ihm? Ähm, Besuchertentrum leer. Ja, entkommener T-Rex. Das wäre vielleicht wichtiger erstmal. Ich habe meinen T-Rex auf der Tourstrecke gesehen. Es ist ein Glück, dass meine Tochter und ich noch leben. Wissen Sie, was los ist? Die Sicherheitssysteme sind... Da hat Drexi gute Arbeit geleistet. Ja, wirklich, ne? Scheint, als hätte Hammond schon evakuiert. Ich denke, meine Mutter hat uns zu verabschieden. Nein, natürlich nicht. Ich versuche, auf dem Festland anzurufen. Die sollen uns einen Helikopter schicken. Die Action mit dem Rex kommt gleich auch noch. Aber krass, dass das jetzt noch in dem Part hier alles passiert. Toxisch. Auch ein sehr gutes Wort für uns heutige Zeit. Ihr seid alle toxisch. John Hammond ist toxisch. Sie wird mit Sicherheit Krampfanfälle bekommen und nicht wieder zurückkommen. Haben Sie Kaffentanil? Oh nein. Lass mich raten, das ist im Auto. Aber wir haben doch keins. Nein, außerdem, wozu sollte das... Ich habe jetzt keine Zeit für Erklärung. Ein Viertel Milliliter reicht, wenn sie klein ist, weniger. Dr. Sorkin, bei allem Respekt. Aber diese Dosis würde sie töten. Dr. Harding, Sie müssen mir vertrauen. Sie brauchen ein starkes Beruhigungsmittel gegen die Toxine. Und zwar schnell, wenn sie überleben soll. Na gut, na gut. Okay, vielleicht im Labor. Sie weiß das, weil sie die Todung erschaffen hat. Spoiler. Spoiler Ende. Geben Sie ihr das so schnell wie möglich. Bleiben Sie so lange bei ihr. Wenn das Zittern beginnt, müssen Sie sie ruhig halten. Aber ist das nicht gefährlich? Wenn normalerweise jemand einen anfallt... Bitte befolgen Sie bloß meine Anweisungen. Ihr Leben hängt davon ab. Rufen Sie mich auf diesen Kanal, nachdem Sie ihr das Beruhigungsmittel verarbeiten. War das im Gewehr drin? Ich brauche einen Ort, an dem ich Sie behandeln kann. Und ich brauche... Betäubungspfeile. Ich habe es gehört. Sie sind im Auto. Ich hole Sie. Du hast recht. Aber trotzdem muss ich ans Auto raus. Und wir wissen alle... Komm einfach sofort zurück. Keine Angst. Das mache ich. Wenn ich Alien Isolation spielt, werdet ihr was? Moment, 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 Moment. Warum muss ich jetzt drücken, damit ich eine Treppe laufen kann? Ich würde doch wohl eine Treppe laufen können ohne... Also, ich bitte euch. Oh, oh. Ihr werdet jetzt mindestens einmal sehen, ähm... Oh, oh. Wie... Wie Jessica gefressen wird. Kann man hier verhindern, dass der T-Rex kommt? Auch wieder nicht, ne? Der kommt immer, glaube ich. Nimm das Gewehr und... Nee, oder halt nur die Pfeile. Ja, komm. Lauf! Lasti ist wirklich eine schlechte Mitarbeiterin, weil sie die Trodorn nicht erledigt hat, obwohl sie es hätte tun sollen. Ja. Raus! Jetzt! Was? Klatsch ins Gesicht, ey. Oh nein, bitte nicht. Ey, ich werde jetzt auf jeden Fall sterben. Nicht bewegen, Jesse! Das ist die einzige Regel, die ihr habt, ist, euch nicht zu bewegen. Komm schon, komm schon, ja, ja. Sehr gut, Liebling! Alles in Ordnung! Versteck dich einfach! Oh nein! Der Zustand wird immer schlechter. Ich brauche diese Pfeile! Dad, ich kann die Pfeile holen! Nein, Jesse! Hau einfach ab! Ich lasse dich nicht, Lallai! Wie kam der Rex ins Gebäude rein? Naja, der war doch schon davor da drin. Ich bin lange durch, oder? Als er gegen die Raptoren gekämpft hat. Als ob er mich nicht gesehen hat, okay. Ähm. Okay, wie war das jetzt nochmal? Ich muss... ...das irgendwie auf den Rex schmeißen. War das nicht so, um den abzulenken? Ja. Ich brauche eine bessere Idee, so funktioniert das nicht. Okay, eine bessere Idee, können wir die... ...können wir die Säule hier umschubsen? Ah! Kann ich... Es hat sich gerade nichts verändert, ne? Durch diese... ...durch diese Sound-Dinger da. Ich ihn nur treffen könnte. Ja, ich muss ihn irgendwie treffen, aber da muss er auch vorher... ...vorher zu mir gucken. Was ist denn das hier? Ah, das ist sie wieder, okay. Jetzt kann er ihn treffen. Oder sie. Direkt sie. Entschuldigung. So war das, ne? Auch geht's. Knall ihr die Kiste auf den Hinterkopf. Schön... ...auf die Birne drauf. Oder auf den Rücken, ist ja egal. Jessica, könntest du bitte einfach rennen, wenn du jetzt schon die... ...Zeit dazu hast? Oh. Ja, ja. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Komm. 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 Der Drecks ist hingefallen, der Idiot. So, und jetzt laufend dein Leben. Mit dem Pfeil. Halt sie ruhig. Oskar würde jetzt übrigens auch mit dem Pfeil auf Rexy drauf springen... ...und ihr in die Nase stecken. Oder Rektal einführen. Mit der Hand. Ja. Ich fass es nicht. Es hat funktioniert. Ey, da ist ein T-Rex hinter dir. Der ist noch da. Durch das Fenster. Ja. Jess, bleib auf. Wollt ihr mal sehen, wie Jess stirben kann? Wie sie jetzt gerade drauf geht? Gleich, Achtung. Ich hasse diese Doppel-Dreifach-Pfeile. Ich finde die so beknackt. Ja. Ach komm, ey. Ich bin hier. Ich sitze im Pfeil. Ich muss die eigentlich auswendig können, weil wenn du die nicht auswendig kannst, dann drückst du dich einfach, wenn du sonst zu langsam bist. Lass einfach los. Komm, ich fang dich nicht. Auf jetzt. Hab keine Angst. Lass sofort los, Mädchen. Mach jetzt hier keinen Geschiss. Da ist ein T-Rex drin. Du bist rein, dann lässt du los. Und ich bleib genau hier. Ich werd dich auffangen. In Ordnung? Okay. Okay. Gut. Eins. Klatsch. Jetzt wird Jessy wahrscheinlich erstmal sterben. Ich sag's mir schon mal von vornherein. Tret ihn einfach. Gebt dem T-Rex so einen Tritt. Oh oh. Tschüss. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, die ist ja auch noch da. Stimmt. Gott sei Dank. Jetzt hau ihm ins Auge. Hau ihm ins Auge. Das zwiebelt, he? Das tut richtig gut. Schön in die Fresse. Und lauf noch auf den T-Rex zu. Das finde ich auch eine gute Idee. Ja. Was soll ich sagen? Jessica ist nicht gestorben. Obwohl er ist ja immer noch da. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt langsam ist es aber auch mal gut. Das ist ein Signal. Ey, richtiger. Jetzt musst du ja ans Handy. Was für ein Influencer. Mann, mach doch. Moment. Da. Hör auf zu wackeln. Hör jetzt auf damit. Ich finde das Detail mit den drei Pfeilen gut. Was war das nochmal? Hilf mir da gerade nochmal auf die Sprünge. Ich weiß es gerade nicht mehr. Erstmal ein Selfie. Ja, genau. Was war das nochmal mit den drei Pfeilen? Ich raff es gerade nicht. Er ist weg. Also Episode 1 ist ja schon relativ, ne? So ein bisschen stressig, muss ich sagen. Was? Ich bin gestresst. Ich habe genug von Dinosauriern. Ich habe meinen Kaffee noch nicht mal richtig getrunken. Den trinke ich jetzt aber auch nicht mehr. Ja, es ist kalt und es ist spät. Na los. Ich muss auf jetzt. Das müsste Kapitel 1 aber jetzt gewesen sein, ne? Von Jurassic Park The Game, ihr Lieben. Ihr könnt ja mal in den Chat reinschreiben, was ihr von Kapitel 1 haltet. Und gebt dem ganzen Mann Wertung. Wie lange war ich weg? Von 1 bis 10. Haben sie gestern gefunden. Wir sind irgendwie auf sie gestoßen. Maldita, sehr her. Also, wer ist Marikita? Marikita? Niemand. Nur ein Wort. War das ihre Tochter oder ihre Schwester oder sowas, ne? So mies. Ich habe versucht, im Auto mit ihnen zu reden und ich dachte, sie bringen mich wegen meiner Grammatik gleich um. Und, ähm, worüber haben wir gesprochen? Hilfe ist unterwegs. Im Kontrollraum herrscht Chaos, aber die Telefone funktionieren. Hey, sie sehen schon viel besser aus. Hilfe ist unterwegs. Ingen schickt ein Rettungsteam. Bald kommt ein Helikopter und bringt uns zum Festland. Ein richtiger Arzt wird sie untersuchen. Und kein Tierarzt. Ein Rettungsteam? Ingen. Meine Sachen. Ich hatte ein Paket. Oh, das ist hier. Sieben von zehn. Zehn von zehn. Wir sind immer noch nicht durch, Mann. Die ziehen das aber auch gerade echt in die Länge hier. Ich habe sie vorher noch nie hier gesehen. Aber es müsste gleich vorbei sein, das erste Kapitel, meine ich. Oskar ist der Beste. Das ist schon mal gelogen und das wissen die beiden. Ja, aber Oskar und Yoda kommen doch erst im nächsten Kapitel. Das kommt doch jetzt nicht mehr. Es gibt keine Rettung. Ja, genau. Ich habe dich hier gerade durchgezogen, du blöde Kuh. Dich zwar viermal vergessen, aber ich habe dich ja trotzdem mitgenommen. Naja, undankbares Stück. Das Spiel ist ja offiziell nicht Kanon zu den Filmen, auch nicht zu den Büchern, obwohl es vielleicht sogar, widersprecht mir gerne, wenn es nicht stimmt, aber ich meine, es wäre möglicherweise sogar kanonischer bei den Büchern mit einzuordnen. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Okay, der John-Williams-Track ist weg, jetzt kann ich kurz die Schnauze halten, glaube ich. Das ist übrigens Oskar. Wer ihn nicht kennt, dieses bärtige Gesicht, das werdet ihr euch merken. Das werdet ihr euch sowas von einträgen. Okay, wir haben da noch Hintergrundmusik. Dann lasst uns einfach weiterreden. Du hast dich wirklich verbessert. Für den letzten T-Rex im ersten Kapitel hast du echt lang gebraucht. Das stimmt ja, mit dem Kistenrätsel. Das mag sein, dass ich da wirklich ein bisschen was geschaltet habe, aber ich werde eure Hilfe definitiv wieder brauchen bei dem Rätsel bei der Achterbahn. Das kommt jetzt vielleicht auch schon in Part 2, ich weiß es aber gar nicht mehr ganz genau. Da werde ich eure Hilfe auf jeden Fall wieder brauchen, schätze ich mal. Wir haben uns verflogen oder genießt die Aussicht, das ist eher eine lockere Sache. Wir genießen erstmal die Aussicht. Ich will erst einen Dino sehen. Ich fordere einfach, ich fordere, ich mach das einfach, ich fordere auch in meinem echten Leben einfach. Wir fordern jetzt. So. Yoda. Das mit den Stimmen, das ist leider im Spiel so. Das ist das Spiel, es hat manchmal so ein paar Macken. Die Stimmen kriegst du so nicht lauter. Das haben wir schon mal versucht, das ist halt im Spiel so blöd gemacht irgendwie. Deswegen haben wir Untertitel an. Ähm, wenn ich mein Bild ein bisschen hochsetzen soll, damit ihr die mitlesen könnt, sagt mir einfach Bescheid. Wir beleidigen erstmal Oskars Höhlenmensch. Oder so. Die Stimmen sind wirklich, ich kann's gleich nochmal versuchen. Aber das haben wir schon ausprobiert, die Stimmen gehen nicht lauter. Das ist halt wirklich, die werden auch gleich wieder automatisch lauter. Wartet mal ab, wenn die Szene hier vorbei ist. Wir mimen meinen Höhlenmenschen. Und das nochmal schön, wir müssen auf diese Provokation eingehen und die einfach voll mitnehmen. Wir lassen uns hier nicht unterkriegen. Von diesem Piloten-Ding da. Oskar. Mensch. Ich will nicht hier ähnstliches Media auf die Leute setzen. Alpha, bitte kommen. Team Bravo wurde ausgeschaltet. Sind im Dschungel. Nehmen der Angreifer. Ich trete den Rückzug. Los, los, los. Geht auch mit OV-Stimmen. Das geht. Das wäre vielleicht sogar schlauer gewesen. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Es kann sein, dass die Originalstimmen im Englischen sogar von der Lautstärke her perfekt sind. Aber ich würde es jetzt blöd finden, wenn wir Part 1 auf Deutsch gezockt haben, jetzt Part 2 auf Englisch zu spielen. Oder? Wie seht ihr das? Das wäre, glaube ich, doof. Was zum Teufel? Würdest du sagen, Jurassic Park ist dein größtes Hobby? Aktuell schon irgendwie. Ich meine, guck dich mal hier um. Das ist ja... Also, ich würde behaupten, man nennt meinen Raum hier auch nicht Büro. Das ist mehr ein Kinderzimmer. Von daher würde ich sagen, ja. Ich lebe als 35-jähriger Mann in einem Haus mit einem Kinderzimmer. Und ich finde es geil. Okay. Wir kommen jetzt also hier an. Ihr müsst jetzt... Ich muss eure Verwirrung ganz kurz mal so wegwischen, weil ihr euch jetzt denkt, hey, Moment. Das Besucherzentrum, da waren wir doch erst davor. Ja. Wir sind im Kapitel davor aus dem Besucherzentrum entkommen. Aus der Tür hier, wo Oscar jetzt einfach alleine reingeht. Weil er sich denkt, das wäre eine gute Idee, alleine da rein zu marschieren. Und hier können wir sehen, wie die Tür schon aufgebrochen ist. Das heißt, ja, der T-Rex ist hier rausgekommen. Zwischen dem Moment, an dem wir in Kapitel 1 hier entkommen sind und der Stelle, da fehlt ein bisschen was an Story. Deswegen liegt jetzt der Kollege auch hier auf einmal. Der ist nicht tot, dem geht's gut. Ja, das wird sich gleich noch klären. Oscar, Garza ist tot. Aber das waren definitiv keine Dinosaurier. Sieht aus, als wurde er erschossen. Ähm, ich wollte mal ganz kurz für euch gucken, wegen den Stimmen. Aber das, äh... Letzten, die nehme ich wieder normal auch, die Sounds. Ihr merkt schon... Oh, Moment, Moment, Moment. Ich hab die Musik schon... Ihr Lieben, wär das für euch okay, wenn wir die Musik komplett auf 1 runterriegeln oder quasi ausmachen? Hätte ich jetzt nämlich auch keine Schwierigkeiten damit, äh, mit Copyright richten. Oder? Machen wir den Ton nochmal? Ton und Dings sollten vielleicht gleich laut sein und Stimme. Was ist der Unterschied zwischen Ton und Stimme? Ich meine, Ton wären so Effekte von Sauriern und so einem Kram. Wir lassen mal den Ton ganz laut, weil der generell leiser ist. Ich hab mich geirrt. Ihr könnt mir jetzt gern schreiben, du hast gelogen, du hast dich geirrt. Du bist ein Trottel. Aber ich dachte, wir hatten das wirklich schon ausprobiert. Ähm... Können wir jetzt hier einfach weitermachen? Ja, ne? Sekunde, wie kann ich jetzt einfach weitermachen? Auf Laden gehen? Okay, ich glaub, hier müsste das schon passen, so. Einigermaßen. Gibt's... Gibt's da Spiel für die Playstation 4? Nein. Fortsetzen, ja, aber hab ich... Stand das da? Scheiße. Ich behaupte einfach mal, dass du lügst. Okay. Immerhin bist du hübsch, Tobi. Das heißt, dass ich dumm bin. Das ist... Der Umkehrschluss, sowas zu sagen, heißt immer... Naja. Das hat immer noch so ein Aber eigentlich dabei, ne? Aber danke dafür. Ich, äh... Ja. Steakf, lass den Motor laufen, damit du uns jederzeit hier rausholen kannst. Roger. Ich hab vier Jahre gebraucht, um herauszufinden, dass man die Musik ausschalten kann. Das ist schon doof, ne? Tons sind wahrscheinlich Dinosounds, denke ich auch. Glaube, der Heli wird nicht leiser. Ne, der Heli wäre auch der Ton. Ich hab jetzt nur die Musik ausgeschaltet, weil... Dann muss ich jetzt nichts... Als drüber schwätzen, wenn mal ein Clip kommt. Da kann ich dann einfach... Ne? So. Wenn ich noch ein Steam Deck hätte und professionell wäre, könnte ich dann sogar mein Bild verschwinden lassen und euch dieses Dings genießen lassen. Glaub ich immer nicht. Also. Lasst uns loslegen. Oskar, Gaza ist tot. Aber das waren definitiv keine Dinosaurier. Sieht aus, als wurde er erschossen. Als wäre er erschossen worden. Interessant. Was ist hier wohl passiert zwischen den Ereignissen von... Part 1 und diesem Part hier. Mann, das sind vielleicht heftige Betäubungspfeile. Das nenne ich mal einen Fußabdruck. Das nenne ich auch mal einen gewaltigen Fußabdruck, mein Freund. Aber hallo. Aber hallo. Okay. Hier haben wir alles abgesucht. Dann lass uns jetzt mal rüber switchen. Zum Helikopter. Genau. Mit dem hier sind wir nämlich gelandet. Aber seltsamerweise liegt da auch ein Helikopter direkt vorm Besucherzentrum, der in Episode 1 auch noch nicht da gewesen ist. Deswegen finden wir jetzt erstmal heraus, was hier abgeht. Rambo war kurz am Aufräumen. Ist tatsächlich sogar fast die Lösung gewesen, ja. Wir werden es gleich erfahren, was hier wirklich abgegangen ist. Sieht aus, als wurde der Hubschrauber abgeschossen, als er abheben wollte. Aber ihr merkt schon, so alles, was wir uns eigentlich am Anfang, oder wo wir uns am Anfang eigentlich gedacht haben, das war bestimmt Dinosaurier, oder? Ihr werdet auch gedacht haben, das war bestimmt Pteran oder ein Angriff oder sowas. Jetzt finden wir heraus, nee, das ist alles abgeschossen worden. Da hat jemand wirklich mit einer Knarre Randale gemacht. Verdammt, Linares. Worauf hast du geschossen? Ist nicht mal in Deckung gegangen. Billy, komm rauf hier. Ich bin schon auf dem Weg, mein Freund. Ja, wo müssen wir denn hin? Da ist rauf, glaube ich, ne? Das sieht gut aus. Gehen wir auf die Nummer 1. Ich weiß nicht, was... Mit der guten AK geht er rein. Lass mich! Was zum Teufel? Vargas. Ja. Okay, hiermit gehen wir rein. Was haben wir hier noch was für uns? Oh. Blutige Fußspuren. Ja, das ist wirklich eine Menge Blut. Weiß jemand noch, ohne jetzt groß zu spoilern, für alle, die das Spiel noch nicht kennen, weiß jemand von euch noch, wie es zu diesem Zustand hier kam? Das, was wir jetzt gleich sehen. Was der Auslöser dafür war. Nicht reinschreiben wegen was einfach nur mal ja oder nein. Würde mich mal interessieren. Finde es so schade, dass es kein Kanon ist. Ey, wenn es dir gefällt, nimm es halt in deinen persönlichen Kanon mit auf. Wenn du aber das mit reinnimmst, dann kannst du Jurassic Park 1, 2 und 3 als Kanon zählen und das auch noch mit dazu. Aber dann passt halt Jurassic World nicht mehr mit dazu. Warum? Unter anderem auch wegen der Tür hier. Die ist ja kaputt. Die ist jetzt zerstört worden in den Episoden davor. In Jurassic World 1 sehen wir aber das Besucherzentrum ebenfalls noch. Und da ist die Tür halt noch dran. Das ist eine der vielen Sachen, die uns eben zeigt. Das Ganze passt nicht in den Kanon rein. Okay. Wir gehen rein. Mit der AK. Geil. Würde ich gerne als Ego-Shooter spielen jetzt hier. Haben wir Licht? Oskar, es ist dunkel da drin. Hat einer von uns Licht dabei? Wäre saublöd, wenn nicht, weil wir haben kein Licht dabei. Wir gehen einfach so rein. Was zum Teufel ist mit euch passiert? Wir wurden für Millionen von Dollar angeheuert. Wir haben keine Schuld. Wir konnten sie nicht sehen. Nur ihre Augen. Ich bin ruhig. Besser mit dem Ton jetzt, oder? Komm jetzt raus, Vargas. Was zum Teufel? Joda, zurück. Ich mach das schon. Ich schau, ob es einen anderen Weg gibt. Hör auf mit dem Scheiß, Vargas. Oskar braucht keine anderen Wege. Also hier habe ich anscheinend sogar schon Gold. Dann ist es hier nicht so dramatisch, wenn ich... ...jetzt hier kein Gold bekomme. Äh, na dumm, der war rechts, ne? Ja. Okay, Fokus, Fokus, Fokus. Ich bin Oskar. Oskar und ich sind eins. Was war knapp. Was hier draußen am Strand sind für leichte Beute? Was? Was für ein Strand? Ich habe Überwachungsmonitore gefunden. Mit den Kameras kann ich ihn suchen. Sprich mit mir, Yoda. Wo ist er? Ich kann Vargas nicht sehen. Sorg dafür, dass er sich bewegt. Ich hole ihn mir. Ja, sehr gut, Oskar. Du sollst ihn nicht erschießen. Du sollst ihn nicht erschießen. Ich brauche deine Augen, Yoda. Ich kann Vargas nicht sehen. Es ist zu dunkel. Also Vargas hat scheinbar irgendwie einen Traum aus irgendwelchen Gründen. Und Oskars Idee ist einfach, dann lass auf ihn schießen. Wo seid ihr? In den Bäumen? Zeigt euch! Er wirft eine Granate, Alter. Ja, okay, doch. Schieß auf ihn. Schieß auf ihn. Ist vorbei. Du kannst irgendwas erkennen. Rechts hinter dem Felsen, Ding. Da ist er doch. Hatschot. Oh nein, ich hätte ihm Hatschot geben können. Schade. Yoda, wo ist Vargas? Er versteckt sich. Sorgt dafür, dass er sich bewegt. Aber ich finde, wir sollten ihn trotzdem nicht umbringen, oder? Ich meine... Vargas ist ja nur... Ja, das ist in Ordnung. Das Verstümmeln, ja, umbringen, hätte ich gesagt. Ne. Wir werden angegelt. Sie kommen zurück. Lasst mich in Ruhe, verdammt. Ja, schieß zuerst. Ja, was willst du machen? Wer seid ihr? Lasst mich in Ruhe. Oscar? Er hat eben eine Granate auf mich geschmissen. Was soll ich machen? Rambo gegen Oskar will ich sehen. Ja, Berger wäre ein krasser Film. Aber wir sind dafür noch nicht bereit. Wir sind noch nicht bereit für den Film Oskar gegen... gegen, äh... Rambo gegen Chuck Norris. Wer würde gewinnen? Oskar oder Chuck Norris? Oder würden die beiden eine Fusion machen? Und dann gegen Rambo kämpfen? Wo sind die anderen? Das haben wir eigentlich gesehen. Was ist mit dem Helikopter passiert? Das haben wir auch schon geklärt. Was stimmt mit dir nicht? Wäre eine ganz gute Frage. Weil du bist wirklich abseits vom Schuss, mein Freund. Komm schon, Mann. Was zum Teufel stimmt nicht mit dir? Sie sind überall. Sogar jetzt. Sie beobachten uns. Wir müssen... Wir müssen... Ist der verrückt geworden, ja? Was passiert ist? Ihm irgendwie helft, vergiss es. Der ist verrückt geworden. Die Sicherheitszentrale. Vielleicht ist was auf dem Wengel. Ich glaube, die erklären es gleich. Wenn nicht, erkläre ich es gleich. Aber das ist eine sehr, sehr coole Sache. Jetzt lassen die ihn einfach da liegen. Ey, wir haben eben so ein Terz gemacht, um ihn zu fangen. Jetzt geht die einfach weg. Vielleicht findest du was auf den Videobändern. Wir sollten gehen. Wir können ihn doch nicht einfach so zurücklassen, Mann. Wenn wir rausfinden, was passiert ist, können wir ihm vielleicht helfen. Ja, außerdem ist der auch ohne Kniescheibe noch gefährlich genug. Ähm, der Typ hat im Endeffekt ein Trauma durch etwas, was hier passiert ist. Sagen wir mal so, dass der nicht darauf klarkommt, dass Dinosaurier existieren und dass die eben was getan haben, was er mitbekommen hat. Was sehr krass ist, weil ich glaube tatsächlich, ey, ähm, eine Dr. Ali Settler als Beispiel, die so den Arm von Hey Arnold auf die Schulter bekommt, die müsste eigentlich ultra traumatisiert sein. Oder auch ein Dr. Alan Grant, der ja wirklich dem T-Rex fast Nase an Nase gegenüber gestanden hat. Das muss ja eigentlich was in dir auslösen. Und das find ich hier krass gemacht, dass hier wirklich ein Typ komplett durchdreht einfach. Ähm, ja, und den Verstand verliert im Endeffekt. Das ist das, was passiert ist. Der Einzige, der Chuck Norris je besiegen konnte, war Bud Spencer. Stimmt, Bud Spencer gibt's auch noch. Bud Spencer, Oscar, Chuck Norris, da müsst ihr aber Rambo vergessen. Dann nehmen wir die drei in einem Film. Aber das würde zum Kollaps der Erde führen. Äh, Kern Nummer eins. Ich schätze, diese Kamera war länger nicht in Betrieb. Sehr geschlau von D-Yoda, dankeschön. Für den Kommentar dazu noch, das find ich super. Machen wir mal die vier an. Aha. Okay, Team Bravo ist vor höchstens 30 Minuten hier angekommen. Schauen wir uns das hier mal an. Da seht ihr's. Siehst du das da? Da seht ihr's. Was ist das? Keine Ahnung. Aber schau dir das mal an. Und wir klären noch nicht auf, was das für Viecher sind. Aber wir können schon mal spoilern, das sind keine Velociraptoren. Ich schätze, das sind die Hardings. Ja. Also ist die Frau da gerade mit unserer Kohle abgehauen. Das ist in dem Part davor passiert. Da sind sie doch, diese Drecksviecher, ey. Die Cap, schmeiß den Motor an. Wir heben ab. Das war gerade ein cooles Bild von dem Vieh. Moment, wir wollen aber eigentlich alles, alles nacheinander spielen. Warum geht das denn jetzt hier nicht? Na gut, dann machen wir einfach so weiter. Dann machen wir's eben jetzt so. Komm. Das ist ja asozial. Ey, ich hab mir aber eben gerade auch gedacht, das war eigentlich so ein Deadpool-Move, oder? So den einfach zurücklassen. Und ich meine, die beiden haben ja kurz davor auf Dinosaurier geschossen. Sie müssen uns zum Besucherzentrum zurückbringen. Sie haben ja keine Ahnung, was hier draußen los ist. Ich kenne mich hier aus. Ich brauche Sie nur, um uns vor diesen Kreaturen zu besitzen. Tatsächlich? Und wie soll ich das bitte anstellen? Sützt mich jetzt. Die Dinosaurier können frei auf der Insel herumlaufen. Niemand ist hier sicher. InGen-Rentungsteam Alpha. Ein Dr. Jerry Harding. Das Besucherzentrum wurde offenbar angegriffen. Wenn jemand noch mehr draußen ist, wir versuchen... Wir sollten vielleicht versuchen, eine Spur zu hinterlassen. Jess, das reicht. Wenn Sie wollen, dass wir uns von den gefährlichen Raubsauriern fernhalten, muss ich wissen, wo wir hingehen. Norte. Wir müssen den Wald anzünden. Die Kürze, warum? Damit die uns finden. Zündet jetzt einfach irgendeinen scheiß Baum an. Ja, super gemacht. Lärgert. Wir machen hier kurz Pause. Wenn wir anhalten, muss ich ein Feuer machen. Das hält die Dinosaurier fern. Meinetwegen. Bleiben Sie in Sichtweite. Also, das kann man jetzt als dumm oder als Fehler betiteln. Weil in Jurassic Park 2 erfahren wir ja, dass Rauch eigentlich Dinosaurier anzieht. Macht auch Sinn, dass Ellie nach Teil 1 keine Lust mehr auf Dinosaurier hatte und anschließend beendet sie die Beziehung mit Ellen. Ey, geiler Punkt. Krass. Ja, ja. Kann echt sein. Da kann man jetzt mal so ein bisschen Ellie analysieren. Macht würde aber Sinn machen tatsächlich, ja. Sie gründet eine Familie, bis Dominion wieder alles kaputt macht. Weil bei Dominion kann sie dem Ganzen aber auch nicht mehr entgehen. Deswegen, Dominion macht's gar nicht so blöd. Weil da ist ja alles weltweit. Das ist ja da eine globale Bedrohung mit diesen Heuschrecken. Deswegen muss sie jetzt ja was machen. Das finde ich gut von dir. Ähm. Die vergisst eh jeder. Ja, die wird aber auch später nicht mehr ganz so nervig sein. Jetzt hat sie kurz ihre, ähm, Rebellenphase. Es geht aber auch wieder vorbei. So. Dann lasst uns mal hier ein bisschen die Sachen untersuchen. Sehr gut. Und, jawohl, Dino-Eier. Geil. Eier? Nein. Auf der Insel leben doch nur Dinosaurier-Weibchen. Lass sie trotzdem in Ruhe. Wir haben schon genug Probleme. Da brauchen wir nicht noch eine wütende Vogel- oder Echsenmutter. Also ich würde, wenn ich eher wäre, wenigstens mal nachgucken, was da liegt. Ich würde, ohne Scheiß, ich würde spätestens jetzt, nach dem, was ich davor erlebt habe, mindestens mal nachschauen, was das ist. Der Experte. Der Be- Die sind, guck mal, die beiden Erwachsenen einfach beleidigt, die jetzt hier sitzen. So richtig beleidigt, so. Die ist beleidigt, weil er, ne, er ist beleidigt, weil sie doof ist. Und sie denkt sich jetzt, scheiße, ich muss das irgendwie lösen. Diese Pflanze sieht komisch aus. Hey, bleib ihnen der Nähe. Er macht Feuer, damit der Suchtruf sie findet. Ja, das kann sein, aber er hat eben gerade gesagt, Feuer hält Dinosaurier von hier fern. Ich meine, vielleicht weiß er es einfach nicht. Aber er ist halt der Dino-Spezialist, der Arzt hier in dem Park. Er sollte schon so ein bisschen Know-how wissen. Das Feuer, die vielleicht anlockt. Das wird zumindest in Jurassic Park 2 gesagt. Oder, wer sagt denn das in The Lost World Jurassic Park 2, dass Feuer Dinosaurier anlockt? Hey Dad, sind diese Dinosaurier anlockt? Wahrscheinlich nicht. Am besten halten wir uns von allem fern, was wir hier finden. Sarah Harding sagt das, dann ist die einfach ein Trottel vielleicht. Und ihr Papa hat Ahnung. Ich weiß es nicht. Es war einfach nicht, wahrscheinlich nicht drüber nachgedacht in dem Augenblick. Hast du einen Lieblings-Dino? Ja, ich würde sagen immer noch der Spinosaurus. Den finde ich ziemlich geil. Wenn du jetzt nicht so einen Mainstream-Dino meinst, der in Jurassic Park vorkam, dann würde ich sagen, natürlich trotzdem ein Fleischfresser. Aber der Akrokanthosaurus, den finde ich sehr mächtig. Und Pflanzenfresser, im Endeffekt der Tericinosaurus. Auch das lässt wieder so ein bisschen auf den Buchkanon eher schließen. Dass er sagt, okay, komm, Sognathus. Und ist ihm anscheinend auch so ein bisschen egal. Weil im Buch sind die ja auch mehr wie so Ratten auf der Insel. Da kamen mal irgendwie ein paar frei. Und seitdem vermehren die sich ja auf der Insel wie blöde. Und kommen dann auch aufs Festland. Vielleicht passt das Spiel doch mehr zum Buchkanon als zum Film. Nee, passt nicht. Weil Dennis Nedrys Tod wäre hier falsch. Das waren ja hier kleine Dilophosaurier. Im Buch war es ein großer. Müsste also in den Filmkanon irgendwie reingequetscht werden. Wie gesagt, mit Jurassic World passt das alles hier nicht. Das war auch nie als kanonisch gedacht gewesen. Sind diese Bären essbar? Ich hab Hunger. Diese Pflanze ist giftig. Schon eine Handvoll von ihren Bären kann ein paar einen Mann töten. Aber sie sehen so lecker aus. Nur ein paar... Ja, iss doch einfach eine. Komm, guck, was passiert. Wenn du Durchfall kriegst, dann ist es halt so. Kannst du einmal hinter den Steinen hier kacken, wo Papa sitzt. Glaubt ihr, so ein Spiel würde heutzutage noch ankommen? Oder meint ihr, dass Jurassic Park Survival die sinnvollere Lösung war? Das Ganze wird ja wohl mehr so ein First-Person-Open-World-Ding. Glaubt ihr, dass aber auch so ein Spiel, wenn das hier als Remake nochmal rauskommen würde, in diesem Point-and-Click-Ding, wäre das geil für Spieler? Oder meint ihr, das Ding ist vorbei? Das würde nicht mehr ziehen. Da zog sich die Aussage von Sarah, die auf die Zigaretten und die Nick angesteckt hat. Ja, aber die haben doch auch irgendwie ein Feuer gemacht. Kelly hat doch ein Feuer gemacht in The Lost World Jurassic Park 2. Dann haben die doch irgendwie panisch dann das Feuer gelöscht, erst noch Wasser drüber gekippt. Und da wurde doch irgendwie auch gesagt von Sarah, nehmt lieber Erde, weil Wasser erzeugt nur Wasserdampf. Und ich glaube, davor wurde irgendwas gesagt, der Rauch zieht Dinosaurier an. Und das Feuer mussten sie unbedingt ausmachen, auf jeden Fall. Und er meint jetzt hier, lass mal Feuer anmachen. Das beißt sich halt, das meine ich. Okay. Wir müssen jetzt mit Gesprächsverhandlungen beginnen, ihr Lieben. Da habe ich Talent drin. Können wir sie irgendwie treten? Rettungssystem ansprechen. Das Funkgerät sollten wir nicht ansprechen, weil da müssen wir rein. Wir reden mal unauffällig mit Papa. So, ganz unauffällig. Und schmieden einfach mal Pläne direkt vor ihren Augen. Du bist ziemlich still, Dad. Ja, ver... Musst ihr überlegen. Er versucht bestimmt gerade so einen Plan herauszufinden, wie er an ihre Waffe kommt. Er überlegt sich gerade so ganz viel und denkt sich, okay, die hat mich gerade nicht mehr im Visier. Und dann kommt einfach Tochter an und sagt, ey, Papa, warum bist du eigentlich so still? Planst du was? Hätte sie noch fragen müssen. Planst du was? Willst du sie ausknocken? Dad? Wollen wir sie gemeinsam treten? Ja. Okay, erst sollten wir gucken, dass wir Jessica vermitteln, dass sie die Schnauze halten soll. Geht das? Einfach so einen Mittelfinger zeigen, damit sie es merkt. Ich glaube, sie hat es nicht gecheckt. Ich glaube, sie wird jetzt einfach... Oh Gott, wir werden jetzt wegen Jessica sterben. Na gut. Gucken wir einfach mal ganz unauffällig ihre Waffe an. Einfach so hinstarren. Keine Dummheiten. Ja, scheiße. Okay. Ja, er will die Wunde nämlich doch noch anfassen. Ich wusste es doch. Er ist Arzt. Ärzte wollen immer Wunden erstmal anfassen und fragen, ob es weh tut. Natürlich will er mit dem Daumen da erstmal draufdrücken. Das ist ihm gerade wichtiger als die Waffe selber, glaube ich. Okay, was haben wir noch für eine Option? Wir müssen zurück zu... Nein, wir müssen mit ihr verhandeln. Moment, ich bin ja noch gar nicht fertig. Was kann denn Gary jetzt tun? Die Verletzung mal ansprechen. Bleib in der Nähe. Macht keinen Sinn. Die steht neben mir. Haben sie Familie. Machen wir einen auf den Einfühlsamen, oder was? Machen wir nämlich? Dann erfahrt ihr, glaube ich, jetzt mal die Backstory von ihr so ein bisschen, die auch sehr interessant ist. Das habe ich im Paar davor schon angesprochen. Sie hat was mit der umgesiedelten Ureinwohnerfamilie der Insel zu tun. Haben sie eigentlich Familie? Geht sie nichts an? Ich dachte nur, wenn sie vielleicht verstehen... Sie lieben ihre Tochter, nicht wahr? Ähm, ja, natürlich. Und sie würden alles dafür tun, dass sie sicher aufwächst. Ja, natürlich. Gut, dann tun sie genau das, was ich sage. Dann werde ich ihre Tochter auch nicht ersießen. Sie reden mit Jess, als hätten sie selbst eine Tochter. Was? Seien Sie still. Denken Sie an Ihre Tochter und Sie werden verstehen, was Sie... Seien Sie endlich still. Sei still, sei still. Die meint es ernst. Die meint es ernst. Sie sind gar nichts über mich. Wir sind nicht simpatico, comprende? Kein Wort mehr, sonst werde ich Sie ersießen und Sie den Bestien zum Fraß vorwerfen. Ich würde sagen, wir reden trotzdem weiter. Wir provizieren. Das war doch nicht böse gemeint. Seien Sie einfach still. Oh. Okay, okay. Ich verspreche es. Nur tun Sie uns nichts. Können wir nicht einfach so giftige Bären in den Mund werfen? Oh Gott, ich habe nicht draufgeklickt. Das war mein Fehler. Die dreht direkt durch. Ja, ich dachte auch nicht, dass sie direkt Jessica, also einem Kind, einem 14-Jährigen, die den Kopf wegpusten will, wenn ich sie frage, wie es ihrer Familie geht. Den habe ich jetzt auch nicht kommen sehen. Ist ein bisschen übertrieben wahrscheinlich. Aber ich sollte trotzdem aus Gründen nochmal nachhaken, weil ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt gerade hätten das, hätten wir sie abnehmen können. Wegen ihrer Tochter. Ja, komm, wir bleiben einfach dran. Ich meine, sie wollte ja Jessica die Pistole auf die Birne setzen und nicht mir. Von daher, das kriegen wir hin. Wegen ihrer Tochter. Fragen Sie nur weiter. Okay, gut, Sie haben recht. Ich wollte nur, ich hätte nichts sagen sollen. Okay, ich will doch bloß verstehen. Das müssen Sie nicht verstehen. Tun Sie einfach, was ich sage und alles wird... Rassiershaumdose, Rassiershaumdose. Ich werde... Ganz ruhig. Okay, okay, tut mir leid. Ich werde es nie wieder ansprechen. Bitte. Ja, genau. Mann, ist die blöd. Wann hätte sie denn zwei Liter Cola trinken sollen? Okay. 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 Schwach. Schwach. Ach so, da unten steht es doch. Schwach. Wir brauchen aber stark, ne? Hatte ich nicht aber auch in irgendeinem Handbuch den, äh, die Frequenz stehen gehabt? Okay, da haben wir es auf jeden Fall. Ha! Kann mich irgendjemand hören? Bitte identifizieren. Over. Hey, hi. Ähm, ich bin Jessica Harding. Ich und mein Dad sollten gerettet werden, aber hier ist eine Frau mit einer Waffe. Ich glaube, sie will mit uns nach Norden. Können Sie beschreiben, wo Sie sich befinden? Gibt es Gebäude, Straßen, Orientierungspunkte? Bäume, Wald, Stein, Insel. Orientierungspunkte. Wie Ellen Grant sagen würde am Fluss. Viele Bäume, viel Erde und so. Sie sagt das wirklich. Oh, aber mein Dad hat ein Feuer gemacht. Sie können den Rauch vielleicht sehen, wenn Sie... Hey, was glaubst du, was du da tust? Ähm, ich wollte nur meinen Freund anrufen. Hey, stupido. Bitte nicht, das ist alles meine Schuld. Ich will sie wirklich nicht töten, aber wenn ich muss, dann werde ich keine Sekunde lang zögern. Comprende? Was ich zu verlieren habe, ist viel zu wichtig. Na los, gehen wir endlich weiter. Sollten wir ihr sagen, dass wir ihr das Leben ein paar Mal gerettet haben? Sollte man das vielleicht erwähnen? Ich habe sie dreimal vergessen. Gut, das ist fair, aber trotzdem lebt sie ja noch. Aber mein Dad hat ein Feuer gemacht. Sie können den Rauch vielleicht sehen, wenn Sie... Hallo, was ist passiert? Waren Sie das? War das die Hardings? Ja, das Mädchen. Hat sich nicht gut angehört. Das Mädchen meinte, sie sind nach Norden unterwegs. Also fliegen wir in die Richtung und schauen, was wir finden. Keine Ahnung, Yoda. Vielleicht war das Mädchen im Schockzustand. Ich sehe einfach nur Wald. Ich weiß nicht, wie die jetzt hier was rauserkennen können. Ob wir sie so weit provozieren können, dass sie sie wirklich erschießt. Das hätte ich auch gerne gesehen, aber ich glaube, das geht nicht. Ich muss hier mal ganz kurz... Ich habe hier nämlich ungefähr einen Liter Spezi vor mir stehen in so einem Kerzenglas. Und auf die Frage, warum ist da Spezi im Kerzenglas, werde ich nicht antworten. Ich hoffe, das klappt jetzt hier. Da ist auf jeden Fall alles safe. Hier ist auch alles safe. Ne, doch nicht. Da ist eine Klippe. Nein, aber sie meinte, sie wäre nach Norden unterwegs. Vielleicht sind sie auf dem Weg zur Küste. Was für eine Spezi, die ganz normale. Wir hatten zu unserer Hochzeit, haben wir so ein paar Kästen einfach Softgetränke. Da ist Woody Woodpecker, guckt mal. Hatten wir so ein paar Softdrinks halt geholt für die Gäste. Aber ich selber, ich trinke eigentlich nie so süß Getränke. Und meine Frau meistens dann eben nur Zero oder so. Jetzt haben wir halt dann auch voll viele von dem Kram da. Und ich dachte mir halt heute, heute mache ich mal einen rebellischen Abend und trinke einfach mal so eine Spezi. Heute bin ich krass drauf. Ähm, ja. Keine Spur von ihnen, nur Bäume. Sobald du sie vergisst, hält sie einem eine Waffe einfach ans Gesicht. Ja, die ist ein bisschen... Die kriegen wir aber noch. Die kriegen wir noch in die richtige Richtung. Äh, von Rauch hat Jessica gedeiht. Da hätten es wirklich Rauch. Ich wollte gerade sagen, als ob man den Rauch sieht. Den sieht man tatsächlich. Da vorne ist Rauch. Auf. Glaubst du, sie geben uns Zeichen? Ich dachte, wir hätten es mit einer Geiselnahme zu tun. Was war das? In diese Richtung. Helikopter. Warum zum Teufel sollten sie das tun? Oh, der gibt es. Ich nehme einfach einen Kick dem Helikopter. Oh nein, bitte. Muss ich jetzt nichts machen. Wieder in purer Hektik, ey. Nur weil so ein Scheiß-Tirano nur einfach dem Scheiß-Helikopter so einen Roundhouse-Kick gegeben hat, stürzen wir jetzt ab. Ey, da zahlt wirklich jemand Millionen... Ich hab das auch gedrückt. Millionen von Dollar für diese Spezialeinheit hier. Und die haben kein Licht mit dabei. In Dunkelheit. Und der Helikopter stürzt ab, wenn ein Flugsaurier dagegen tritt. Oscar war einfach abwesend. Der ist halt zu krass. Das ist auch für den gerade keine gefährliche Situation. Oh nein. Oh nein. Oh die... Moment. Da kann ich nix dafür. Meine Maus ist einfach rausgegangen. Ich... Das war... Also... Nee. Das zählt nicht. Tut mir leid, Komter. Ich muss mal kurz übernehmen. Ich glaube, ich muss die gleich mal anstecken an... an Kabel. Ich muss gucken, ob es jetzt geht. Da kann ich eben nix dafür. Ich höre. Komm schon, ja. Ja, jetzt geht's. Okay. Ja. Ja, die Maus ist mir mal sagen wir runtergefallen. Und seitdem ist die manchmal irgendwie so ein Knacks weg. Jetzt habe ich nur Silber bekommen. Jetzt könnte ich die gerade wieder gegen die Wand schmeißen. Oh Mann. Ingen wird stocksauer sein, wenn sie die Rechnung hierfür bekommen. Hätten halt eine Pterodaktylus-Versicherung abschließen sollen. Geranodon-Versicherung. Was? Kannst du das reparieren? Äh, klar. Gib mir einen Monat. Du hast eine Stunde. Das Tape. Im Überlebens-Kit. Das Tape, geil. Das ist wie meine Werkstatt fürs Auto auch im Alter zusammengeklebt. Das ist so der klassische Action-Filmsatz, ne? So, ich brauche einen Monat, um das Ganze zu reparieren. Und dann die Antwort, nein, du hast zwei Minuten. Und ich habe schon gesehen. Ey, wir kommen heute noch zu dem, zu dem, äh, Achterbahn-Rätsel, wie ich sehe. Ihr müsst euch schon mal darauf vorbereiten, mir dann gleich zu helfen, wie das geht, weil ich weiß es nicht mehr. Kann sein, aber die Stelle, an der du das Feuer gesehen hast, ist noch ziemlich weit weg. Außerdem höre ich jetzt nichts mehr. Los, weiter geht's. Achterbahn-Rätsel ist eigentlich easy. Ja, dann bleib nochmal bitte am Start. Wenn du das nämlich kannst, dann kannst du mir gleich sagen, wie ich es machen muss, weil sonst brauche ich da wieder Ewigkeiten für. Was ist deine Meinung zum neuen Jurassic Park Survival? Da wir es ja noch nicht wirklich gesehen haben und sämtliche In-Game-Szenen, die wir bekommen haben, ja alle nur Alpha-Szenen waren, kann ich es dir nicht wirklich sagen, aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich bin kein Fan von Open-World-Spielen, aber ich glaube, ich liebe Jurassic Park genug, um ein Open-World-Spiel auf einer Isla Nubla extrem geil zu finden. Und das dann noch in VR. Wenn das noch in VR rauskommt, dann holler die Waldfee. Dann kann ich in die Vergangenheit reisen und dem dem 10-jährigen Tobi sagen, glaub mir, es geht wieder bergauf. 2024, nee, 25 soll das Spiel eventuell rauskommen. Vielleicht sogar 26. Da wird es wieder besser. Keine abgeknickten Zweige. Wenn sie hier entlang kamen, haben sie keine Spur hinterlassen. Ja, da vorne ist, nee, das Feuer ist hier und hier haben wir auch sehr viel Blut. Hey, hier ist Blut. Das wird ja immer besser. Ja. Denn die Frau mit der Rasiersaumdose hat sich leicht verletzt. Hier sind ein paar frische Spuren, Oscar. Ich tippe auf Saurier. Der Dropkick nicht einfach. Es war wirklich ein Dropkick, ne? Oh, Mann. Er hat ein Dino-Ei getreten. Was ein Idiot. Oh, Mann. Oh. Schon wieder verkackt. Aber noch am Leben. Ey, das ist... Ich hasse diese Pfeile, wenn die erst nach oben und danach nach links oder rechts zeigen. Da hast du kein... Ja, okay, tot. Da hast du einfach keine Chance. Wenn du da zu lange nachdenkst, du musst einfach wissen, was passiert. Das ist auch ein bisschen blöd. Sonst triffst du diesen Pfeil nicht. Ey, ich hab doch gedrückt. Ich habe... Ich schwöre, ich habe gedrückt. Ich glaube, ich hab meine Finger einfach nicht richtig auf dem S, W und so. Ich kann jetzt aber auch nicht gucken. Ich kann nicht gucken. Ich muss gucken. Scheiße. Ich hab den Finger nicht auf dem A gehabt. Mann. Erwürge ihn. Erwürge ihn. Erwürge ihn. Ich bin so ein kerottenschlechter Tastaturspieler. Das ist so krass. Oh. Gib ihm einen Kick. Gib ihm noch so einen... Wo ist eigentlich Oscar jetzt gerade? Können wir das bitte mal kurz klären? Ja, ja. Alles okay? Oscar, Gott sei Dank. Dachte schon, mit mir was was. Hupala. Ich sagte doch, sei vorsichtig. Was ist das überhaupt für ein Viech? Was es auch ist, ich mache es alle. Hey, hey, beruhig dich großer. Es ist vorbei. Vorbei. Lass es gut sein. Schau's dir doch an. Du hast gewonnen. Oscar ist einfach so krass, dass er eine AK in der Hand hat und einfach noch ein Messer zieht, weil er weiß, damit ist er einfach noch krasser. Hast du Lust auf die Schlacht der Rohirrim? Ja, ich gebe der ganzen Nummer eine Chance. Ich bin jetzt nicht so der größte Anime- und Animations-Ding-Fan und ich finde auch, dass so eine Anime-Optik nicht zwingend zu Herr der Ringe passt. Die wollen damit eine andere Zielgruppe noch ansprechen? Ja, aber ich weiß es halt nicht. Ich hätte genau sowas hätte ich halt voll gerne in Live-Action gesehen. Und der Trailer sah mir auch ein bisschen zu Anime-lastig aus. Habt ihr Bock drauf? Ich meine, es spielt zumindest in der Peter-Jackson-Timeline. Das ist schon mal positiv. So wie The Hunt for Gollum. Auch das ist sowas, wo ich mir denke, ey, warum einen Film über Gollum machen? Was soll das? Die Achterbahn, juhu, ja. Für nichts mal aufheben, das wusste ich nicht. Die Fahrgeschäfte sind nicht fertig. Das ist die Wahrheit, die nehmen wir auch. Die Achterbahn sind noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Du solltest Wo ist mein Kerzenglas? Der Pfad war in Stein gemeißelt und uralt. Er hat viele Stürme und Erdbeben überlebt. Hören Sie, es ist zu spät für einen Umweg und zu gefährlich, den Weg zurückzugehen. Benutzen Sie das Funkgerät. Kontaktieren Sie das Rettungsteam. Das ist unsere beste Überlebenschance. Da unten. Wir können dieses Vehikel benutzen, um runter zum Ausgang zu gelangen. Wir fahren damit? Der Häbel hier. Sieht aus, als könnten wir die Schienen damit Richtung Ausgang stellen. Ja, aber das ist der Notfallhebel. Außerdem ist es doch offensichtlich, dass das Ding noch nicht fahrtüchtig ist. Es scheint der einzige Weg zu sein. Wenn Sie keinen sicheren Weg nach unten finden, muss ich Sie runterstoßen. Wenn ich Strom hätte, können Sie die Achterbahn und die Ohren vielleicht in den Wartungsmodus schalten. Er stellt die Schienen um, genauso wie der Notfallhebel. So können die Mitarbeiter die Schienen betreten, um zu arbeiten und Sachen zu reparieren. Aber ich sehe gar keine Wagen auf der Hauptschiene, Dad. Salten Sie den Strom ein. Wir fahren also? Ja, es wird langsam dunkel. Wir können den Weg nicht zurückgehen. Und es klingt, als machen sich die Dinosaurier bald auf die Jagd. Auf die Jagd? Nach uns? Noch sind sie relativ weit weg, aber wir sollten trotzdem nicht mehr lange hierbleiben. Hören Sie, wenn wir es Leben bis zur Küste schaffen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Verstanden? Und du kommst mit mir mit. Wir schaffen ein paar Wagen auf die Szene. Kann nur besser werden als Ringe der... Ich fand Ringe der Macht jetzt gar nicht so dramatisch. Staffel 1 war nicht so, aber Staffel 2 war wesentlich besser. Jetzt müsst ihr mir bei dem Rätsel hier helfen. Tizian, du wolltest mir jetzt helfen. Also, oh, er hat schon geschrieben, du bist ja krass drauf. Vielen Dank dafür. Ja, Ringe der Macht, was mich da am meisten stört, ist einfach, dass sie Sauron zu einem Schönling gemacht haben. So ein Surfertyp ist das. Das finde ich total bescheuert. Aber in Staffel 2 war er dann auch wirklich der Annatar gewesen. Das war schon besser. Aber, keine Ahnung, die, wer weiß nicht. So, also, Wagen 3 zu Wagen, ich muss erst mal ganz kurz checken, wie es überhaupt funktioniert. Moment. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, passiert was. Dann dreht sich das. Okay. So suchen sie also die Wagen aus. Ja, das haben wir schon mal richtig, glaube ich. Du hast eben gerade geschrieben, geschrieben, Wagen 3 zu Wagen 2. Das heißt, der Wagen muss jetzt hier rein. Das machen wir mit dem. das Gerüst. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist doch viel zu schwer. Ähm. Ja, der muss jetzt wieder da rein. Wie geht das? Moment. Ach so. Ja. Chill doch mal. Das muss doch Dings machen. Das muss Jerry machen, ne? Meine ich. Mit seinem komischen Kran. War das nicht so? Moment, da haben wir den Kran. Da fehlt noch was davor. Dann benutzen sie ihn. Ey, Twitch-Chat, ich kann jetzt ganz kurz eure neuen Nachrichten nicht lesen, weil ich auf der Nachricht hier von Tizian, äh, ich hab die jetzt hier festgetackert, damit ich sehe, wie das Rätsel funktioniert. Also. Das machen wir nach da. Dann machen wir das runter. Dann. Ach nee, sorry, ja, nicht ausrasten. Da muss, ähm, Jessica das erst dran machen, glaube ich, ne? Wir müssen hier so ein Teamwork vortäuschen. Das war's gewesen. Gehen wir da drauf und nehmen, wo ist sie? Da oben ist sie. Kann sie das machen? Da ist es doch. Cool. Beleidige sie für diese dämliche Frage. An dir selbst ist asozial, ne? Ja. Ja, ich kann dich einfach dranhängen und verhungern lassen. Mach dich an die Arbeit. Ey, die mussten immer noch einen draufsetzen, gell? Du kannst die asozialsten Antworten aussuchen, aber sie muss grad nochmal einen hinterher setzen. Komm, mach einfach, was sie will. Komm, wir machen. Damit können wir was anfangen, oder? Schiene, Gerüst. Ja, komm. Häng ihn ins Gerüst ein, dann können wir es mit dem Kran von den Zinnen heben. Geht doch, guck mal. Ohne sie noch zu beleidigen. Ey, also ich würde sagen, dass wir nicht mehr mit den Schienen fahren. Aber das ist ja auch nur meine Meinung. Jetzt muss die Nummer 3. Oh oh. Wo ist die Nachricht? Wo ist die Nachricht? Wo ist die Nachricht? Da. Waggon Nummer 3 muss zu Nummer 2. Das machen wir jetzt hiermit. Das ist richtig, Jessica. Das ist vollkommen richtig. Sieht, kann das ja nur drehen hier oben, oder? Es passen keine Wagen auf die Schiene. Ich muss erst welche runterbekommen. Sekunde, ich hab's sofort. So. Aber warum hat die Drehplattform Strom und der Rest der Achterbahn nicht? Das ist egal. Strom oder irgendwas anderes hat gestern die Stromnetze beschädigt. Die Versorgung ist an manchen Stellen unterbrochen. Sie hatte bestimmt keine leichte Kindheit. Kann man so sagen, ja? Wenn dein gesamtes Volk von einer Insel vertrieben wird, damit ein alter Milliardär einen Park drauf aufbauen kann, ist das vielleicht ein Grund, nicht ganz so gut drauf zu sein. Wenn man auf dieser Insel dann ist und sieht, dass der alte Mann hier einfach einen Freizeitpark draus gemacht hat mit einer scheiß Achterbahn, die nicht mal richtig funktioniert. Vielleicht war sogar hier ihr Haus gewesen damals. Wer weiß. Aber ich glaube, ähm, ja, hier hat schon ein bisschen was mitgemacht. Dann drehen wir das jetzt mal weiter. Wo haben wir es denn? Baustellenfahrzeug zurück zu den Baustellenfahrzeug danach. Okay, 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 okay. Dann drehen wir das erst mal nach hier und bringen das Baustellenfahrzeug zum Baustellenfahrzeug. Ist nicht so schön. Ja, das kann man, das kann man so sagen. So. Moin Daniel. Wie geht's, wie steht's. Dann bringen wir auch das noch mal zurück. So. Baustellenfahrzeug zu Baustellenfahrzeug, sodass Wagen 1 alleine ist. Nimmst Wagen 2 und 3 und die beilegenden Baustellenwagen. Warte. Nimmst Wagen 2 und 3 und einen Baustellenwagen, egal welchen oder was, okay. Ähm, den krieg ich dann. Aha, es funktioniert. Okay, das ist echt ziemlich cool. Es passen aber nur drei Reihen, ne? Oder? Bin ich doof. Warte. Nimmst Wagen 2 und 3 und einen belieggebigen Baustellenwagen. Baustellenwagen. Es passen vier Reihen, okay, sehr gut. Dann, äh, okay. Also nehmen wir den noch mit rein. Und drehen das noch mal. Gibt es das Game im Steam? Ich glaube nicht mehr, ne. Du kannst dir aber, das ist saublöd gemacht, du kannst dir es noch bei Ebay oder so als CD bestellen. Ich habe es auch als CD hier. Wenn du es installiert hast, wird es automatisch dann bei Steam installiert. Und da kannst du doch immer ohne CD zocken. So, das haben wir jetzt gemacht. Wie geht es weiter? Ein beliebigen, das haben wir gemacht. Baustellenwagen und Wagen 3 in einen Slot. Gut. Dann drehen wir das hier mal weiter. Und noch einmal weiter. Und Baustellenwagen und Wagen 3 in einen Slot. Es passen keine Wagen auf die Schiene. Ich muss erst welche runterbekommen. Warte mal. Wagen 2 und 3 in einem beliebigen Baustellenwagen und Wagen 3. Aber Wagen 3 ist der in der Mitte, ne. Okay, dann machen wir erst mal das hier rein. Wagen 2 auch nochmal da rein. Und den hole ich aber gleich wieder. Okay, ich glaube, ich habe es gecheckt. Vielen Dank für die Hilfe, aber es müsste jetzt eigentlich, glaube ich, so funktionieren. Ja. Wagen Nummer 3 nochmal rein. Jetzt hole ich Wagen Nummer 2 wieder. Danach Wagen Nummer 3 und dann habe ich sie alle richtig rum. Vielen, vielen Dank, lieber Tizian, für diese Kompaktlösung, die ich spätestens in einem Jahr wieder abfragen werde. Na, aufkommen. Ich werde da sein. Das ist sehr schön. Vielen, vielen Dank. Nee, natürlich nicht. Warum sollte auch ein T-Rex auftauchen? Ist ja schon dreimal passiert. Ähm, wie gehen wir nach da hinten? Da war auch irgendwas. Oh, ey, die ist zu krass, die Frau. Die ist zu durch mit der Welt. Sie bleiben hier. Sie bleiben hier. Du gehst. Okay, und wonach soll ich suchen? Nach einem Kraftwerk. Such nach Türen. Ja. Hier haben wir erstmal den Bone Shaker. Geiler Name. You must be this tall to ride. Bone Shaker. Mal gucken, ob ich's rideen könnte. Ja. Na klar, denn im Jurassic Park wird Sicherheit groß geschrieben. Ja. Siehst du, die achten schon drauf. Hier, keine Kosten gescheut. Mr. DNA. DNA. Das ist wichtig. Wer von euch da draußen dürfte nicht mit dem Bone Shaker fahren? Seid mal ganz ehrlich. Wer von euch wäre hier disqualifiziert? Würde es trotzdem machen. hier ist nichts. Dann versuchen wir es doch da hinten. An der letzten Platte. Sie denkt, sie wäre so krass wie Oskar. Das kann aber auch sein, ja. Dad, hier sind Türen. Ist das hier das Stromding? Sieht ganz so aus. Öffne sie und leg den Hauptschalter um. Äh, die Scheiben müssen wir jetzt klein kriegen. Dann suchen wir mal einen Stein. Aha. Hey, was machst du da? Komm schnell hier rüber. Okay, tut mir leid. Die will mich doch komplett verarschen. Du, nein, wir nehmen jetzt diesen Stein. Hey, was machst du da? Komm schnell hier rüber. Okay, tut mir leid. Oh, ist die bescheuert, die Alte. Die geht mir so auf die Nerven. Na gut, dann ziehen wir das Rätsel nochmal ein bisschen in die Länge, weil wir jetzt erstmal noch zu Mrs. Rassiersraumdose rüber müssen. Vom, gucken, was sie will. Für dich immer noch Jessica. Du hast mir vorher eine Waffe an die Stirn gehalten. Da ist nix mit Jess. Ist das der Ernst, dass wir jetzt, jetzt stehe ich wieder hier? Ist die doof? Okay, können wir irgendwie mit dem Kran einfach so dieses, diesen Haken ins Gesicht steuern? Geht das? Geht das? Nee. Schade. Aber was können wir denn hiermit noch machen? Wir können noch weiter nach da sogar. Gab es da eine Verwendung hier? Nee. Nee. Oder? Nee. Oh, ach, Entschuldigung, wir müssen hier hin. Ja, verzeih. Keine Kosten gescheut. Das sind die Hauptschalter für die Achterbahn. Von hier aus sollte ich den Wartungsmodus einschalten können. Ich bin 15, also dürfte, das ja prüfen wir gleich nochmal. Das gucken wir. Da wird nicht aufs Wort verlassen, wir testen das gleich. Denn hier wird Sicherheit groß geschrieben. Außer bei den Elektrozäunen und bei den Mitarbeitern. Da ist uns das scheißegal. Lasst uns einen Mitarbeiter suchen, der richtig viele Geldschulden hat und den an die Sicherheitsmaßnahmen setzen. Gut, die Wagen stehen richtig auf der Schiene. Jetzt brauchen wir nur noch Strom. Wir haben noch keinen Strom. Wir können nicht weitermachen, bis er wieder da ist. Ich will nichts sagen, aber einer von uns dreien war eben gerade auf dem Weg Strom zu machen. Was übersehen wir hier? Du musst die Tür mit dem Kran aufhebeln? Nee, oder? Ich muss doch die Tür mit dem Stein einschlagen. Die Fenster, oder nicht? Ich meine, ich muss die Tür mit dem Fenster einschlagen. Fenster mit dem Stein einschlagen. weil der Kran, der geht ja nicht so weit, der geht ja nicht bis zur Tür nach hinter. Probier's mal aus, warte mal. Nee, das ist zu weit weg. Ich teste es, komm. Aber ich glaube, das ist, äh, das ist nicht richtig. Ich meine, das war der Stein. Erst den Stein, dann den Kran, okay. Aber warum hat die Alte mich denn eben weggerufen, als von dem Ding hier? Da war ich ja eben schon mal und hab's versucht, den Stein aufzuheben. Da hat die mich zu sich gerufen. Hey, was machst du da? Komm schnell hier rüber. Okay, tut mir leid. Was hat sie für Schmerzen? Dann müssen wir es erst testen. Die Türen sind verschlossen. Ah. Ich hab keinen Schlüssel. Schon okay. Ich schlag einfach die Scheiben ein. Jetzt geht's erst. Okay, wir müssen erst herausfinden, dass die Tür geschlossen ist, oder? Ja, das ist natürlich sauerdum. Aber jetzt geht's. Damit sollte ich reinkommen. Ja, ja, nur sie hat ja eben gerade, hat sie mich immer gerufen, wenn ich den Stein aufheben wollte. Super. Wer von euch hätte das Fenster aus der Entfernung trotzdem nicht getroffen? Ich hab mal bei einem guten Kollegen damals, ähm, da waren wir noch voll jung. Oh, Entschuldigung, geht immer noch nicht. Okay, ich kann reingreifen. Ähm, wo nach muss ich suchen? Da sind zwei große Schalter drin, Jess. Aber so kommst du wahrscheinlich nicht dran. Da wollten wir Wasserballons aus dem Fenster schmeißen auf die Straße runter. Und weil er wusste, dass ich nicht ganz so zielsicher bin, bin ich direkt vors Fenster gegangen. Also das Fenster war ohne Scheiß, das war vielleicht so zwei Armlängen von mir entfernt. und das ist eine wahre Geschichte. Ich hab es trotzdem nicht geschafft, den Wasserballon aus dem Fenster rauszuwerfen. Ich hab den einfach so losgelassen und der ist so nach oben gegen die, ähm, Leiste am Fenster geflogen und alles ins Zimmer rein. Ja. Okay. Dann, äh, machen wir jetzt den hier runter wahrscheinlich, Sei vorsichtig, Jess. Was hast du mit dem Haken vor? Ich hätte, glaub ich, auf die andere geworfen, einfach aufs Prinzip. Ich hätte dann gesagt, oh, Entschuldigung, war keine Absicht. Ähm, jetzt machen wir jemanden nicht so. Ich habe einen Plan. Seht und staunet. Okay, Dad, du bist dran. Alle zurücktricken. Super. Hm. Du brauchst Aim Assist in real life. Das wäre echt super, ja. Brauche ich halt wirklich. Willkommen im Knochenrüttler. Sieht aus, als hätten wir Strom. Boah, cool. Okay, komm zurück. Ich würde trotzdem nicht mit der Achterbahn fahren, ich sag's nur so. Jetzt müssen wir den Stromer enthalten, damit sie mal ein bisschen vorangeht. Da war der Strom. Wir drücken direkt auf. Okay, Entschuldigung, verzeih. Was meinst du mit sollte? Also, ist das nicht so ein Punkt, wo die Aussage nicht sein dürfte, es sollte funktionieren? Das ist wie wenn du in den Flieger steigst, der Pilot sagt, es sollte nichts passieren. Wir sollten eigentlich in die Lüfte kommen. Theoretisch. Sollte das Funkt... Man sollte sich sicher sein, finde ich, bei sowas hier. Wow. So, das wär's. Die Achterbahn ist im Wartungsmodus und hoffentlich sicher. Sie wird langsam fahren. Na los, je schneller wir an der Küste sind, umso schneller ist das hier vorbei. Ah. Oh, oh. Oh Gott. Ich hasse den Moment. Wir werden jetzt wieder ein paar Mal sterben, ich sag's nur. Jetzt kommen wieder Pfeile, die in eine Richtung zeigen. Wir müssen die Spur wechseln. Clever. Boah, das hätte mir fast den Schädel abgeknallt, ey. Nein. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Es sollte funktionieren, Jerry hast du richtig gut gemacht. Raptor, äh, raptorähnliches Tier, raptorähnliches Tier. Einer weniger. bleib unten. Ja, der Bone Shaker ist wirklich sehr intensiv, das kann man definiert. Ach, du Scheiße. Hm. Stimmt, du hast ne Waffe, du dämliche Kuh, ey. Was macht sie? Warum schießt sie nicht einfach auf die... Äh. Nee. Wenn wir das Vieh einfach abschießen, einfach abschießen. Ja, genau, noch drei Pfeile auch noch. Super. Der war gut. Der war sehr gut. Ja, Jerry, hau ihn ins... Ja, dankeschön. Ey, da fehlt ein Stück Schiene. Dead. Okay, mein Schatz, wir sind in Sicherheit. Hm. Raus hier, sofort! Ja, wir werden alle sterben. Naja, ist ja egal. Ah, komm schon! Oh Gott, The Lost World Flashbacks. Und es ist wieder eine Harding, die unten hängt. Es liegt in der Familie, das wird vererbt, die ganze... Wir haben keine Zeit! Gell, kannst du einfach zur Hilfe kommen? Was machst du jetzt mit dem Kran, du blöde Kuh? Ich hab dich! Ah, danke. Ich guck, Yoda muss kommen. Yoda muss kommen, die andere ist immer noch beim Kran und guckt. Die heißen... Ja, ja, ich werde... Ich denke aber auch, jedes Mal es kommen mir wirklich Raptoren vor, aber die kommen erst viel später. Danke, Oskar. Danke, danke schön. Und jetzt? Gott segne einfach, Oskar, wirklich. Machen wir eine kleine Spritztour. Einmal und nie wieder. Wisst ihr, dass alles, was wir eben gerade gemacht haben mit der Achterbahn zu nichts geführt hat? Also, es hat nichts, äh, nichts davon. Wir sind jetzt wieder am selben Punkt wie davor, aber wir müssen jetzt doch woanders lang gehen. Jetzt wird's gar auch so ein geiles Ding hier, ey. Die ganze Dr. Sorkin-Storyline ist auch so gut. Dr. Harding. Ach, Gott sei Dank sind Sie in Sicherheit. Ich habe mir große Sorgen gemacht, nachdem der Kontakt abgebrochen ist. Wir hatten einen ereignisreichen Tag, Dr. Sorkin. Jede Wette. Im ganzen Park sind Systeme ausgefallen, Saurier laufen frei herum. Wirklich ein Spaß für die ganze Familie. Hey, keine Sorge. Wir sind hier draußen geografisch recht gut vom Rest der Insel abgeschnitten. Hier gibt es nur Pflanzenfresser. Was geht hier vor sich? Es gab ein paar Komplikationen. Wer sind Sie? Oskar. Einfach Oskar. Wir arbeiten für Injun. Wir sind die Band. Das ist so ein süffisanter, blöder Spruch. Den sagen wir nicht. Wir sind hier, um sie zu retten. Nö, wir sind auch nicht so freundlich. Wir arbeiten für Injun. Schaut Sie kennenzulernen, Dr. Sorkin. Injun schickt uns zur Evakuierung der Insel. Ich bin Billy Yoda. Also um das gleich klarzustellen. Ich gehe nirgendwo hin. Dieser Teil der Insel ist ziemlich abgelegen und sehr weit von den Raubsternern. Jetzt haben wir zwei von den Zicken. Es wird ja immer besser. Das ist keine gute Idee, Mann. Aber da Sie schon mal hier sind, könnten Sie damit anfangen, die Stapel an Injun-Papierkram einzuladen, die hier so viel Platz wegnehmen. Ey, das Kind in der Story ist die einzig vernünftige. Und Oskar. Sie steigen jetzt entweder friedlich in den Hubschrauber oder ich schlag Sie persönlich K.O., fessel Sie und werf Sie rein. Ja, okay, vergess, was ich gerade gesagt habe. Das... ...durch so viele Gerichte schleifen, dass Sie die nächsten Jahre Gesetzestexte lesen werden. Das ist typisch deutsch. Ich zeige dich an. Das ist... Das ist jetzt richtig deutsch. Wenn man das schneller von dieser Insel bringt, helfen wir Ihnen mit den Kisten. Wo sind Sie? Da drüben, am Lager. Du hast die Dame gehört? Hey, kann ich helfen? Lass die helfen kommen. Das ist die Einzige, die irgendwie noch ein bisschen Verstand hat. Lass sie mitkommen. Klar, warum nicht? Oh je, sei bloß nicht zu enthusiastisch. Obwohl, Judah geht auch noch. Das ist eine ziemlich tolle Sache. Ich sollte eine Kistenschleppartig schmeißen. Danke, dass Sie uns gerettet haben. Das ist mein Job. Das und anderer Leute Kram zu schleppen. Ich könnte ein paar Oh, Sky ist ein Macher. Ja, richtig, richtig. Oh, Sky ist ein Macher. Ja, oder? Ich wurde fast fürs Blaumachen vom Unterricht ausgeschlossen. Mom hätte mich umgebracht. Tja, wir haben alle unsere Probleme. Oscar würde aber auch, also wenn Oscar ihr jetzt eine verpasst hätte und danach vor Gericht müsste, würde Oscar aber auch mit dem Richter in den Ring steigen. Ist das dein Ernst? Was? Ich mache eine Pause. Gute Idee. Bloß nicht über Anstrengen. Also, warum hast du Dr. Sorkin eigentlich nicht gesagt, warum wir von der Insel verschwinden müssen? Vertrau mir, wenn wir die verärgern, macht sie uns noch mehr Schwierigkeiten. Und was machen wir dann? Wir setzen unseren Charme ein. Ich brauche nur ein paar Informationen über diese Frau. Über ihre Vergangenheit. Was so in ihr vorgeht. Wenn ich nur das Richtige sage, wird sie am Schluss sogar denken, dass es ihre eigene Idee war, die Insel zu verlassen. Hey, kann ich eine schnorren? Okay. Jetzt fängt die auch noch an, durchzudrehen. Aber ist cool. Ist cool. Wir haben jetzt einfach einen Haufen labiler, labiler Menschen auf einer Insel, die jetzt zusammenarbeiten müssen. Was soll schon passieren? Wie viele Kapitel gibt es in dem Spiel? Vier. Wir sind immer noch im Zweiten. Jedes Kapitel dauert so ungefähr zwei Stunden. So Pima Daumen, ein bisschen mehr, wenn ich spiele. Hätte die Frau dort gelassen, würde mein Leben nicht riskieren, um gegen den Willen einer Frau anzukämpfen. Da verlierst du auch meistens, aber wir müssen sie ja trotzdem retten. Das ist ja nicht so, dass wir einfach zurücklassen könnten. Wir müssen ja trotzdem versuchen, außerdem versuchen die zwei ja nicht unbedingt, sie zu retten, sondern die haben ja auch noch im Hinterkopf, da ist ja noch eine andere Mission am Stößel. Lasst uns erst mal gucken, was in den Kisten drin ist. Ich heb die Dinger nicht hoch. Die wiegen doch bestimmt Tonnen. Ich dachte, wir sollten hier nur Aktenkartons herumtragen. Oskar denkt sich gerade, ach nur Tonnen, wie er wegguckt. Seht euch mal Oskar an. Der denkt sich gerade, ach nur Tonnen. Das ist ja easy. Das ist zum Aufwärmen gedacht. Ich glaube, wir müssen erst mal die Akten. Also, wer hat Lust, die Kisten zum Hubschrauber zu schleppen? Ich auch nicht. Also, Oskar ist aber faul, oder was? Oskar wirft die einfach rüber, du Dr. Sorkin, ins Gesicht. Riecht wie ein Fass voll nassem Hundehaar. Aber echt? Keine Ahnung, warum die Sauere das Zeug fressen. Okay, dann versuchen wir es auf diplomatischem Weg. Das klappt ja immer in diesem Spiel. Reden wir mit den Leuten. Wartet hier. Ich rede mal mit Sorkin. Das wird bestimmt funktionieren. Äh, was soll ich machen? Brauch eine Zigarette. Dann wühl dich mal durch diese Kisten und schau, ob du was Interessantes über Dr. Sorkin findest. Cool. Ah. Er will sie erpressen. Ich verstehe. Ja. Ich habe leider nicht in Frage, Mr. Yoda. Jemand muss sich während dieses Chaos um die Saurier kümmern. Tut mir leid, Dr. Sorkin, aber InGen will alle Überlebenden so schnell wie möglich auf dem Festland haben. Ohne Ausnahme. Warum so eilig? Hammond. Hammond hat diese ganze Sache echt gegen die Wand gefahren. Seine Inkompetenz ist nach dieser Katastrophe offensichtlich. Hm. Das stimmt natürlich. Wenn sie wüssten, was ich in meiner Jugend so getrieben habe, wären sie überrascht, mich hier zu finden. Als du jung warst, da wurden die Pyramiden gebaut. Also da, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Was wird sie überzeugen, sie alte Schabracke? Gibt es denn kein Argument, dass sie überzeugen könnte, mitzukommen? Wenn, dann war es noch nicht dabei. Also gut. Wissen Sie, wenn sie irgendwelchen Ärger mit sich... Oder erpressen sie, nicht bestechten. Bestechten hat sie ja noch was davon. Wir erpressen sie einfach. Mit Oscars Bizeps. Ähm... Sie müsste inzwischen was gefunden haben, schätze ich mal. Erwischt. Sorkin hat einfach älter als der Urknall. Ja, deswegen ist die auch so auf Dinosaurier fokussiert. Die kennt die ja noch von früher. Zu ihren jungen Jahren, ähm, hat sie ja mit denen zusammengelebt. Da habe ich Jessica nicht zugehört. Aber wir müssen trotzdem wieder zurück und jetzt erstmal diese alte Schabracke erpressen. Wissen Sie, was er zu mir gesagt hat? Es ist egal, dass hier Dinosaurier aus dem Jura und dem Trias nebeneinander leben. Hauptsache, es ist aufregend. Das ist mein John Hammond. Und das ist also ihre Tochter? Ja, meine Jüngste, Jess. Ja. Kaum zu glauben. Wer ist die Gefangene? Ist wieder verheiratet. Hey, wissen Sie, wer unsere Gefangene ist? Sie wären der Erste. Naja, ich habe sie noch nie auf der Insel gesehen. Wüsste nicht, dass sie für Ingen arbeitet. Aber ich kenne auch nicht jeden hier. Möglich wär's also. Ah, die Bisswunde ist sogar wichtig. Wissen Sie, Doc. Beim Besucherzentrum habe ich solche Bisswunden bei einem meiner Männer gesehen. Mr. Billy für Sie. Mr. Yoda, würden Sie sich bitte wie abgemacht um die Ingen-Akten kümmern? Ja, man. Sind die dumm? Mr. und er meint für Sie Billy. Sie nennen mich gefälligst beim Vornamen. Haben Sie mich verstanden? Okay. Stellen Sie die Gefangene ruhig. Die macht einfach nichts. Die sitzt einfach nur da. Komm, wir belästigen die immer ein bisschen. Hey, Doc. Haben Sie da drüber? Ohne Apotheke? Wird ein langer Rückflug, wenn wir die Gefangene weder aufputschen noch beruhigen können. Sie wird gerade recht harmlos. Sie ist mit Handschellen gesichert. Haben Sie Angst davor, von ihr verprügelt zu werden? Wäre nicht das erste Mal, dass eine Frau ihre Finger nicht von mir lassen kann. So alt, wie Rekala lang schwer ist. Distanziere mich von der Aussage. Ich finde es aber trotzdem sehr witzig. Sorgen ist zu Alphi Tom Bombadil. Das ist wahrscheinlich ihr Mann. Wir müssen los, Nevermind. Komm, wir gehen jetzt mal zurück und brauchen jetzt Akten und Fakten. Warum habe ich so etwas noch nie gesehen? Unser Ziel heute sind Akten und Fakten über diese alte Schabracke. Schmeckt die Zigarette? Das ist keine Zigarette, so wie der gerade geguckt hat. Okay. Viele abgelehnte Vorschläge für ein Dino-Reservat. Ja. Das muss man ihr lassen. Sie gibt nicht so schnell auf. Ich finde aber auch, dass die Figuren hier so geil ausgearbeitet sind, dass man da auch schon einen geilen Film drüber machen könnte. Also die könntest du einfach genau so in Jurassic World Rebirth reinschmeißen, sage ich jetzt mal. Oscar vielleicht nicht. Das wäre ein bisschen zu krass. Das wäre dann zu einfach. Aber ansonsten, Dr. Serkin hat so einen eigenen Charakter. Sie hier auch. Der Rest halt auch. Wozu wieder aufbauen? Hammond wird einen Kotau vor den wichtigsten Teilhabern machen und an allen Ecken und Enden sparen, damit sich ihre Investitionen bezahlt machen. Das Wohlergehen der Tiere ist egal. Könnte ich mir mal Ihre Wunder anschauen? Ja. Dr. Serkin. Wie ich schon sagte, ich bleibe hier und kümmere mich um die Tiere. Tut mir leid, aber wir müssen sie hier rausbringen. Warum? Können wir nicht die Kniescheibe wegschießen? Wäre diese Insel nicht besser für so eine Art Sauria-Reservat geeignet, ist doch ziemlich dämlich, sie so zu behandeln, als ob das hier irgendein Zirkus wäre, oder? Hm. Das ist natürlich warm. Wenn Sie wüssten, was ich in meiner Jugend so getrieben habe, wären Sie überrascht, mich hier zu finden. Ich habe gerade ganz eigenartige Bilder im Kopf. Ich werde mir was einfallen lassen, die sind in Gefahr. Das haben wir alles schon gehabt. Wir müssen jetzt, wir müssen, glaube ich, jetzt umdenken. Glauben Sie mir, es gibt einen sehr guten Grund. Dann kommen Sie wieder, wenn er Ihnen eingefallen ist. Ja, das haben wir alles schon gehabt. Was ist mit unserer Patientin? Mir geht's gut. Ich wollte Sie überreden, auf das Rettungsteam zu warten, aber sie hat abgelehnt. Naja, das kann man ihr kaum vorwerfen. Trotzdem, Sie haben Glück, noch am Leben zu sein. Außerdem kennt sie die Insel. Dafür braucht sie uns nicht. Nur zum Schutz vor den Raubsaugen. Dann muss Jessica irgendwas finden hier. Oscar hat den Spaß seines Lebens auf der Insel. Wir haben jetzt gar nicht mehr allzu viele Optionen. Was ist das alles? Rückenschmerzen. Was für Rücken? Okay. Willst du vielleicht auch mal was machen? Oder bist du jetzt in der Gewerkschaft? Oscar ist so ein typischer, so ein typisches Arbeitstier, der einfach immer rauchen muss. Wenn der von einer auf die andere Aufgabe rübergesetzt wird, muss er erst mal einen rauchen. Infos über Sorgen. Hey, Oscar, gab es in der Einsatzbesprechung irgendwelche schmutzigen Details über Sorgen? Ich brauche ein paar Infos, bevor ich den guten alten Yoda-Charme einsetze. Hat in den 70ern viel demonstriert. So ein Tierschutzkram halt. Mit Injin in Beziehung stehende Infos sind unter Verschluss. Sollen davon ausgehen, dass sie uns schrecklich nerven wird. Das stand da? Zwischen den Zeilen. Ich finde es krass, dass er sie einfach wirklich suchen lässt, während er daneben steht und die Informationen in seinem Kopf hat. Er weiß es. Und raucht einfach, während sie sich hier einen absucht und ich hin und her renne wie so ein Oberdulli. Oscar ist eine ganz andere Art von Mensch. Das ist schon krass. Lass Oscar in Ruhe. Okay. Ja, lass Oscar in Ruhe. Schon okay, wenn du mitkommen willst, aber lass Oscar ein wenig Freiraum. Er hat's nicht so mit Kindern. Oder Erwachsenen. Oder Tieren. Eigentlich hat er's mit niemandem. Oscar mag Schmetterlinge. Was denkt sich Socken eigentlich? Wie zum Teufel sollen wir das alles in den Heli kriegen? Keine Ahnung. Aber mach's lieber, wenn du dich mit ihr gutstellen willst. Ah, okay. Tja, danke. Du warst eine Riesenhilfe. Boah, ich finde The Rock so schrecklich als Schauspieler inzwischen. Ob gar, ich brauch den auch nicht mehr zu sehen. Erstmal ist The Rock, der ist auch von seiner Art her, ist der ganz komisch geworden. Ich hab seltenen Menschen so oft erwähnt hören, wie geil man sich selbst findet. Also, Socken. War mal ein Hippie. Wurde ein paar Mal auf Tierschutzdemos verhaftet. Und er spielt auch nur noch sich selbst, ne? Der hat ja keine, äh... Also, Socken. War mal ein Hippie. Wurde ein paar Mal auf Tierschutzdemos verhaftet. Ja. Das werden wir jetzt erstmal in den Kopf werfen. Ich weiß nicht, ob es reicht, um sie jetzt damit rumzukriegen. Aber wir gucken einfach mal. Wenn nicht, sie steht jetzt ja direkt vorm Helikopter. Du musst ja einfach nur ins Kreuz treten. So ein... Jetzt so ein Tritt von hinten, dann ist die im Helikopter. Und dann abgeht's. Ich weiß, dass sie wütend sind. Und verängstigt. Und wahrscheinlich auch erschöpft. Dr. Sarko. Glauben Sie wirklich, so können Sie mich umstimmen? Ja, gleich kann ich dich umstimmen. Die Geschichte erzählen wir. Irgendjemand muss mit dem Aufsichtsrat über den Schutz dieser Dinosaurier reden. Sie glauben doch an den Tierschutz, oder? Würden Sie für Sie nicht Ihren Kopf hinhalten? Sie haben völlig recht, Mr. Yoda. Aber das ist alles unwichtig, wenn der Aufsichtsrat... Okay, hören Sie. Ich sollte Ihnen das eigentlich nicht sagen, aber... Soweit ich weiß, wird der Aufsichtsrat eine Sondersitzung halten wegen... Sie wissen schon, einer neuen Leitung. Wenn Sie da wären, könnten Sie die Ereignisse bezeugen, die hier vorgefallen sind. Sie müssten auf sie hören. Das ist wahr. Ich schätze gerne, Yoda, aber Sie haben vielleicht recht. Unsere Anweisungen erwähnten auch einen Assistenten. David. Ja. Ich fürchte, David wird nicht mit uns kommen. Er... Er sollte sich vom Quarantänegehege fernhalten. Das tut mir sehr leid. Danke sehr. Aber bevor wir gehen, muss ich noch unbedingt etwas im Labor erledigen. Dr. Harding, vielleicht könnten Sie und Ihre Tochter mir helfen. Ich arbeite an einem Heilmittel für eine der garstigeren genetischen Störungen der Saurier. Huch. Was war denn da gerade los? Dr. Harding, wir haben es geschafft. Was genau haben wir denn geschafft? Die Lysin-Kontingenz aufgehoben, natürlich. Moment, wie bitte? Ingen, Henry Wu, hat den Dinosauriern ein Gen hinzugefügt, das sie abhängig von der Versorgung mit einer Aminosäure namens Lysin macht. Ohne ihre wöchentliche Dosis sterben sie. Und sie hat es aufgehoben, ne? Sehr gut hat sie das gemacht. Okay, hören Sie. Ich arbeite jetzt seit Monaten an Verhaltenstests mit den Parasauriern. Wenn ich jetzt aufs Festland reise, werden sie bei meiner Rückkehr alle tot sein. Genau wie meine Forschungsarbeit. Ach ne, sie will es erst rückgängig machen jetzt. Normalerweise keine Gefahr. Lassen Sie mich Ihnen die Lösung verabreichen und schauen, ob sie funktioniert. Von wie vielen reden wir hier? Dass aber auch keiner von denen auf die Idee kommt, dass Lysin in den Pflanzen drin ist und dass gerade Pflanzenfresser damit kaum Schwierigkeiten haben, das Lysin zu bekommen. Keiner der Doktor oder Wissenschaftler Menschen in Jurassic Park kommt auf die Idee, dass das nicht funktioniert. Vor allem steht da wirklich Szenarios. Ich will jetzt hier nicht klug scheißen, aber heißt das nicht eigentlich Szenarien? Szenarios. Taxis. Ich bin froh, dass ich Ihnen das hier endlich mal sagen kann, Dr. Harding. Wir haben hier sehr interessante Sachen mit den Parasauriern angestellt. Kommunikations- und Verhaltensstudien. Sie konnten Ihre Rufe deuten? Einige davon. Und ich werde sie nutzen, um sie freizulassen. Freilassen? Ich werde die Lösung nicht einsetzen, solange sie noch da drin sind. Aber woher wissen wir, dass keine bösen Dinos hier sind? Vertrau mir einfach, finde ich das Beste, ja. Du bist ein Kind, du hast keine eigene Meinung, sehr still. Die Saurier haben es mir verraten, das ist so eine... Das ist eine ultra seltsame Antwort. Sie ist nicht jung genug für so eine blöde Antwort, aber... Das heißt, dass sie einen an der Klatsche hat und das ernst meint. Wir finden es jetzt raus. Ob du es glaubst oder nicht, die Saurier haben es mir verraten. Siehst du die da? Sie ist der Wachposten. Während die anderen Grasen hält sie Ausschau. Ach nee, Entschuldigung. Ich habe sie umsonst beleidigt. Das macht schon Sinn. Aber sie ist ganz ruhig. Jerry, Sie können die Lautsprecher von da aus aktivieren. Jess und ich stellen die verschiedenen Parasaurier-Laute ein, die wir darüber dann abspielen. Dad, ist schon gut. Es ist doch sicher, oder? Die Parasaurier werden uns warnen, falls es Ärger gibt. Bleib bei Dr. Sorkin. Dr. Sorkin hätte eigentlich aber auch voll gut in Jurassic World 1 reingepasst, finde ich. Dass die so mit Owen zusammengearbeitet hätte oder sowas. Ja, das Game ist nicht Kanon. Das wäre eben dann ein neuer Dr. Sorkin gewesen. Eine neue Interpretation oder so. Aber ich finde das ganz cool. Auf welche Art sie sich auch mit den Tieren beschäftigt. Dass sie mehr versucht, mit den Geräuschen, die sie halt machen, mit denen irgendwie zu kommunizieren und sowas. Das ist schon sehr cool. Dinosaurier treiben. Was nun? Saurier-Sprache. Sie können also echt, die nur saurisch? Wir haben hier mithilfe verschiedener Parasaurier-Rufe, die wir über die Lautsprecher abgespielt haben, Verhaltenstests durchgeführt. Wir können die Tiere nicht einfach rausscheuchen. Aber wir können sie mithilfe ihrer eigenen Laute manipulieren. Cool. Die Lautsprecher im Westen des Geheges können einen Fütterungsruf der Parasaurier abspielen, der die hungrigen Saurier anlockt. Okay. Die östlichen Lautsprecher spielen einen Paarungsruf ab, der die am Rös eingestellten Saurier anlockt. Was ist mit den großen Lautsprechern in der Mitte des Geheges? Ah, die spielen den Warnruf ab. Die Parasaurier werden sich instinktiv davon wegbewegen. Wir können die Saurier also aus dem Gehege treiben, indem wir die Lautsprecher und ihre Rufe einsetzen. Ja, das heißt, die müssen erst mal an der Mitte vorbei. Die müssen jetzt theoretisch hier mindestens stehen, so wie er da steht. So stehe ich immer in der Küche, wenn es bald Essen gibt. Und dann müssen wir das anmachen, dass die nach da wegrennen. So ist das, ne? Wale, vielen, vielen Dank für die fünf Schweizer Franken. Tausend Dank für den Support. Oskar soll die Dinos einfach mit Gedankenkontrolle aus dem Gehege locken. Der kann die auch einfach so zwei im Schwitzkasten mit rausziehen. Das sind doch vier, oder? Muss er halt zweimal gehen, macht er wahrscheinlich aber nicht. Da ist er dann doch zu faul für. Ja, Sorkin hat trotzdem eine Klatsche, das stimmt auch. Ich wollte sie auch gar nicht verteidigen. Das ist schon richtig. Kennst du die Serie Fromm? Da habe ich gestern zum ersten Mal was von gesehen auf YouTube. Finde ich sau interessant. Gibt es ja wohl zwei Staffeln von. Will ich mir auf jeden Fall angucken. Bitte nicht spoilern, aber schreib mir mal, wie du sie findest, wenn du sie kennst. Oder generell ihr, wenn ihr die Serie kennt. Ich werde sie mir auf jeden Fall noch anschauen. Also. So. Der Paarungsruf war hier oben, wo die Herzchen sind. Dann kommt und paaret euch. Wie mache ich die Lautsprecher an? Das muss dein Dad erledigen, wenn wir soweit sind. Dann muss ich jetzt immer hin und her switchen, oder was? Zwischen Papa und. Dr. Harding? Ja. Von Fromm gibt es drei Staffeln. Ich dachte, das wäre sogar eine YouTube. Eine Webserie habe ich mir irgendwo gelesen. Bei Paramount Plus habe ich jetzt eigentlich keinen Bock, mir das nur irgendwie zu holen. Lautsprecher Paarung zieht die ja an. Nahrung zieht die aber auch an, gell? Die westlichen Lautsprecher, bitte. Das Gehege ist viel zu klein für die Paras. Ja, das war doof. Das Gehege ist zu klein für die Paras, aber das Gehege ist auch für die Feldtests gedacht. Saurier erschrecken? Damit die Saurier sich vorwärts bewegen, müssen wir ihnen wohl von hinten einen Schreck einjagen. Oh, wir können den Warnruf benutzen. Gute Idee. Der Warnruf war aber in der Mitte der, ne? Was ist denn das hier für einer? Mach den mal aus. Wenn ich dir jetzt von da hinten ne, guck mal. Zentrale Lautsprecher, der Warnruf hat sie eben gerade gesagt, aber das macht doch jetzt noch keinen Sinn, oder? Hat die nicht Blödsinn erzählt? Die Olle? Ne, sie hatte recht. Okay, dann hab ich einfach dumm gedacht gerade. Ich dachte, dass der Mittlere... Okay, egal. Spielst du Gitarre, weil eine Gitarre im Hintergrund rumsteht? Ich hab mal angefangen mit Gitarre zu spielen während der Corona-Zeit. Ähm... Da hab ich Verdacht gehabt, Corona zu haben. War dann in Quarantäne, hab mir gedacht, kaufst du einfach eine Gitarre und probierst mal ein bisschen zu spielen. Und ich konnte schon so ein paar Dinger machen, so ein paar Klänge, sag ich jetzt mal. Muss die da erstmal weg? Okay. Hast du aber nicht weiterverfolgt im Endeffekt. Ich werd das mal wieder anfangen müssen. Das heißt, wir müssen die da erst wegkriegen hier, ne? Okay. Die kriegen wir jetzt weg. Pass auf, wir verarschen die jetzt. Obacht. Wir locken die jetzt einfach mal an mit einem Paarungsruf. Ja? Ähm... Östlicher Paarungsruf, das ist der einzige Paarungsruf. Okay, machen wir den erstmal. Sie müssen für mich die Lautsprecher im Osten aktivieren, bitte. Im Osten, okay. Also jetzt aktuell würde das Üben keine Sau stören, weil wir jetzt halt hier in einem Haus wohnen. Also wir wohnen mitten auf dem Land, in einem Haus. Wenn ich hier Gitarre spiele, wird das keine Sau stören. Außerhalb. Ich war ein wunderbarer junger Mann. Und ich bin traurig. Wirklich. Aber ich muss mich hierauf konzentrieren. Sonst werden diese Tiere auch sterben. Gefangen hinter den Mauern, die wir gebaut haben. Verstehst du? Dr. Harding? So, jetzt haben wir da drüben einen hingerufen. Den wollte ich da eigentlich gar nicht haben. Scheiße. Aber es war schon mal nicht falsch. Dann gucken wir mal, was hier unten abgeht. Ich muss jetzt ja nur von da unten irgendeinen Ruf ausstoßen. Dr. Harding? Ja? Dass die weglaufen, ne? Das sind aber... Da steht sogar Nahrung dabei. Und es war ein Nahrungszeichen drauf. Lass mal gucken, was jetzt passiert. Ich hoffe, die rennen jetzt aber nicht nach hinten. Ne, sie gehen nach vorne. Tatsächlich. Okay. Verstehen Sie das jetzt nicht falsch? Aber ist das nicht total sinnlos? Die werden doch eh bald gefressen, oder? Ein paar von Ihnen ja. Aber andere werden sich anpassen. Neue Lebensräume finden, sich paaren und die Art erhalten. Besser als in diesem Gehege zu sterben. Aber sie können sich nicht paaren. Dad hat gesagt, dass es alles Mädchen sind. Nun, bei so etwas kann man sich nie zu 100% sicher sein. Sie weiß es sogar. Guck mal, wie sie schon grinst. 100% hat die was damit zu tun. Wetten, dass sie... Kommt das später noch raus, dass sie sogar die Genome so verändert hat? Dass die ihr Geschlecht ändern können? Und deswegen wusste Henry Wu davon auch nichts, weil sie dran schuld ist. Dann nehmen wir jetzt nochmal das hier. Können wir es bitte betätigen? Dankeschön. Das hier und machen da auch nochmal einen Essensruf hin, würde ich mal sagen. Weil da ist eine Karotte. Karotte heißt Essen. Die kriegen jetzt Essen. Äh, Nahrung nochmal. Fein. Was für Feinis. Ich hab gehört, Sie waren in den 70ern sowas wie eine Hippie-Demonstrantin oder so. Von wem weißt du das? Von Yoda? Die 70er waren eine turbulente Zeit. Ich habe für das gekämpft, an das ich glaubte. Und manchmal wird man dafür verhaftet. Sie wurden verhaftet und haben trotzdem noch den Job als Wissenschaftlerin gekriegt? Paleogenetikerin. Und ja, die Jugend ist das richtige Alter, um Dinge zu riskieren und seine Grenzen auszutesten. So stellt man fest, was einem wichtig ist. Ja. Sie würde heutzutage auf dem Asphalt kleben mit den Händen. Die Frau Dr. Sarkin. Ähm. Wie kriegen wir nochmal was denn das überhaupt? Oh. Jetzt müssen wir die weglocken. Jetzt müssen wir diesen Warnruf ausstoßen. Mit dem mittleren Lautsprecher. Kriege ich den einfach an, mit so einem Ding hier? Oder wir machen das einfach mal so, würde ich sagen. So. Der Warnruf ist eh in der Mitte immer. Ja, der hätte ich gar nicht... Okay. Hätte ich jetzt gar nichts ändern müssen. Aktivieren Sie den Warnruf. Auf geht meine Armee in den Kampf. Endlich zieht fort und lehret euch. Du bist ziemlich gut darin. Vielleicht wird aus dir nochmal eine Verhaltensforscherin. Das kann schon sein. Ja. Deshalb wurde sie also als Wachbosten abgestellt. Was ist denn mit ihrem Fuß? Ein gebrochener Zeh. Oh. Schauen Sie ihn sich ruhig an. Ich muss noch schnell etwas erledigen, dann können wir los. Ja, mit einem gebrochenen Zeh kommt der aber nicht so weit, der Dinosaurier, ne? Wir brauchen diese Lösung, damit sie eine faire Überlebenschance haben. Ich weiß nicht so recht. Jerry, das hier ist mein Lebenswerk. Das sind praktisch meine Kinder. Ich lasse sie hier nicht verrecken, nur weil ein Bürokrat fürchtet, die Kontrolle zu verlieren. Sie haben ein Recht auf ein eigenes Leben. Jess. Das sagt er wirklich, ne? John Hammond hatte ein gutes Gespür für Menschen. Hat er sogar selbst gesagt, ja. Der hat eigentlich nur, zumindest zwei, zwei sehr schwierige Menschen eingestellt. Einmal sie und eben einmal Dennis Nedry. Dann wird der heutige Tag sehr lehrreich sein. Die Lösung, die wir im Labor hergestellt haben, wird diesen Zustand aufheben und die Tiere werden ganz normal weiterleben können. Wir müssen sie nur in den Hauptsammlung Ja, wir werden gleich auf jeden Fall ein, zweimal sterben, glaube ich. Du trägst deine große Verantwortung, Jess. Ich krieg das hin, Dr. Sorkin. Ich meine Laura. Ihr duzt euch. Oh, ihr seid hier so putzig. Wirf sie ins Gesicht jetzt. Gegen ihre alte Lederhaut. Ähm. Okay. Wir kommen jetzt zum vorletzten Kapitel von Kapitel 2. Es wird sehr spannend. Und ich werde es erneut nicht besser als Bronze schaffen. Da bin ich mir recht sicher. Ähm, wie davor auch. Spoiler bitte nicht. Hallo, ihr wird nicht gespoilert. Ja, klar. Als ob du jemals Nein zu einer Frühlingsrolle gesagt hättest. Ich sagte fast. Außerdem war das Mädel scharf. Weißt du noch? Die Blondine. Äh, roter Schal. Äh, wie, wie, wie hieß die doch gleich? Ich führe nicht Buch. Komm schon. An die erinnerst du dich. Sie war die mit dem, äh... Warte mal. Hörst du das? Los, los, los. Ach, stimmt. Die ist ja auch noch da. Oh Gott. Die habe ich ja ganz vergessen. Oskar hängt auch nicht am Helikopter. Der Helikopter hängt einfach an Oskar. Oskar hebt ihn eigentlich gerade nach oben. Ja, auf geht's. Ey, die baut aber auch nur Scheiße, die Frau. Sag der Tante, dass sie schon so gut wie tot ist. Komm schon, Oskar. Benutz einfach deine riesigen Arme. Schaff dich rein. Als ob er sich da nicht einfach hochziehen könnte jetzt. Das, also, aufwärts, Oskar. Mach nicht so rum. Oh Gott. Handkrampf, Handkrampf. Dankeschön. Du bist ein verdammt sturer Mister. Ich habe die echt wieder vergessen, aber die macht ja auch nichts. Das war auch nicht so schlau. Oskar, Mann, du musst auch ein bisschen dein Hirn benutzen. Ihr seid zu zweit. Kann bitte einer auf die alte mit dem Messer aufpassen? Könnt ihr das mal sein lassen, was ihr gerade macht? Das ist echt unnötig. Oh, verdrückt. Ich hasse diese Pfeiltasten. Das ist so schrecklich. Ey, ich bin einfach direkt wieder zu langsam. Wir werden jetzt sterben. Wir werden sterben. Ohohoho. Alles klar? Äh, nein. Nichts ist klar. Oh. Wir haben unseren Helikopter verloren. Tatsächlich. Das ist ja ganz doof jetzt. Also jetzt haben wir ja gar keinen... Wie kommen wir jetzt von der Insel runter? Ist das Wasser bereit? Ist natürlich eine Fangfrage. Ich weiß es. Aber für alle, die es noch nicht wissen, will ich hier die Spannung ein bisschen aufbauen. Hervorragend. Jetzt muss ich das Wasser nur in den Hauptvorrat leiten und wir sind fertig. Das war's, Jess. Wir haben's geschafft. Herr Oskar hat dir einfach eine Kopfnuss verpasst, ne? Der zögert auch nicht lange. So wurde das Leben dieser Tiere von der Natur vorgesehen. Wow. Bei der ganzen Wecklauferei hatte ich bisher noch gar keine Zeit, sie so richtig... Toll, jetzt stehen die vor dem Gehege rum. Krass. Guck mal. Richtig freie Natur jetzt gerade. Ich weiß gar nicht, ob wir in dem Spiel hier erfahren, wo jetzt die Raptoren herkommen, weil das sind ja nicht die vom Ende von Jurassic Park 1. Weil Jurassic Park 1 ist hier ja schon passiert. Boah, schneller. Und, ähm... Das sind andere Raptoren. So nicht in zwei verschiedene Richtungen, also bitte. Schnell, schnell. Oh mein Gott. Äh, hoch, 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 links, links. Irgendwas. Naja, Raptoren sind wirklich immer so die... Da war eben nicht zum Brücken da gewesen. Er meint einfach, es war falsch. Sehr gut. Ähm, sind immer irgendwie so die Hauptgegner, ne? Der ganzen Storyline. Ja, das war... Echt ungünstig eben. Nach links? Nach links von wem aus denn? Nach von mir aus links oder von dir? Ah, okay, hat sich erledigt. Jessica, ey. Nach links, sagt sie. Oh mein Gott, Dad, das war unglaublich. Wie hast du das gemacht? Letztes Mal, der alte Mann hat's immer noch drauf, was? Du bist gerade fast draufgegangen. Jerry, ich hab noch nie gesehen, dass jemand einem Raptor davongelaufen ist. Claire schafft das auch später. Was machen die denn hier draußen? Sie müssen irgendwie aus dem Quarantänegehege entkommen sein. Raptoren sind hochintelligent. Wenn wir ihnen genug Zeit lassen, werden sie auch hier hochkommen. Ja. Ja, da kommt. Hier. Weil Raptoren studieren auch. Hey. Hier. Alter. Äh, muss ich da nochmal beitreten? Kannst du gerne machen. Wie gesagt, da ist kein Nachteil dran oder irgendwas. Da hab ich auch schon gelesen, ja. Äh, was war da die Frage gewesen? Ist das irgendwas mit Scamming? Und ich bin, keine Ahnung, ey. Hey. Wie kannst du mit so einem Kanal was scammen? Oder bin ich doof? Ist ein Scam nicht etwas, was du verkaufst? Ähm. Was aber dann nicht wirklich existiert? Ist das nicht ein Scam? Aber du kannst, glaube ich, einen WhatsApp-Kanal kannst du nicht scammen oder so. Oh mein Gott, diese armen Menschen. Okay, also. Wir haben jetzt eben gerade mitbekommen, dass Yoda und, äh, Oscar und die andere abgestürzt sind. Wir müssen es auch nochmal betonen. Ich finde, wir sollten noch einmal extra betonen, dass der Absturz extrem schlecht war. Zum Glück hat uns der Heli nicht alle getötet. Zum Glück? Ich weiß ja nicht. Dad, ihr Raptoren, sieh nur! Mein Gott, wie sie versuchen, den Turm umzukippen? Er wird standhalten. Das muss er. Naja, ich will kein Risiko eingehen. Ähm, wir dürfen kein Risiko eingehen. Das ist vollkommen richtig. Dann müssten wir auf jeden Fall... Wie kommen wir runter, ist eine sehr plausible Frage. Die sollten wir uns auf jeden Fall stellen. Wir müssen vor diesem Turm runter, bevor die Raptoren ihn umkippen. Die Notleiter ist gleich da drüben. Der Turm neigt sich so, dass sie uns vor dem Gehege absetzt. Für den Anfang gut, aber der Zaun ist kaum ein Hindernis für die Raptoren. Wo sollen wir hin, wenn wir draußen sind? Wir schaffen es bestimmt zu den Versorgungstunneln da drüben. Wenn wir vor den Raptoren da sind, können wir sie aussparen. Hoffentlich haben sie recht. Lassen wir die Leiter runter. So sollte es gehen. Und jetzt können wir die Leiter runterlassen. Bewegt sich immer noch nicht. Sie ist brandneu, also klemmt sie wohl noch ein bisschen. Und wenn sie mehr Gewicht einsetzen? Was sie meinen, draufstellen? Genau, auf ihr runterfahren. Okay, aber wir müssen sofort los, sobald sie ausgefahren ist. Damit wir zusammenbleiben können. Du kannst sie einfach runtertreten, oder nicht? Was macht ihr jetzt hier wieder für ein dämliches Geschitz? Was ist mit euch los? Wir müssen sofort nach unten klettern, sobald die Leiter ausgefahren ist. Wer von uns wiegt am meisten, wäre erstmal die Frage. Das Kind schon mal nicht. Okay, hat sich erledigt. Ich mach's. Ich geh zuallererst runter und klär die Situation jetzt. Kann mal einer von euch ganz kurz googeln, wie schwer Leder ist. Weil ihre Lederhaut müsste theoretisch ja durch die Gravitation die gesamte nach unten ziehen. Ich bin der Meinung, dass Dr. Sorkin zuerst nach unten müsste. Ah, die machen sich wieder alles unnötig kompliziert. Dann lasst uns mal nach oben gehen. Überlebensinstinkt ist gleich null. Doch, doch, der ist schon vorhanden. Von der Antenne können wir die Leiter vielleicht frei hebeln. Aber wenn ich sie so anfasse, bringt mich der Stromschlag eventuell um. Sie werden uns kriegen! Ja, ich muss den Strom hier nur erstmal ausschalten. Liebes, und danach kann ich nämlich hier schön... Dann kann ich dann erstmal schön diese Antenne nehmen. Das müsste funktionieren. Ich finde in WhatsApp deinen Kanal nicht. Dann geh mal auf den anderen Kaiju-Wars-Kanal und geh mal auf die... Warte mal. Ich mach's selber. Ich kann dir den Link gar nicht hier, glaube ich, hier reinposten. In den Chat. Eine Sekunde. Community. Ja, da haben wir ihn doch. Warte, ich kann die jetzt hier reinposten und danach kannst du den... Über diesen Link findest du dann auch. Solltest du zumindest auch den WhatsApp-Channel finden. Und zwar ist das über diesen Link hier. Probier's mal aus. Und sag mal kurz, ob's funktioniert hat. Willst du mal was witziges hören? Ich kauf mir ein Kinderriegel und die Kassiererin fragt mich, Ausweis bitte. Und ich, wie bitte? Wir haben meine Freunde lachen. Die hat dich niemals... Hat die dich wirklich nach einem Ausweis gefragt wegen einem Kinderriegel? Oder verarscht du uns gerade? Können wir jetzt dran? Ich hab gerade echt nicht zugehört, was sie gesagt hat. Nein, 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 nein. Steht definitiv unter Strom. So kann ich sie nicht anfassen. Ja, dann geht einfach mal über den Link im Community-Post. Ich meine, das sind jetzt ja schon über... Über 80 Leute sind jetzt ja schon drin. Die haben es ja auch irgendwie geschafft, äh... In die WhatsApp-Gruppe reinzukommen. Gehen wir runter zu Dr. Sorkin und schauen mal, was wir jetzt hier machen müssen. Den Strom erstmal einfach ausschalten. Okay, die Warnleuchten sind jetzt im Tagesmodus. Hoffentlich steht das Kabel nicht unter Strom, wenn sie kurz aus sind. Das wäre echt hilfreich, ja. Hoffentlich, sagt sie. Hoffentlich. Au. Nee, nein. Ich hab gesehen, was ich machen muss. Alles cool, alles cool. Ja, Mädchen. Ich hab's. Ah, Gott. Bewegt sich nicht mal, wenn ich draufspringe. Wie soll ich sie dann allein frei hebeln? Dr. Sorkin? Ja? Können Sie mir mal helfen? Sie drücken, während ich mich auf die Leiter stelle. Natürlich. Okay, Dr. Sorkin, ich bin bereit. Jess, Schatz, fletter sofort nach unten, wenn die Leiter runterfällt. Ja, aber die müssen doch alle drei runter. Also was bringt's mir denn jetzt, wenn er alleine da runter geht? Okay, Dr. Sorkin. Auf drei. Ja, Dr. Sorkin können wir scheißen, aber ich hab ne Tochter. Da oben ist ne Tochter. Da oben ist ne Scheiß auf die Tochter. Ey, Frau. Ohne Scheiß. Wenn du noch einmal zickig bist, dann packe ich deinen alten Lederhals und werfe dich nach unten. Oh Gott. Oh nein. 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 Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Dr. Sorkin, beeilen Sie sich. Aus dem Weg. Ich springe. Okay, ich schaff's nicht. Wir werden jetzt auf jeden Fall sterben. Da fängt's schon mal an. Aber, ja, Dr. Sorkin ist halt auch wirklich ne dämliche Kuh. Okay, jetzt hoch und rüber. Mir geht's gut. Lauft, 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 lauft. Bitte lauft doch einfach. Die stehen hinter euch. Bewegt deine alten Füße jetzt. Dr. Harding, die Tür. Ey, sag das noch einmal so herablassend. Das war's jetzt schon? Bin dafür, wir opfern die Doktorin. Steht hier auf Twitch. Finde ich auch ne gute Idee. Finde ich ne sehr, sehr geile Idee. Verdammt, meine nächsten Kopfschmerzen kommen hoffentlich vom Tequila. Komm schon, Amigo. Tequila. Tequila. Das Mädchen neben mir ist auf jeden Fall hübscher. Stimmt, die ist ja auch noch da. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt erstmal mit ihr auf jeden Fall hier wegkommen. Was das Mädchen angeht, nehmen wir erstmal die Antwort. Hab sie mit dem Hintern voran rausgeschubst. Berascht mich, dass du sie trotz Zeitnot gerettet hast. Denn man bedenkt, wie nett sie war. Wer sagt, dass ich sie gerettet habe? Ich lache aus, wenn die stirbt. Du meinst Dr. Zirkeln, oder was? Ähm. Ja. Ich werde jetzt hier nichts spoilern. Die einzige Person, die wir bisher gerettet haben, arbeitet nicht mal für InGen. Was jetzt? Vielleicht findest du im Wrack noch was Nützliches. Und kümmere dich um das Mädchen, während ich die Umgebung absuche. Verdammt. Meine Kalaschnikoffer im Helikopter wurde bestimmt geröstet. Bin froh, dass sie nicht scharf war. Da sind wir schon zwei, Amigo. Aber es war schon eine ziemlich gute Feuershow. Hat aber recht, Patrick. Ja, keine Sorge, Yoda. Solange Oskar lebt, kann dir nichts passieren. Das stimmt sogar im Endeffekt. Das kann man sogar so bestätigen. Passt das auch vom Ton im Vergleich zu meiner Lautstärke zum Spiel? Oder soll ich das Game so ein bisschen lauter machen? Ich kann es auch gerne ein bisschen lauter machen. Ähm. Machen wir es gerade mal so. Damit es wenigstens minimal lauter ist. Ich hasse die alte. Oha. Ähm. Die würde am liebsten am T-Rex werfüttern. Ja, warte nochmal ab. Die wird vielleicht noch richtig cool. Vielleicht wird die noch so richtig... Ich geh mal was essen, dann lass es dir auf jeden Fall schmecken. Okay. Lass uns erst mal ihren Kopf untersuchen. Oskar will vielleicht mit dir reden, wenn sie aufwacht. Verschieben wir das kleine Treffen. Hm. Ah. Der Rucksack. Okay. Aber haben wir da hinten jetzt nicht die Rassiershaumdose drin? Kommt Billy jetzt an die Rassiershaumdose? Weil wenn ja, haben wir ein Problem. Natürlich. Die Rassiershaumdose. Der ist nicht für ihr Gesicht. Ist schwerer, als ich gedacht hätte. Ist dann wohl noch voll. Oben kommt nicht viel raus. Klingt halb leer. Fühlt sich aber voll an. Warum? Mein Stiefbruder hat seine Zweitschlüssel in einer falschen Getränkedose aufbewahrt. Ich frage mich... Ja, mach's auf. Komm, scheiß drauf, Billy. Machen wir es einfach auf und gucken, was drin ist. Ja. Die Lady hat ein Geheimversteck. Aber für was? Ähm, gucken wir nochmal auf ihre Stirn. Da wird die Antwort draufstehen. Die Rassiershaumdose ist ziemlich gut gemacht. Für wen zum Teufel arbeiten Sie, Lady? Lasst uns mal zum abgestürzten Helikopter gehen. Hast du das Handy in der Nähe vom Mikrofon? Weil immer wieder Störgeräusche... Echt jetzt? Oh. Äh, ja, kann sein. Habt ihr alle Störgeräusche? Obwohl, du bist der Erste, der es gerade schreibt. Du schreibst in... Ich glaub, du hast in zwei Chats gleichzeitig geschrieben. Aber es sollte auf jeden Fall kein Störgeräusch vorkommen. Ähm, könnt mir ja mal ganz kurz hier bei YouTube schreiben, ob ihr... Ihr habt alle Störgeräusche? Warum sagt denn da keiner von euch was? Das ist jetzt besser. Jetzt dürfte hier nichts mehr kommen, oder? Moment, ich schau nochmal ganz kurz. Ja, viel besser. Okay. Dann muss ich den Twitch-Chat mal auf die andere Seite rüberlegen. Mal hoffen... ...dass ich dann hier keine Schwierigkeiten damit bekomme. Okay. Verdammt, da waren alle unsere Waffen drin. Hab mich gerade erst an die Kalaschnikow gewöhnt. Ich behalte das Ding besser im Auge, damit wir rechtzeitig weg sind, wenn es in die Luft fliegt. Wir sollten aber vielleicht nochmal ganz kurz schauen, ob hier noch irgendwas... ...wichtiges drin ist. Wie zum Beispiel da unten. Im Feuer. Kein Treibstoff mehr. War wohl eine heftige Explosion. Sieht ziemlich sicher aus. Scheinbar, scheinbar, Binnie. Scheinbar war es heftig, ja. Hast du sehr gut erkannt. Ähm, was haben wir hier oben noch? Diesmal reicht eine Hilfseinheit nicht, um die Maschine zu reparieren. Die Batterie fehlt. Sie können jetzt mehr explodieren. Wir dürften hier sicher sein. Es fehlt also eine Batterie, okay. Okay. T-Rex verzieht sich. Verdammt, Oskar. Ich hab nur eine Hose dabei. Der Helikopter explodiert nicht. Aber alles, was drin war, wurde gegrillt. Auch unsere Waffen. Keine Diospuren, keine Nester. Das ist unser neues Basislager. Hey, guck mal. Ich hab eine Dose Rasierschaum in ihrem Rucksack gefunden. Wusste nicht, dass du welchen brauchst. Was auch immer, Wolfsmensch. Nur, dass das kein Rasierschaum ist. Hier. Hm. Und was jetzt? Ich wollte nämlich eben gerade fragen, weiß Oskar davon? Aber anscheinend weiß Oskar auch nichts davon, ne? Wie lautet der Plan? Wir versuchen, das Ding noch zu reißen. Ja, ich geh auf die Suche nach unseren Freunden. Soll ich nicht mitkommen? Ohne unsere Waffen. Geht das nur unauffällig. Soll das heißen? Ich könnte das nicht. Das soll heißen, keiner von uns kann das unauffällig machen, wenn er sich um sie kümmert. Außerdem sagt sie nicht, solange ich da bin. Aber vielleicht kocht der hübsche Billy sie weich. Hm, das wird schwierig. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier in dem Part übrigens groß ansteht. Aber ich meine, hier haben wir wieder so ein bisschen T-Rex-Action, gell? Ja, vielleicht stimmt das auch gar nicht. Nein. Wir haben jetzt hier Raptor-Action. Wir haben jetzt hier wirklich Raptor-Action. Okay. Ich hätte im Bett bleiben sollen. Ach Gott, Oskar, Mann. Du musst doch jetzt hier nicht frummeiern und versuchen, einen auf Dicken zu machen. Hör doch auf, alter Mann. Hör doch auf. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was haben wir denn noch? Hier unten haben wir gar nichts mehr. Oh. Verdammt. Ja, ist halt aber auch schlecht, wenn du halt hier ein Dings hast. So ein Curved-Bildschirm, der ungefähr so lang ist. Du siehst ja überhaupt nicht, wo die Dinge auftauchen, Mann. Ich muss hin und her gucken, wie so ein Freak. Ah ja, jetzt mal ganz ehrlich. Der Bildschirm fängt da an und hört da drüben wieder auf. Dad, sollen wir noch den ganzen Tag hier rumstehen? Du hast recht, Liebes. Wir sollten weitergehen. Ey, die Tür daneben ist doch noch auf. Oskar, geh doch einfach durch die Tür. Wie jeder andere normale Mensch auch. Geh einfach durch die Tür. Ja. Komm, geh mal einfach hier rein. Was soll's. Ja, mit Messer von mir aus. Mit Messer. Ey, wir haben sie schon wieder vergessen. Ey, Dios mio. Warum bin ich nicht tot? Das frage ich mich auch wirklich. Du hast aber echt Glück gehabt, Mädel. Also eigentlich müsstest du längst mausetot sein. Du wurdest jetzt fünfmal, sechsmal vergessen, glaube ich. Sie haben mich zurückgelassen. Ja. Ja, weil du echt krass egal bist für die Geschichte aktuell. Noch. Aber das wird sich ja noch ändern. So. Machen wir erst mal weiter. Ich war wohl eine Weile bewusstlos. Die Embryos müssten erst mal sicher sein. Nein, die Embryos sind nämlich weg. Können wir in den Rucksack reinschauen? Da. Sie muss es wissen. Sie muss es wissen, ihr Lieben. Wo ist die Dose? Unietza. Nein, nein, nein. Suchen Sie das hier? Das gehört mir. Das erinnert mich an früher. Hab damit gelernt, mich zu rasieren. Herr damit. Sofort. Ich hab auch keinen Rasierschaum mehr. Stört Sie es, wenn ich ihn mir kurz ausleihe? Lass den Rasierschaum los. Billy, lass den Rasierschaum los. Lass ihn los. Das steht auch hier drauf. Verraten Sie mir, warum der Rasierschaum so wichtig ist? Oder muss ich InGen fragen? InGen. InGen ist doch eigentlich relativ am Arsch. Die gehört mir nicht. Das ist schon mal die Wahrheit. Das sagen wir auf jeden Fall nicht. Das geht sie in Dreck an. Ist sehr schön aggressiv. Warten wir nochmal ganz kurz. Embryos Vorsicht ist die Wahrheit. Denkt ihr was Verrücktes aus? Da hab ich Bock drauf, ja. 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 War er auch. War er auch. Er war sehr sensibel. Noch ein Versuch? Oh. Oh. Okay, ich dachte, das wäre konsequenzlos. Konsequenz los. Hören Sie, Joder. Billy, vielleicht können wir einen Deal machen. Klingt interessant. Reden Sie. Guten Abend. Hab die letzten beiden Bots ein bisschen verfolgt. War damals schon ein tolles Game. Kurze Frage. Kann es sein, dass im letzten Video der Tod vom Pilot fehlt? Wenn das fehlt, dann weil es von Nützchen rausgeschnitten wurde. Ja. Das kann ganz gut sein. Gibt's denn keine Kavallerie mehr? Ist eine sehr gute Frage. Aber die Antwort kennen wir schon. Der ist bestimmt scharf auf Geld. Unterstellungen. Mitten in die Fresse rein. Das bringt für Sie eine nette Summe raus. Ja. Okay. Sie sind wertvoll. Vielleicht ist... Ähm... Ah, komm. Ja, okay, gut. Wir sagen ihm die Wahrheit. Gucken, wie Billy reagiert. Sie sind mehr als eine Million wert. US-Dollar. Ich habe einen Käufer. Bringen Sie ihn zu ihm und wir werden reich. Klar. Als ob Ingen einen freien Mitarbeiter wie mich nicht unter die Lupe nehmen würde, wenn Sie merken, dass die Kronjuwelen fehlen. Keine Chance. Also mal ganz ehrlich, Ingen hat auch Dennis Nedry nicht nur die Lupe genommen. Also Ingen hat einfach sich gedacht, komm, scheiß drauf, wir nehmen den. Den Dicken mit den Geldproblemen und der kommt an die Sicherheitssysteme dran. Ich weiß nicht, ob Ingen da so, ja, vertrauenswürdig ist. Erzähl ihm irgendwas, Hauptsache er glaubt es. Ähm... Vielleicht ist er unterbezahlt, wir bestechen ihn mal, ja. Ingen dafür, dass Sie Ihr Leben riskieren. Wie schnell werden Sie wohl ersetzt, wenn Sie ein Bein verlieren, sich den Rücken brechen und nicht länger aus Helikoptern springen können. Hey, das geht Sie nichts an. Sie zahlen mir genug für das, was ich tue. Ingen klopft Ihnen nur auf die Sulte und drückt vielleicht einen kleinen Weihnachtsbonus raus. Ich mache auf Ihnen einen reichen Mann. Ihre Sulten werden bezahlt. Sie könnten kündigen und müssten keine Befehle von Anzugträgern mehr befolgen. Klingt doch gut. Okay, reden Sie weiter. Bedrohe ihn, gibt's denn keine Kavalerie mehr? Bitte. Ich erwarte nicht, dass Sie mir vertrauen, aber Sie sollten sie mir einfach zurückgeben und mich gehen lassen. Wir sollten mal die Tochter erwähnen. Ich glaube, die Tochter würde uns sehr viel weiterhelfen. Ich habe eine Tochter. Ich brauche Geld, um sie aus dem Kettel zu holen. Sie wissen, wie es Mädchen dort geht. Sie verdient ein besseres Leben. Im Ernst? Kommen Sie, Billy. Die Bezahlung ist gut und Sie helfen mir, meine Tochter zu retten. Jeder hat also was davon. Okay, das ist der Deal. Erstens, ich bin der Boss. Ich behalte die Embryos und wir bringen sie erst zu ihrem Kontakt, wenn es sicher ist. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Embryos da drin noch überleben. Das Risiko gehen wir ein. Zweitens, Oskar ist dabei. Warum? Weil er mein Partner ist, darum. Das geht schon klar. Vertrauen Sie mir. Warten Sie erst mal ab und entspannen Sie sich. Nicht jede Frau erlebt auf einer tropischen Insel einen Sonnenuntergang mit Billy Yoda. Du bist ein Trottel, Yoda. Du bist ein richtig dämlicher Trottel. Wir werden jetzt alle draufgehen, weil du ein Idiot bist. Ah! Also, irgendeine Idee, wo genau im Park wir uns befinden? Wir sind nicht weit von der Meeresausstellung entfernt. Und das Telefon dort funktioniert. Zumindest ging es heute Morgen noch. Kommen wir von den Tunneln dorthin? Ich glaube schon. Also gut, gehen Sie vor. Ich will uns so schnell wie möglich herausholen. Keine Wissenschaftsprojekte mehr, okay? Okay, verstanden. Ähm, Ihre Radiosendung. Ja, 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 ja. Moment, wir haben keine Chance. Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit mehr. Ich wollte Sie die ganze Zeit schon fragen, warum Sie Ihre Radiosendung nicht mehr machen, Laura. Sie hatten eine Radiosendung? Radio würde ich das nicht nennen. Ich habe mich in das Parksystem eingehackt und was aus meiner Sammlung gespielt. Dafür war ich aber in letzter Zeit zu beschäftigt. Mussten Sie Artie Bridges wirklich zeigen, wie das geht? Ich bereue es ja, aber woher sollte ich wissen, dass er so schlecht ist? Er hat mich angefläht und meinte, es wäre sein Traum, beim Radio zu sein. Wir sind so unfassbar alt, Dr. Sorkin. Wir sind so eine alte, unfassbar alte, verbrauchte Shop-Racke. Er nimmt seine Sendung übrigens vorher auf, damit er sie während der Arbeitszeit ausstrahlen kann. Habt ihr das gehört? Klang wie eine Ratte. Dinosaurier sind nicht die einzige invasive Spezies, die Ingen auf die Insel mitbrachte. Es gibt viele Ratten in diesen Tunneln. Das Wartungsteam stellt hier unten ständig Fallen auf. Ihr müsst auf das Kind hören. Ihr müsst sofort auf das Kind hören. Ähm, das Game hier kannst du gar nicht mehr kaufen, außer halt Gebrauch bei Ebay oder so. Ich auch nicht. Boah, kalter Kaffee ist ja ekelhaft. Hier sind wir sicher. Wo führen all diese Türen hin? Zu den Wartungskorridoren. Dort werden alle wichtigen Systeme des Parks gesteuert. Strom, Wasser, Klimatisierung und so weiter. Durch die Tunnel auf dieser Seite sollen Tiere, Personal und Nahrung transportiert werden. Deshalb sind sie so groß. Sie sind vom Wartungsnetz getrennt, um Unfälle zu vermeiden. Ähm, warum sind sie nicht der Boss? Gute Frage. Wir sind dabei, uns besser kennenzulernen. Warum ist Dr. Wu Chef Genetiker geworden? Provokant, aber gute Frage. Wegen der Frösche. Es ist wie wenn ihr so ein Typ vom Ordnungsamt einfach fragt, warum sind sie eigentlich kein richtiger Polizist? Was ist damals schief gelaufen? Mussten wir entscheiden, wie wir die Lücken in den gefundenen... Haben sie versagt? Das weiß ich noch von der Tour. Sie haben Dinoblut in Mückenfossilien gefunden, oder? Richtig. Ich wollte ein vollständiges prähistorisches Genom schaffen und zwischen allen verschiedenen DNS-Proben aus dem Bernstein Kreuzverweise erstellen. Es wäre sicherer gewesen. Hätte aber mehr Zeit gekostet, als der Vorstand uns geben wollte. Also hat sogar Hammons keine Kostenscheuen-Philosophie ihrer Grenzen. Genau. Henry, äh, Dr. Wu, schlug vor, die Lücken mit Frosch-DNS zu füllen. Sehr riskant. Was gut gewesen wäre. Wir wissen, dass wir von allen Effekten... Aber es war eine schnelle Lösung. Also wurde Henry Chef Genetiker und ich stand dumm da. Hat jemand meine Zigaretten gesehen? Ich dachte, ich hätte noch welche. Ich wusste gar nicht, dass Sie rauchen. Normalerweise ein paar Mal am Tag. Aber wir waren ja... Beschäftigt. Wo hatten Sie sie zuletzt? Gleich hier in meiner Tasche, dachte ich zumindest. Ich meine, man sieht sie auch an ihrer Haut so ein bisschen, ne? Dr. Sorkin ist ja offiziell erst 20. Naja, ohne sie bin ich wohl eh besser dran. Ach, scheiße. Können wir kurz anhalten? Meine Beine bringen mich um. Schätze, wir könnten alle eine Pause brauchen. Erstmal eine rauchen jetzt. Erstmal schön eine quarzen. Schön die Blutgefäße erst mal vollmüllen mit irgendeinem Scheiß. Und dann rennen wir um unser Leben. Wir bleiben hier, bis Oskar zurück ist. Wir wissen doch nicht mal, ob er noch lebt. Oskar geht's gut. Er kommt schon zurück. Ja, dumme Frage. Oskar kommt immer wieder zurück. Egal, was passiert. Ach, scheiße. Oh nein, komm bitte. Andererseits, vielleicht haben Sie recht. Lalo, wir müssen hier weg. Keine Zeit, verstecken. Ich kann grad nicht. Ich kann grad nicht. Ich kann grad nicht. Ach, nein. Ich hab's aber siebenmal nach oben gedrückt, ne? Also siebenmal hab ich nach oben gedrückt. Hä? Billy ist aber dumm. Billy ist doch aber dumm. Als ob... Runter. Wir müssen... Ich hab's, aber öfter kann ich's echt nicht drücken. Ich werd hier, glaub ich, grad gecancelt. Oh Gott, oh Gott. Uh, das war knapp. Das hast du gut gemacht, Billy. Hast du sehr gut gemacht, du dämlicher Volltrottel. Ähm. 40k Cloud, gerne. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was auch nochmal wichtig wurde jetzt gleich. Willst du dir von Lysin-Apparat gefällig? Nein, danke. Wissen Sie was? Warum nicht? Nach dem ganzen Gerenne können Proteine meinen Muskeln wahrscheinlich nur gut tun. Das dachte ich mir auch. Wie sie guckt, ey. Ich habe mich schon seit Karneval nicht mehr so viel bewegt. Ja, so siehst du. Was war das grad? Was hat die grad gesagt? Die Parasaurier, wenn wir ein zusätzliches Lysin mehr brauchen, müsste ja ziemlich viel übrig sein. Was das angeht, nicht nur die Parasaurier. Wir haben das Gegenmittel in die Hauptwasserversorgung gegeben. Ich meine, ja, die Alte war auch mal jung, aber trotz allem machen so Sätze einen irgendwie stutzig, ne? Boah. Okay, bevor zwischen den beiden jetzt irgendwas funkt, machen wir den hier. Sie sind verrückt. Den Dinosauriern Lysin zu entziehen, war der einzige Sicherheitsmechanismus, der sie aus dem globalen Ökosystem fernhielt. 120 Meilen mehr reichen nicht. Komm, wir dissen einfach direkt dagegen. Sie sich daran erinnern, dass 120 Meilen mehr die Isla Nublar vom Festland trennen? Richtig, richtig. Und scheiß auf die Pflugsaurier. Scheiß auf die Tyranodon. Die zählen nicht mit rein. Ja, ja. Was machen wir jetzt? Und wenn sie schwimmen können, genau, scheiß auf die Pflugsaurier. Ne, wir erwähnen sie doch, weil wir einfach schlauer sind. Wir gehen einfach direkt drauf ein. Sind Sie ehrlich? Sie haben die Lysin-Kontingenz der Pteranodoner aufgehoben? Nein. Gib sie ihr. Meine Formel zählt ausschließlich auf die Überordnung der Dinosaurier ab. Hätte ich die Pteranodone einkalkuliert, hätte das vielleicht auch Auswirkungen auf andere Reptilien gehabt. Hätte es vielleicht. Vielleicht, vielleicht, Dr. Sorkin, vielleicht. Ich bräuchte es bloß eine kleine Änderung, um nur auf Pteranodone oder eine sonstige Spezies abzuzielen. Ich bräuchte nicht mal ein komplettes Labor. Muss ich Jess bitten, Ihnen auf die Toilette zu folgen? So weit kommt es nicht. Ja, doch. Ich mache dann nicht heimlich und ich lasse sie definitiv aus dem Spiel. Tut mir leid, wie es das letzte Mal gelaufen ist. Tja, danke für die Entschuldigung, aber es geht hier nicht um mich. Okay, tritt sie. Jetzt tritt sie bitte. Und wenn sie schwimmen können, ja, ja. Sind Sie absolut sicher, dass keines dieser Tiere schwimmen kann? Ich bitte Sie, Jerry. So sind die asiatischen Elefanten von Sri Lanka nach Indien gekommen. So was ist schon mal passiert. Ja, aber wer kann schon von denen schwimmen? Außer Raptor und T-Rex, Frachiosaurus, Stegosaurus. Keinen. Ansonsten kann keiner von denen schwimmen. Ach doch, ein paar können doch noch fliegen. Und andere wie der Mosasaurus können auch so schwimmen. Aber scheiß auf den. Dr. Sorkin, ey, sie haben wirklich nicht mehr alle Tassen an der Tanne. Dass sie entkommen ist unwahrscheinlich, wäre eine Lüge. Haben Sie sie jemals schwimmen gesehen? Ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, die man immer stellen sollte, wenn man irgendwas anzweifelt. Das hier ist so eine supergeile Frage, die auch kommt, wenn irgendjemand ankommt und euch erzählen will, keine Ahnung. Es gab mal eine Pandemie. Dann sagt ihr einfach, habt ihr das gesehen? Ja. Habt ihr das, habt ihr den Virus wirklich gesehen? Das fragt ihr einfach dann. Das fragen wir jetzt auch. Schachmat. Sie sehen sie doch jeden Tag. Haben Sie jemals erlebt, dass einer der Dinosaurier schwimmen wollte? Nee, hat er nicht. Sie in Käfigen, Laura. Sie haben also gar keine Gelegenheit. Aber sicher können mehr Vierbeiner schwimmen als nicht schwimmen. Okay, ich gebe zu, dass einige Sauropoden eventuell schwimmen können. Aber ich glaube trotzdem, dass 120 Meilen offenes Wasser eine wirksame Barriere sind. Ja, okay. Das überzeugt mich auf jeden Fall. Sie würden einfach alle sterben lassen. Nur eine Entscheidung ist moralisch richtig. Wir lassen ja alle fragen das mal nach. Die Möglichkeit, dass ein Dinosaurier zum Festland schwimmt, ist nichtig. Angesichts unserer Verantwortung, diese Tiere menschlich zu behandeln. Sie sind unseretwegen hier. Ja, nee, 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 komm. Ich will nicht, dass diese Tiere sterben. Wirklich nicht. Aber wir alle haben der Lysinkontingenz zugestimmt. Das war eine Voraussetzung für die Arbeit hier. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass ich schon hier war, bevor von der Lysinkontingenz überhaupt die Rede war. Das war Henry Wuhs Idee. Das sollte der letzte Ausweg sein. Diese Diskussion bringt nichts. Das ist mein Lebenswerk, ist die Wahrheit. Für Sie ist das vielleicht nur ein Job, Jerry. Aber diese Tiere sind mein Leben. Ich kann sie nicht einfach sterben lassen. Sie glauben den Umständen und ihrer Herkunft zum Trotz doch nicht wirklich, dass es okay ist, eine Spezies auszurotten. Ich verschwinde, schreibt Ehrenschirm. Ja, mach das. Dir noch einen schönen Abend, wenn das so stimmt, wie ich es hier lese. Gespräch beten auf gar keinen Fall. Wir sind verantwortlich, ja. Wir können von Anfang... Da lässt sie mich auf jeden Fall nicht aussprechen, die dumme Sau. Dann gehen wir hier rein. Natürlich würde ich Ihnen recht geben. Niemandem steht es zu, eine gesamte Spezies zu töten. Aber Sie geben doch zu, dass das hier ein Sonderfall ist. Wir sind verantwortlich. Ach, Leute. Okay. Bringt nix. Es reicht. Es ist sinnlos, weiter darüber zu diskutieren. Einigen wir uns einfach darauf, dass wir uns uneinig sind, okay? Ja, weil du alt und verbittert bist. Du bist alt und verkretzt. Du hast deine Meinung festgefahren wie deine Falten in deinem dämlichen Ledergesicht. Jess, wo warst du? Nur den Gang runter. Ihr habt doch eh nicht gemerkt, dass ich weg war. Das stimmt auch wieder. Aber mach das nicht nochmal, okay? Klar, okay. Also ich muss sagen, wenn Jess jetzt tot wäre, ich würde es erst morgen merken, glaube ich. Ich würde es jetzt erst mal nicht merken. Okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieso rennen wir eigentlich immer noch, wenn wir doch eigentlich festgestellt haben, dass nicht bewegen schlauer wäre? Wieso rennen wir? Wieso rennen wir immer noch? Erkläre es mir. Oh Gott, ich sterbe jetzt. Ich werde jetzt auf jeden Fall sterben, weil ich jetzt nicht weiß, was ich drücken muss. Mal wieder. Ach, halt dein Maul. Da ist ein Raptor, da ist ein Raptor. Ich habe es verstanden. Der war aber schnell. Der war aber schön und schnell. Ähm, da ist ein Raptor drin, wollte ich einfach gerade sagen. Ich hasse diese Pfeiltasten, wirklich. Also runter und dann rechts. Ja, kriegen wir hin. Als ob der Raptor ihn jetzt nicht angreift. Erzählen mir doch jetzt keinen Scheiß. Nee, ich kann die Kommentare gerade nicht lesen. Chillt mal ganz kurz. Sofort. Ach, Mädel. Mädel. Warum läufst du so komisch? Warum machst du das? Warum läufst du nicht einfach raus? Den Eingang raus und außen rum. Wegen der Rasierzaumdose. Und ich kann nicht noch öfter gerade ausdrücken. Wenn du jetzt stirbst, bist du einfach tot. Dann ist mir auch egal. Ja. Ey. Aber ich kann ja nicht noch öfter gerade ausdrücken. Ich muss euch wirklich mal meine Hand dazu einblenden, was ich gerade drücke. Ohne Scheiß. Oh, wo muss ich denn hin? Wer bin ich denn? Bin ich der Greis oder? Scheiße. Ohnein. Ich muss da wieder rein. Das war keine Absicht. Ich fühle mich gerade wirklich unfair behandelt. Ganz ehrlich. Du musst doch einfach nur deinen Maul halten, dass er dich nicht hört. Oder ist das nicht das Einzige, was wir machen müssen, ist, dass sie ihr Maul hält? Oh Gott. Halt still. Still halten. Halt still für die Rasierzaumdose. Die Rasierzaumdose. Halt doch dein Maul und kletter nach oben. Ich kann doch nicht. Ich hab's doch. Ich schwör's euch. Ich drücke einfach so krass oft nach oben. Ich kann nicht noch öfter nach oben drücken. Ja, aber nee. Das kann ja nicht sein. Du musst trotzdem machen, was ich drücke. Jetzt hab ich mich verdrückt. Das war dumm. Hab ich nach oben gedrückt. Aber ich muss echt mal meine Finger dabei aufnehmen. Oder ich hab einfach nur Wahrnehmensstörungen. Aber ich meine, ich drück echt einfach immer. Normalerweise drück ich einfach immer gnadenlos dieselbe Pfeiltaste. Gnadenlos. Ich hoffe, jetzt klappt's. Test. Oh. Einfach nur hochdrücken jetzt. Doppelt nach oben. Einfach. Achtung. Es sei denn, ich muss auch vielleicht einfach gar nicht doppelt nach oben drücken. Das kann natürlich auch einfach sein. Rede nicht und mach. Weib. Raus da. Lauf, lauf, lauf. Oh Gott. Oh Gott. Ey, sie stirbt halt hardcore oft gerade, ne? Los. Das war sogar fast so cool wie Owen. Das war sogar noch ein bisschen cooler als Owen. Klemmen deine Tasten vielleicht. Ja, keine Ahnung, kann auch sein. Die Tastatur ist schon ein bisschen älter. Hey, ganz ruhig. Ich nimm's zurück. Wir wissen alle, du willst sie sterben sehen. Genau, das ist mein Hintergrundgedanke. Ah, das war eben gerade echt unnötig. Unnötig oft gestorben gerade. Wir haben sie verloren. Muss rausgefallen sein. Ich weiß auch wirklich nicht, wieso. Deswegen sind wir hier. Oh nein. Oh nein. Okay. Also, wir werden jetzt wieder Tode sehen. Definitiv, weil jetzt wieder so komische Pfeiltasten links, rechts, oben, unten kommen. Aber jetzt werdet ihr auch einfach zugleich den coolsten Kampf im Jurassic-Universum sehen. Einfach einen Oscar, der gegen einen Velociraptor mit einem Messer kämpft. Das müsst ihr euch auf jeden Fall jetzt reinziehen. Gut. Wenn ich sie nicht aufkriege, schaffen die es auch nicht. Ich will euch nur alle möglichen Tode zeigen. Genau. Das ist auch. Auch beides ist wahr. Alles, was mich hier rausholt, so ein bisschen. Was machen wir hier in der Kiste? Das nenne ich ein gutes Versteck. Aber wollen wir uns verstecken? Wir wollen doch... Äh, Oscar, wir wollen doch eigentlich kämpfen. Verdammt. Bring it on, you! Nein. 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 Moment. Oscar will kämpfen. Nee. Dann gehen wir jetzt direkt da in die Ecke. Das nenne ich ein gutes Versteck. Sie kommen. Ja, die sind schon da, Oscar. Die sind schon da und wir müssen ganz schnell nach oben, Oscar. Dreckiges Stück. Scheiße, wolltest du gerade sagen. Sag es einfach, Oscar. Sag es. Sprich es einfach aus. Der Raptor ist ein dämliches Stück Scheiße. Ach stimmt, die ist ja auch noch da. Okay. Wir haben einen T-Rex. Ja, das eben gerade war seine englische Stimme. Ich würde sagen, dass sie rausgeht. Wie konnten sie sie nur fallen lassen? Das ist dämlich jetzt. So was zu fragen ist halt passiert. Gehen sie zurück und finden sie. Wir wissen, wo sie ist. Holen sie sie. Ich warte lieber, bis unser Freund da ein neues Kauspielzeug gefunden hat. So viel Zeit haben wir nicht. Wenn die Embryos sterben, sind sie wertlos. Die Embryos sind wertlos für mich, wenn eine verdammte Echse mich frisst. Geh. Jetzt, wir machen es einfach selber. Komm. Können wir einfach selber rausgehen. Wie konnten sie sie nur fallen lassen? Dumme Frage. Wir fragen trotzdem. Wir haben Millionen gesetzt aus der Tasse gefallen. Tut mir leid. Ich war etwas beschäftigt mit dem riesigen Prähistory. Ja Mann, schrei ihn einfach an. Schrei jetzt doch auf die Mutter gehen. Geh doch auf die Mutter und dann können wir raus zum T-Rex gehen. Auf geht's. Wenn sie nicht mann genug sind, die Embryos zu holen, mach ich selbst. Moment. Das war fast auf Mutter gehen. Aber das war so nah dran. So nah war sie gerade dran. Ich weiß. Aber sie haben sie fallen gelassen. Tja. Passiert. Wenn sie mir jetzt mit Logik kommen. Dann los. Aber schnell. Also doch, Billy. Oh Gott. Ich hab keinen Bock. Oh, das ist jetzt wieder so eine dumme Scheiße mit langsamem Bewegen und so einem Scheißdreck. Ja. Ja. Der Bildschirm ist zu groß für sowas. Die Pfeile sind aber auch komplett blöd positioniert. Jetzt gerade geht's. Ich bin ein blöder T-Rex. Nimm das Ding doch in die Mitte. Oh nein. Billy ist tot. Oh nein, Billy ist nicht tot. Ich hab sie nicht bekommen. Ich schwöre, ich hab diesmal echt keine Ausrede, warum ich mich erdrückt hab eben gerade. Ich hatte eine einzige Aufgabe gehabt, nach links und nach rechts zu drücken. Abwechselnd hab ich es nicht geschafft. Versuchen wir es nochmal. Niemals. Ich mach's nicht. Ohne sie hätte ich die Embryos immer noch im Rucksack. Sie haben sie verloren. Sie holen sie. Schon gut. Soll ich auch noch den Rasen mähen? Ja. Die meisten Typen bekommen wenigstens eine Hochzeitsnacht, bevor das Gemecker losgeht. Auch da kann ich sagen, ja. Esel? Mein Fehler. Ich meinte Ackerkau. Sie geht noch auf Billys Mutter, bevor das Spiel vorbei ist. Die ist so knapp dran. Die ist so nah dran. Zack. 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 Warum sind diese Scheißkreise manchmal schneller und manchmal langsamer? Das ist extrem nervig. Warum hängt das Spiel jetzt gerade, wenn ich so eine Scheiße hier drücken muss? Genau dann sollte so ein Spiel vielleicht einfach nicht hängen. Heb sie auf. Billy, heb die Scheißdose jetzt auf. Du schreibst und tragst dich gleich wirklich aus. Er redet mit ihr. Er ist dämlich. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Heb die Rasierschaumdose auf. Ja, schrei ihn noch an. Schrei ihm ins Gesicht. Ich hätte ihn noch getreten, hätte ich ihn noch. Meine Fresse, Alter. Also wirklich, wir schleichen uns dahin, nur dass er danach den T-Rex auf einmal anschreit. Hey. Rottel. Oskar ist zu krass. Selbst wenn er eins gegen eins mit dem Raptor kämpfen will, schleicht er wieder lieber herum. Ja, das stimmt. Danke. Macht fast wieder gut, dass ich sie verloren habe. Bro, denkt er sei Owen. Das, ja, wirklich, ne? Hat er wirklich gerade gedacht. Er dachte sich einfach, ey. Na dann gemerkt, es klappt nicht, weil Owen hier in diesem Universum nicht existiert. Gott sei Dank. Gott segne Jurassic Park The Game und alle Spiele, die Owen nicht Kanon akzeptieren. Weil Owen ist Kacke. Okay. Ja, genau. Och Mann, das ist doch nicht euer Ernst. Och, komm. Oh. Was? Ich habe Augen gesehen. Die ist so komplett durch. War nur eine Ratte oder so. Gehen wir weiter. Nein. Ich habe ähnliche Augen gesehen, bevor ich gebissen wurde. Ich glaube, wenn du diesen Playthrough durch hast, spielst du das Spiel nicht mehr. Ey, wir zocken das Spiel eigentlich jedes Jahr seit drei Jahren. Das hier ist jetzt gerade der vierte Durchlauf. Also dann seit vier Jahren jetzt ungefähr. Einmal im Jahr wird Jurassic Park The Game gezockt. Definitiv. Das Game auch wirklich geil ist und Spaß macht. Und ich werde minimal besser. Also schau dir mal mein allererstes Let's Play zu dem Game an. Denkst du dir auch so, oh Gott. Na los, wir müssen weiter. Oh Gott, ist der blöd. Erst wenn ich sehe, wo ich hingehe. Denkst du dir jetzt vielleicht auch noch, aber nicht so krass wie damals. Weil unser Freund Rexy auf uns wartet. Aber vielleicht kriegen wir das nicht an. Scheint so, als wir das nicht bleiben. Oh, der Name Rexy ist noch... Den Namen Rexy einfach auszusprechen ist noch mehr cringe, als den Namen wirklich zu schreiben oder irgendwie zu lesen oder zu hören. Wir haben Glück. Das hier sieht wie eine Schalltafel aus. Machen wir das ganze Ding gerade mal auf. Du gehst gleich auf Mutter, da bin ich mir sicher. Ähm, wenn dann geht, dann geht... Ich habe ja nicht ihren Namen, aber wenn dann nicht. Sie geht auf jeden Fall auf seine Mutter gleich. Oh, sie ist auf dem Dose, die fackelt nicht mehr lange. Das wird so lange gezockt, bis du Gold überall hast. Aber da muss ich ja jedes Jahr wieder von vorne anfangen. Ich meine, ob ich das... Oh, das wird niemals passieren. Ich werde das noch mit 90 zocken. Warum lassen Sie nicht einfach die Anleitung? Sie ist doch direkt da. Weil niemand die Anleitung liest. Welcher Idiot liest die Anleitung, wenn es darum geht, einen Schalter zu drücken? Jetzt mal ganz ehrlich. Wir haben hier einmal Push to Open und einmal Push to Close und was auch immer das hier ist. Wir gehen zuerst darauf, weil ich nicht weiß, was das ist. Was ist mit dem Ding da vorne? Vielleicht muss man es erst vorbereiten, bevor man es einschaltet. Nein. Nein, müssen wir nicht. Nein. Nichts für ungut. Aber dieses elektrische System ist wahrscheinlich viel komplexer als alle, die Sie kennen. Ja, richtig. Sie sind eine Frau. Sie haben bisher höchstens das Licht eingeschaltet, aber auch nie es ausgeschaltet. Ich bin ein Mann. Ich schalte regelmäßig Lichter ein und wieder aus. Deswegen gehen wir einfach mal auf Push to Close, wa? Zum Schließen drücken. Was schließen? Tja, ich hab versucht, euch dich zu raten. Scheiße, okay. Okay, ich hab's jetzt. Schließen Sie die Augen, denn gleich verlieren Sie Ihre... Ach, Yoda, du bist ein Trottel. Du bist wirklich dumm. Oh, du bist wirklich dumm. Und das denkt sich jetzt hier Oskar gerade auch. Er denkt sich auch, was für ein Dummkopf hat jetzt hier das Licht ausgemacht. Was ist los? Dad? Hier drüben, Jess, alles okay. Das Notstromaggregat konnte gar nicht ewig halten. Schon gut. Nein, daran liegt's nicht. Wir hätten tagelang damit auskommen müssen. Woher soll ich denn wissen, dass Öffnen eigentlich alles ausschalten heißt? Das ist eine gute Frage eigentlich. Sie hätten nur die Anleitungen lassen müssen. Man liest keine Anleitungen, wenn's um einen Knopf geht. Das ist ein Dino, der sie noch nicht gehört hat. Meine Güte. Verdammt nochmal. Wie auch. Gibt's kein Slipen? Kannst du rumschreien, wie du willst. Echte Männer lesen keine Anleitungen. Hat's funktioniert? Nein. Sind wir fast alle gestorben? Noch nicht, aber es kommt noch so weit. Trotzdem ist die Schnauze. Gibt's kein Schließen? Ich schließe den Scheißer vor. Du kannst doch auch nicht einfach, wenn die Frage ist, drücke ich den grünen oder den roten Knopf, so eine Anleitung drunter hängen. Oh, bitte nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Oh nein. Hier ist RT Bridges, direkt aus der einzigen inoffiziellen Radiostation im Jurassic Park. Nur eine kleine Erinnerung, bevor wir nicht machen, Parklinge. Wer um sieben nicht am Schiff ist, kommt auch nicht mit. Hier noch ein kleiner Song für die Letzten da draußen, die noch... Oh nein, ich muss jetzt mit dem Song zusammen mit Oscar gegen den Raptor kämpfen, ne? Wir sehen uns... Verdammt, Ari. Er ist doch nicht mehr hier, oder? Nein. So wie es sich anhört, hat er das letzte Band eingelegt und ist abgehauen. Das war auf jeden Fall Oscars Stimme. Wie ist denn der Song, der sie für die Überfahrt bereit macht? Auch Oscar, ja komm, scheiß drauf. Verdammt! Ich drücke es doch, Manus. Ich muss da mehr draufholzen jetzt. Achtung! Oh, 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 Scheiße! Ja, doch. Kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, wirklich nicht. Verdammt! Was klappt denn, wo du hängst? Aber es ist doch scheinbar echt nur der Knopf nach oben, habe ich das Gefühl. Ich muss das mal im Auge behalten. Verdammt! Links und hoch und hoch und hoch und hoch. Ach, fick dich. Entschuldigung für den Ausdruck, aber es kann doch nicht wahr sein. Aber hier klappt es ja auch noch. Verdammt! Verdammt! Was? 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 Echte Männer unterschreiben Verträge, ohne sie zu lesen. So ist es nämlich genau. So sieht es aus. Oscar, hast du gerade so ein Vieh mit bloßen Händen erledigt? Dornröschen ist also aufgewacht. Musstest du sie küssen? Ich bin von allein aufgewacht, danke. Oder? Sie waren doch die ganze Zeit auf dem Baum da. Natürlich. Glauben Sie mir, wenn ich sie küsse, erinnern Sie sich dran. Das wird niemals passieren. Warum sagen Sie sowas nicht? Du solltest doch an der Aktsturzstelle bleiben. Ja, aber... Dann war da der wütende G-Rax, also mussten wir den Plan ändern. Oder sollte ich ihn mit dem Messer angreifen? Wie ist der Plan endet? Richtig. Ich habe das Rätsel um die Rasierschaumdose gelöst. Unser Sonnenschein hier wollte Dino-Embryos von der Insel schmuggeln. Was? Das glaube ich nicht. Sie sind nicht gut genug, um so ein Ding durchzuziehen. Sie weiß, was sie tut, Oskar. Das hast du auch über die kochende Kellnerin in Bogotá gesagt. Das war nicht ihre Schuld. Das waren Salmonellen. Sie sind echt. Mein Kunde hatte einen Mann namens Nedry da drin. Der kam aber nicht, also schickten Sie... mich, um die Embryos zu finden. Ich bin der Notfallplan. Also? Deckt sich mit meinen Infos. Sie suchen diesen Nedry in ganz San Jose. Dachten, er war auf dem letzten Schiff. Die Suche kann aufhören. Er ist Dino-Futter. Ich nehme an, du hast einen Plan. Naja, den richtigen Leuten sind diese Dinger eine Menge Geldwert. Ich meine, eine Menge. Ähm, wir nennen sie einfach mal ohne Begründung Heuchlerin, oder? Würde ich sagen. Ohne Kontext. Einfach mal beleidigen. Sie sind ziemlich selbstgerecht für eine Diebin. Ich wäre keine Diebin, wenn Sie diese Insel nicht von meinen Leuten gestohlen hätten. Ich hab gar nichts gestohlen. Die costarikanische Regierung vermietet die Insel an Ingen. Und Sie haben nur die Smutsarbeit erledigt, was? Ich hab nur meinen Job gemacht. So wie jetzt auch. Wirklich? Und wie viele Menschen wollen Sie heute tötet? Halten Sie die Klappe. Oder ich fange mit Ihnen um. Keinen Stress. Spart euch das für die Dinos. Hau ihr einfach ins Gesicht. Okay. Ah, wirst du es tun. Einfach mal. Du machst damit. Hey, ich mach gar nichts ohne sein Einverständnis. Aber komm schon, Oscar. Ingen kümmert sich ein Dreck um uns. Guck dir an, was mit Team B passiert ist. Mit die Kev. Ihre Familien bekommen einen lausigen Scheck, ein Redeverbot und sonst nichts. Wohl wahr, wohl wahr. Ich will dich nicht daran erinnern, dass uns die Zeit wegläuft. Wir schaffen es nie, diese Leute zu retten und Dienstboten zu spielen, bevor hier Ground Zero ist. Was meinen Sie mit Ground Zero? Nichts. Es könnte klappen, Oscar. Wir müssen sowieso einen neuen Helikopter ordern. Also bringt einer von uns die Leute zurück ans Festland und einer bringt sie zu ihrem Kontakt. Und dieser eine wär's dann wohl du. Sagt Ingen einfach, dass ich tot bin, so wie der Rest der hier geschickten Jungs auch. Wir treffen uns dann später, um die Kohle aufzuteilen. Ich vertraue dir, aber ihr nicht. Ich überleg's mir, ich bin dabei. Wir gehen einfach mal mit. Komm, wir sind einfach mal mit am Start. Wir müssen jetzt hier von der Insel runter. Wir haben keine Zeit mehr jetzt, um zu diskutieren. Auf geht's. Aber ich will dir sowieso nicht näher kommen als nötig. Jetzt reißt euch mal zusammen. Okay, jetzt raus hier. Und zwar ruhig und langsam. Snell zur Rassiersaumdose, schnell. Schnauze, schnell raus hier. Zur Rassiersaumdose. Fangen wir nicht schon wieder damit an. Ich respektiere Ihre Meinung, Jerry. Aber es überrascht mich ein wenig, wie egal Ihnen die Tiere sind. Sie sind mir nicht egal, Laura. Es ist nur so, dass Ihre Entscheidung so viele unbeabsichtigte Konsequenzen mit sich bringt. Oh oh. Oh scheiße. Ich weiß, was jetzt kommt. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Und tot. Hätten wir aber auch cooler inszenieren können. Hat er gerade die Kippen gefressen? Oh Gott, Jessica raus hier. Jessica raus hier. Was ist das denn? Der kommt doch jetzt trotzdem durch. Erzähl mir doch keinen Scheiß. Ja, natürlich. Ja, die Stange. Oh. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh scheiße. Versuch's wegzulaufen. Ich halte das nicht lange durch. Oh Gott. Schlüssel. Ähm. Schlüssel. Bitte, bitte, bitte. Gott sei Dank. Zurück. Auf. Hä? Zu schnell kann ich überhaupt nicht da hinklicken, Mann. Du blöde Kuh. Okay. Oh Gott, das war knapp, glaube ich. Lauft um euer Leben. Lauft um euer schäbiges Leben. Lauft um euer Leben, wo es ausgab. Ah, dankeschön. Er schubst den Raptor weg. Ey. Willst du mich wirklich angreifen? Ja. Sein letzter Freund hatte nicht so viel Glück. Einfach weggeschubst den Raptor, ey. Was zum... Verblüffend. Ich hab sie noch nie so ängstlich gesehen. Das war super. Ähm. Kein Problem. Okay, Schatz. Lass den Mann zu Atem kommen. Yoda. Sie leben. Wir leben? Überrascht mich, dass ihr fünf Minuten ohne Oskar und mich überstanden habt. Vielen Dank. Schon gut. Äh. Ist das Blut? Fragen wir erstmal nachher. Oh mein Gott. Sie bluten. Alles okay? Keine Sorge. Das ist nicht meins. Das ist scheißegal. Das ist nicht meins. Sie haben einen getötet, ja. Sie haben einen getötet? Mit einem Messer? Das ist so cool. Hey. Ich bin einem T-Rex entkommen. Keine große Sache. Nur ein normaler Kampf. Wie haben Sie überlebt? Der Raptor-Tattoo. Hat er ein Raptor-Tattoo? Eigentlich nicht, oder? Kann ich nicht jetzt ein Raptor-Tattoo, Jan? Ich würde es machen. Hm. Keine schlechte Idee. Mir machen Sie nichts vor. Wie bitte? Lassen Sie sich ruhig als Held feiern. Aber wir beide wissen, was Sie wirklich sind. Sie haben recht. Das tun wir. Oh Gott. Hey, wir haben ein Problem. Was ist los, Lord? Erst die flackernden Lichter, jetzt der Dampf. Irgendwas stimmt nicht mit dem geothermischen Kraftwerk der Insel. Unheimlich, die scheiß Geothermik in dem Spiel. Das war auch eine saubeschissene Stelle. Ah, wie blöd. Ah, wie blöd. Oskar kann doch eigentlich einfach mit der Faust in den Vulkan reinboxen, oder nicht? Warum machen wir das nicht einfach so? Wie kommen wir da hin? Komm, scheiß drauf, wir machen das jetzt. Ich weiß echt nicht, wo wir sind. Ja, ich war hier schon mal. Da geht's lang. Wir müssen wirklich los. Einfach weggeklatscht. Ja, Oskar fackelt auch nicht lange. Warum zum Hörderaufzufragen? Wir müssen jetzt los. Auf jetzt. Gary. Jerry. Los jetzt. Wie können wir die Explosion im Kraftwerk verhindern? Wir müssen schnellstmöglich was tun. Aber was genau, weiß ich erst, wenn wir da sind. Keine Zeit. Verabschieden Sie sich von den Sauriern, Doc. Die Fossilien können sich später ausgraben. Genesis, schönen guten Abend. Schön, dass du am Start bist. Oskar ist der Beste, egal was alle anderen sagen. Es gibt, glaube ich, keinen, der sagt, Oskar ist blöde. Aus Gründen. Weil sonst Oskar vorbeikommt und die einfach seinen Bizeps zeigt. Ja. Ich laufe vor und sorge dafür, dass keine Dinosaurier auf uns warten, wenn wir dort ankommen. Kann ich mit? Ich helfe auch. Du bleibst hier, wo ich dich sehen kann. Jetzt wird sie nervig. Jetzt kommt der Moment, wo sie nervt. Oskar nimmt dich gerne mit, oder? Oskar? Hm. Ich bin froh, dass sie noch leben. Naja, ich habe eigentlich vergessen, dass sie noch leben. Ich bin auch einem T-Rex entkommen. Wir flexen einfach mal. Wie will er einem T-Rex entkommen, Yoda? Aber sicher. Weißt du, nicht jeder ist so gut trainiert. Ganz zu schweigen von der nötigen Geschwindigkeit. Ja. Nicht wahr? Das dachte ich auch, als ich ihm gestern entwischt bin. Weil ich krass bin. Weil ich bin Yoda. Ich bin einfach... Als der Helikopter im Dschungel abgestürzt ist, dachte ich echt, sie wären alle tot. Uns geht's gut. Hey, die ganze Geißelnahme vorhin tut mir echt leid. Ah, okay, wirst du jetzt langsam... Zeigst du jetzt Reue? Sind sie jetzt Freunde, kommen wir... Das ist doch super. Jetzt sind also alle Freunde? So würde ich das nicht sagen. Sondern? Niemals. Haben sie etwa rumgemacht? Sagen wir es so. Wir haben in Sieden zusammenzuarbeiten. Hey, Oskar ist zurück. Was hast du rausgekommen? Wir hatten echt mal was miteinander? Hoppla. Ah, huch. Billy, wusste ich ja gar nicht. Niemals frei, aber die Tür zum Kraftwerk ist verschlossen. Ist das nicht praktisch? Jetzt verstehe ich, ey. Ich fürchte nicht. Zigarette? Ah, krass. Billy hat ihre Knospe gestrahlt. Jetzt raff ich's erst. Okay, das wusste ich jetzt seit vier Jahren. Zum ersten Mal hab ich's jetzt gerade gecheckt. Okay. Aber dann kam ein Dinosaurier und ich hab sie nach ihm geworfen und er hat sie gefressen. Jessica Marie Harding. Erst wirst du im Einkaufszentrum beim Klauen eines T-Shirts erwischt. Dann klaust du ein Fernglas aus dem Park und lügst mich darüber auch noch offen an. Und jetzt Loras Zigaretten. Wir haben die Raptoren am Hals, weil du eine rauchen wolltest? Richtig. Scheiß Raucher, es sind immer die Raucher. Raucher fucken immer ab. Das ist wirklich so. Ich kann das bestätigen. Raucher gehen einem immer auf die Eier, egal was du machst. Raucher nerven, wenn du ins Kino gehen willst, ja komm, geht ihr schon mal rein. Ich will noch draußen eine rauchen. Natürlich stehst du da mit der Person draußen in der Kälte, die gerade noch eine raucht. Immer. Am Flughafen, wo kann ich denn noch eine rauchen? Ich habe jetzt gerade sechs Stunden ohne Rauchen verbracht. Okay, Mom raucht. Immer alles auf die Mutter schieben. Wir gehen heute noch auf Mutter, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Jetzt gehen wir auf die eigene Mutter. Hey, Mom raucht. Und du hast auch geraucht, als ich klein war. Ja. Darum geht es doch gar nicht. Oh, doch, oh, doch, mein Freund, oh, doch. Tja, das ist wohl scheiße gelaufen, mein Freund. Du musst dir echt keine Sorgen um mich machen, Dad. Ich bin fast 15. Ich komme allein klar. Ich brauche weder dich, noch Mom, noch sonst wen. Ach, Schatz, ich weiß doch, wie das in deinem Alter ist, aber du bist längst nicht erwachsen. Du bist, ähm, körperlich vielleicht eine junge Frau, aber... Na, eigentlich bist du jung und blöd. Eigentlich bist du jung und ziemlich doof. Du hast ein Hemd an und hast zwei Knöpfe immer noch nicht zu. Du hast das gesamte Spiel über zwei Knöpfe an deiner Scheißjacke immer noch nicht zugeknöpft. So blöd bist du. Da, seht ihr das? Ja, Yoda. Weil du noch keine Kinder hast, mein Freund. Mit Oskar. Oskar dich abserviert hat. Gehen wir raus hier, komm. Sie ist wirklich verschlossen. Habe ich doch gesagt. Ähm. Dieser Lüftungsschacht führt vielleicht auf die andere Seite der Tür. Nichts für ungut, Doc, aber keiner von uns passt da durch. Vielleicht? Dieser Lüftungsschacht führt ziemlich sicher auf die andere Seite der Tür. Die kleine passt da durch, ne? Ich will's ja nur ganz kurz mal an... Ich will's ja nur mal anschneiden. Bleib in Sichtweite, bis wir von der Insel runter sind. Du hörst mir nicht mal zu! Was verheimlichst du mir sonst noch? Ja, Jessica. Hat Mom dir etwa nicht erzählt, dass ich strippe? Das reicht, Jess. Aber so lange, bis die Death Metal Band von meinem Freund durchstartet, dann heiraten wir nämlich. Mom hat die Mündig-Sprechung schon unterschrieben. Können wir sie anschreien? Jemand, der wie eine Erwachsene behandelt werden, sollte sich nicht wie eine Rotzgeöre verhalten. Außerdem bin ich schwanger. Okay, das reicht. Tut mir leid. Jess, wir reden später. Wie kann ich helfen? Wir haben ein Problem. Wir kommen nur durch den Lüftungsschacht an der Tür zum Kraftwerk vorbei. Und da passt wahrscheinlich nur Jess durch. Auf keinen Fall. Meine Tochter hat bewiesen, dass sie nicht mal auf sich selbst aufpassen kann. Oha, nochmal die Tochter gedisst. Jawohl. Mal schön die eigene Tochter schlechtreden. Sehr gut, Jerry. Sehr gut. Sie raucht gerade. Ist der dumm? Gut gemacht, Jess. Danke. Okay, wir sind drin. Okay, alle mal zuhören. Wir müssen Dampfdruck ablassen. Der Druck darf sich nicht anstauen. Wonach suchen wir? Eine Stromkonsole. Und vermutlich ein Hauptablassventil. Tut mir wirklich leid, Dad. Ich wollte nur... Du wolltest nur alles ignorieren, was ich gesagt habe. Jetzt bleib gefälligst da, wo ich dich sehen kann. Wir haben doch nie gesehen, wie sie rumgemacht haben. Fragezeichen. Ja, willst... Aha, ja, haben wir nicht gesehen. Ich... Willst du das sehen? Hast du da Bock drauf, das zu sehen? Ich glaube den beiden einfach. Ich meine... Das hat keiner von beiden widersprochen. Weder sie noch er haben gesagt. Nein, stimmt nicht. Die Reaktion von beiden ist einfach nur gewesen... Also wahrscheinlich ist da was gelaufen zwischen denen. Gehe ich mal stark davon aus. Außerdem bin ich schwanger. Random Side Fact. Wer hat das gerade von denen gesagt? Wer von denen ist schwanger? Die Alte schon mal nicht. Und die hoffentlich auch nicht. Und der Rest sind Männer. Also ich glaube keiner von denen ist schwanger. Okay. Auf geht's. Wir können den Kondensator nicht laden, bevor der Dampf abgelassen ist. Zu riskant. Demnach müssen wir zuallererst Dampf ablassen. Sehen Sie das große Rad da oben? Ja. Das müsste das Druckventil sein, das wir suchen. Ich mach das schon. Danke, Jerry, danke schön. Danke, du bist super, super vorbildlich. Dann lassen wir zuallererst mal Dampf ab. Lassen Sie den Druck erst ab, wenn ich den Strom abschalte. Sonst wird das System nicht richtig zurückgesetzt. Okay. Lassen Sie den Druck noch nicht ab. Warten Sie, bis ich den Strom abschalte. Verstanden. Ja, aber hast du nicht eben gesagt, mach den Druck aus, damit ich den Strom abschalten kann, oder bin ich dumm? Wir müssen den Dampf ablassen, bevor wir den Strom einschalten. Das ist jetzt so eine klassische PAD-Situation, wa? Wir schließen den Stromkreis erst, wenn der Kondensator geladen ist. Okay, okay, der Kondensator... Dankeschön, der Kondensator muss noch geladen werden. Aber wir brauchen noch einen Kondensator anscheinend. Ich verstehe. Stein. Gut, dass der Lavastrom so weit unter uns ist. Nur ein Stück näher. Und die Hitze wäre unerträglich. Ja. Lassen Sie den Druck noch nicht ab. Warten Sie, bis ich den Strom abschalte. Wie heißt das Spiel? Das hier ist Jurassic Park The Game. Für den PC. Will die mich eigentlich jetzt komplett verarschen? Tja, das Schild müssen Sie wohl aktualisieren. Hahaha, Jessica, ja, Witz gemacht gerade, ne? Ziemlich große Schnauze dafür, dass du eben gerade noch rauchen wolltest. Mhm. Aber das würde ich wirklich auch machen. Als Nichtraucher würde ich sagen, ich würde auch einen Velociraptor rauchen. Das würde ich machen. Hey, hast du mein Feuerzeug oder wurde das auch vom Raptor gefressen? Okay. Das haben wir da oben noch. Ja, vielleicht soll keine Gefahr besteht gerade. Ihr zwei Schlaumeier. Können wir jetzt mal bitte einfach gegen den Knopf drücken? Wir müssen den Dampf ablassen, bevor wir den Strom einschalten. Okay. Ist alles cool? Dann würde ich doch einfach sagen, gehen wir jetzt rüber und lassen den Dampf ab. Oder? Lassen Sie den Druck noch nicht ab. Warten Sie, bis ich den Strom abschalte. Verstanden. Okay. 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 Wir dürfen jetzt also, wir dürfen hier auf jeden Fall nicht mit Logik rangehen. Der Zug ist abgefahren. Nicht mit Logik rangehen. Okay. Also, er will, dass sie den Strom abschaltet, bevor er das hier ausmacht. Nein, sie will das. Aber sie will auch gleichzeitig, dass... Das heißt, sie ist das Problem. Wir müssen sie einfach loswerden. Können wir sie treten? Wir gehen mal rüber und gucken, ob wir sie treten können. Aber es hieß immer Push to Close, ihr blöden Idioten. Nachdem der Kondensator geladen ist? Sehr gut. Sie haben mir die Antwort schon vorgesagt. Das war doch nicht schwer. Wollen Sie uns irgendetwas sagen, Mr. Yoda? Die Schnauze. Bitte. Wir müssen den Dampfer blasen. Ja, aber du musst doch einfach nur... Frau, sorry, Sorkin, Frau Sorkin. Sie müssen doch einfach... Das heißt, wir müssen doch einfach jetzt nur das machen, was Jerry eben gerade gesagt hat, oder nicht? Dankeschön, 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 Dankeschön. Nein, mach jetzt. Ey, Jerry, jetzt bitte mach das auf. Wir haben jetzt keinen Bock drauf mehr. Das ist zu schwach. Er hat... Er hat den Leg Day geskippt. Okay. Alles cool, Jerry. Dann müssen wir wahrscheinlich nochmal ganz kurz... Nein. Oscar... Stimmt, Oscar. Kann mir jemand mit dem Ventil helfen? Es bewegt sich nicht. Klar. Wir öffnen auch Gurkenbläser. Ich möchte gar nicht wissen, wie das aussieht, wie was aussieht. Okay, auf drei. Eins. Zwei. Ja, Oscar brauche ich halt aber auch nicht, ne? Also Oscar lacht über euch gerade. Stopp! Wir schaffen das. Nein, ich meine Stopp! Es sollte nicht... Warum sagst du jetzt auf einmal Stopp? Jetzt mal ohne Scheiß. Wir haben das... Also ich bin jetzt zum vierten Mal hier. Mit Gewalt könnten Sie etwas kaputt machen. Ich schaue es mehr an. Ist die dement wie Joe Biden? Kann das sein? Die Verlindung trennt und sich von selbst bewegt. Wir müssen die jetzt treten. Wir machen das jetzt. Komm. Machen wir einfach heimlich jetzt. Wenn die Gewalt anwenden, richten wir nur noch mehr Schaden an. Warten wir, bis sie sich problemlos drehen lässt. Ja, warten wir, bis sie sich problemlos... Okay, gehen wir mal nach hier unten. Komm. Lass mal hier unten gucken. In dem kleinen Raum da befindet sich vielleicht der Motor, den wir suchen. Ich setze mir an. Oh oh. Oh oh. Rassier-Saum, rassier-Saum. Der Motor ist hin. Ausgebracht. Ja. Okay. Ich weiß, was den Motor hält. Super, aber wir haben kein Werkzeug. Ich brauch keins. Ist nur eine Riegel. Praktisch. Das Ding schnell rausholen zu können, war wohl eingeplant. Frau Dr. Sorgen. Ich muss Ihnen leider sagen, dass Sie eine... Kannst nicht laut aussprechen. Aber Sie sind schon eine ziemlich blöde Kurve. Wenn wir Gewalt anwenden, richten wir nur noch mehr Schaden an. Warten wir, bis zum Beispiel los geht es. Ja, nur Oskar richtet noch mehr Schaden an. Oskar macht alles kaputt. Okay. Kondensator aufladen, dann Stromkreis schließen. Wir müssen den Dampf ablassen, bevor wir den Strom einschalten. Ach komm. Habe es geschafft. Super, versuchen wir es nochmal. So, und jetzt müssen wir das Ventil schließen und danach müssen wir den Strom noch einschalten. Und dann war es das doch. Geschafft. Der Dampf ist abgelassen. Jetzt müssen wir nur noch den Strom einschalten. Richtig. Und das machen... Nein, nein, nein. Das machen wir hier drüben. Moment. Strom? Ja, verpiss dich jetzt, Billy, jetzt ohne Mist. Jetzt bist du auch ein bisschen spät dran. Hast du gut gemacht. Feini. Feini, Sorkin. Feini, jetzt Marine. Aufi. Zum Schließen heißt öffnen, zum Öffnen drücken heißt nach oben. Raus oder so. Auf geht's. Bitte nicht explodieren, bitte nicht explodieren. Es gibt nichts, worüber du... Brafe Frau Sorkin, genau. Feini, Sorkin. Feini, alte Lederhaut. Ja, fein. Ja. Wenn du noch einmal einen Satz mit wahrscheinlich oder vielleicht ergänzt, dann trete ich dir in deinen alten... ...Zellulite-Rücken. Oh Gott. Ja, super gemacht. Toll. Frau Sorkin, haben sie geil gemacht. Super. Für die Rasierzaumdose. Oh, verdrückt. Ja, nochmal verdrückt. Oh Gott. Hier sagt aber auch keiner, wann du was drücken musst. Ich hasse diese scheiß Pfeile so sehr. Stirb. Die Türregler. Sie sind völlig zerstört. Danke. Können wir diese Türen nicht manuell öffnen? Leider nicht. Wir können sie nur mit den Schaltern an den Türen öffnen, durch die wir... ...reingekommen sind. Natürlich können, natürlich. Ich kümmere mich drum. Was? Niemals. Das ist Selbstmord. Oskar, mach's nicht. Er hat die Vertrauen, der niemals wieder hier, wenn sie noch Angst sind. Mach's nicht. Oskar, mach's. Bleib einfach da. Komm, komm, bleib einfach da. Dann muss ich ihm wohl all Angst einjagen. Wenn wir das zumindest besprechen. Ich hab nur eine Möglichkeit. Dann mach doch einfach ein Dings draus. Ey. Oskar, komm. Der einzige, wenn der es zur Schalltafel schaffen kann. Das ist jetzt toxische Männlichkeit. Ich. Hör zu, Billy. Wir müssen diese Leute hier rausholen. Und ohne uns beide haben sie keine Chance. Scheiße. Scheiße. Oh oh. Ich muss sofort wieder aufs Spiel. Oh Gott. Das Game läuft einfach weiter im Hintergrund und ich bin nicht drin. Okay. Ich arbeite dran. Ich lasse es dich wissen. Also, was wir jetzt machen müssen ist... Hier rüber gehen erstmal, meine ich. Aus irgendwelchen Gründen. Unsere Freunde sind da richtig, ja. Ich könnte da vorn runter. Ja, Oskar, das könntest du. Du könntest auch hier in die Mitte springen. Ich bin schon öfter so weit gesprungen. Ja, das bist du, Oskar. Okay. Ich will, dass du die Leiter runterkriegst und die Raptoren köderst. Ah, alles klar. Ich dachte schon, du bist verrückt. Aber das ist ein toller Plan. Fällt dir was Besseres ein? Scheiße, wie Billy eins sagte. Richtig, genau. Also, Dr. Sorkins alte Lederhaut müsste die Raptoren echt lang genug abhalten. Was realistisch gesehen, würde Oskar den Boden mit all den dreien Raptor aufmischen. Ja, realistisch gesehen schon, natürlich, klar. Dann würde Oskar auch einfach hier in die Lava reingreifen und würde aus der Lava so eine Peitsche rausholen und es denen voll in die Fresse hauen. Ja, aber wir sind ja hier in der Fiktion. Lenk sie ab, okay? Wenigstens ein paar Sekunden. Alles klar. Einfach die Sorgen runterwerfen. Ja, sage ich ja. Hey. Danke. Halt, halt's Maul. Halt einfach dein Maul. Tut mir echt leid. Entschuldigung. Aber das ist jetzt... Dankeschön. Er hat sich nämlich eben gerade genau dasselbe gedacht. Aber exakt dasselbe. Dankeschön, dass du jetzt für uns stirbst, während wir versuchen zu entkommen. Mit der Rasiershaumdose. Hoffentlich kommt er zurück. Nein. Ich werde jetzt öfter sterben. Aber trotzdem ist die Szene jetzt gleich sehr cool. Ich respektiere seine Fähigkeiten. Wenn es jemand safft, dann er. Hm. Ja. Oskar! Gesellschaft! Schrei! Doch nicht so, Mann! Hey! Wie wär's hiermit? Schöne, leckere Keule! Ja! Zu langsam, du blöde Echse! Also eigentlich... Dr. Sorkin, bitte halten Sie Ihr altes Maul. Wir müssen jetzt irgendwie hier durch. Oh ja, oh ja, oh ja. Genau so. Ja. Ja, perfekt. Okay. Oh, der ist sehr nah dran. Oskar! 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 Komm auf die Beine, Oskar! Lauf! Ja. Ja. Die Schnauze jetzt. Und dann links und nach oben war das eben einfach, ne? Links und nach oben habe ich aber nicht gedrückt diesmal. Zugegeben. Aber trotzdem, jetzt mache ich's. Achtung! Auf einmal ist unten rechts. Verarscht mich doch jetzt nicht, Mann. Komm auf die Beine, Oskar! Lauf! Wieso überhaupt unten rechts, wenn Oskar doch aber eigentlich nach links und nach oben muss? Das macht... Nein, Mann. Okay. Also unten rechts. Na gut. Oskar! Gesellschaft! Oh, oh. Nee. Was ist denn jetzt passiert? Wo waren wir denn? Hier. Ach, Moment, Moment, Moment. Wir machen einfach fortsetzen. Das müsste dann genau da weitergehen, ne? Okay. Hiermit! Schöne, leckere Keule! Hui! Zu langsam, du blöde Echse! Also eigentlich... Gut so. Konzentriert euch auf Benny. Ich muss einfach laufen. Geht nicht anders. Okay, Scheiße. Scheiße, Oskar. Kämpfe. Kämpfe. Hinter dir! Ich muss einfach laufen. Ich meine, das auch mit Controller zocken, das haben wir auch schon mal ausprobiert, glaube ich, ne? Ob das funktioniert. Aber es ging, glaube ich, nicht auf dem Rechner, oder? Was war das? Irgendwas ging da auf jeden Fall nicht. Hinter dir! Lauf um dein Leben, Oskar, Mann. Ja, ja. Oskar, steh auf, steh auf! Ja, streitet euch um Oskars Fleisch, genau. Sehr gut. Ach Gott, Oskar. Ja, ja, ja. Sie können nichts für ihn tun. Das war's mit Oskar. Ja, ich glaube, Oskar schafft die Raptoren mit einer Pfeife zu zähmen und zu kontrollieren. Ja, wahrscheinlich schafft sie das wirklich nicht. Nein, Oskar, O7, ja. Hey, die sind ja immer noch hinter uns her, diese scheiß Viecher. Auf, Tür zu und dann ist gut. Dann ist jetzt mal gut. Jerry, oh Jerry, du bist ein Idiot. Ja. Da ist kein Schloss. Hilfe! Bereit machen! Nein! 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 Was ist da passiert? Das war Ihre Angstreaktion. Irgendwas an diesem Ort fürchten Sie. Zeigen Sie mir Ihre Hand. Wird schon wieder. Versprochen. Sind Sie okay, Billy? Was glaubst du denn? Schweigeminute für Oskar. Was Oskar getan hat, war sehr mutig. Wenn wir zurück sind, sorgen wir dafür, dass seine Taten angemessen... Glauben Sie, dieser Scheiß ist mir wichtig? Lassen wir ihn erstmal in Ruhe. Fünf Minuten. Geben Sie mir fünf Minuten und ich bin wieder okay. Ich weiß, was Leute wie Sie von uns halten. Nichts als einfache Arbeiter. Richtig? Schulabbrecher. Wir sind ersetzbar. Das denken wir nicht. Tun wir nicht. Sag's ihm! Oskar war tausendmal mehr wert als Sie alle. Das wusste er und ist trotzdem gestorben, um Ihren Arsch zu retten. Erzählen Sie mir nicht, wie Sie ihn ehren wollen. Das verdienen Sie nicht. Okay. Was können wir tun? Nichts. Wieso haben die nicht geholfen? Was hätten Sie denn machen sollen? Wie hättest du jetzt Oskar geholfen? Ich weiß, dass wir alle am Ende sind. Aber was die Raptoren verscheucht hat, könnte noch hier sein. Laura hat recht. Alle wachsam bleiben. Wir beide suchen den Raum ab. Riecht wie... im Dschungel. Nur fauliger. Alle mal Hashtag Oskar in den Chat. Jess, das willst du nicht sehen? Nima, würden Sie... Hashtag Oskar oder Rest in Peace. Sieh nicht hin. Ja, das ist jetzt ultra verstörend. Und das ist auch sowas... Das ist richtig Jurassic Park Feeling jetzt. Das ist zu krass für alle, die Jurassic World mögen. Ja. Oh Gott, er lebt! Sein Puls ist schwach, aber spürbar. Suchen Sie nach Bissspuren. Bissspuren? Hier. Sie sehen genauso aus wie... Die von Nima, ich weiß. Er lebt. Aber nur theoretisch. Er ist gelähmt und mit ziemlicher Sicherheit hirntot. Die letzte Phase des Gifts. Ja, Oskar hat jetzt Gott im Himmel im Schwitzkasten, ihr Lieben. Aber tatsächlich haben wir jetzt hier eine Leiche. Ein Typ, der noch am Leben ist. Und in den einfach bei lebendigem Leib Eier in den Körper reingesetzt wurden. Das müsst ihr euch reinziehen. Stimmt, einen Oskar-Emote brauchen wir noch. Es muss noch einen Oskar-Emote geben. Rest in Peace, mein Bruder, auf das deine Seele Frieden finden mag. Ja gut, Oskars Seele findet ja keinen Frieden. Oskars Seele sucht Stress. Das musst du mitbedenken. Oskar hat jetzt einfach gerade Gott im Schwitzkasten. Egal welchen. Alle. Seine Kleidung ähnelt ihrer, Billy. Hat er ein Tattoo auf dem Arm? Dasselbe wie ich? Ja. Wie ein Parasit, genau richtig. Ja, das stimmt. Was zur Hölle ist da drüben los? Ist er jetzt tot oder nicht? Nicht tot, aber komatös. Irgendwas hat Eier in seinem Bauch abgelegt. Wisst ihr noch, der Typ, der, ähm, wie wild um sich geschossen hat, wie ein Bekloppte, weil er so einen an der Klatsche hatte? Äh, wie bitte? Das Opfer heißt Daniel Kefaro. Noch mehr Kanonenfutter. Mein Gott. Ich wusste, dass sie entwischt sind, aber ich hätte nie gedacht... Sie wussten hiervon? Sie wussten es? Sprenge sie um! Billy, lassen Sie sie los! Billy, halt! Lassen Sie sie los! Gehen Sie mir aus dem Weg! Was machen Sie denn? Ich warme Sie, bleiben Sie mir fern! Handeln Sie nicht unüberlegt! Hey, mach doch was! Seien Sie still! Sagen Sie es uns, Doc. Was ist da draußen? Was hat Ihnen das angetan? Tro. Sie heißen Trodon Pektinodon. Sie sollten eingeschläfert werden, aber... Was? Sie haben sie freigelassen? Nein. Ich habe sie in Quarantäne gehalten, um sie zu studieren. Ich vermute, dass Sie irgendwie das Gehege verließen, war mir aber nicht... Frau Dr. Sorkin, haben Sie wirklich richtig gut gemacht. ...all diesen verdammten Kreaturen da draußen, die nach unseren Piloten suchen. Billy, warten Sie! Wir wurden fast von einem unserer eigenen Männer getötet. Wahrscheinlich war er von einem dieser Dinger gebissen worden, genau wie Decaf. Weiß der Geier, was aus ihm geworden ist? Unsere beiden Teams sind tot. Oscar ist tot. Alles wegen ihrer Dinosaurier. Alles ihretwegen. Also, ich würde mich nicht wundern, wenn es irgendwann ein Jurassic Park The Game Teil 2 gibt und Oscar ist einfach wieder da. Kennt ihr diesen eine Scary Movie Szene? Da ist doch diese eine Schwarze, die im zweiten Teil stirbt. Die wird so bei einer Beerdigung irgendwie auseinandergerissen. Und dann ist die einfach ein Teil später wieder mit dabei und jemand fragt... Amanda heißt die, glaube ich, auch. Du lebst noch? Und sie guckt sie einfach an und sagt... Krass, gell? Verstehe ich auch nicht, aber ich bin noch am Leben. Das würde auch mit Oscar passieren, auf jeden Fall. Oscar würde dann einfach nicht sterben. Wir sprechen aber natürlich erst mal Oscar an. Selbstverständlich sprechen wir Oscar an. Oscar würde ihren Tod nicht wollen. Doch, doch, doch. Doch, Jerry. Jedenfalls ist diese Hexe eine Lügnerin. Sie hat uns alle belogen. Hat mich in Gefahr gebracht, nur um ihre Agenda und ihre kostbare Freakshow zu beschützen. Oscar würde jeden gern tot sehen. Ja, tatsächlich. Schnauze. Schade, dass die Troodon in Jurassic World Evolution nicht dieses Skin haben. Das fehlt irgendwie noch, ne? Dass man so ein paar Skins wechseln kann. Aber wie gesagt, das Spiel ist ja auch auf keinem Radar großartig. Das hat jeder irgendwie schon wieder vergessen. Ähm, ja. Sie in Gefahr gebracht. Uns alle angelogen. Beides. Kann man nicht beides einfach sagen? Hilfe nie. Ach stimmt, Nima ist auch noch da. Richtig, ja. Machen wir aber erst mal. Sie hat uns alle angelogen. Ja, sie hat allen gegenüber gelogen. Aber sie hat uns auch geholfen. Nima ist dank ihr noch am Leben. Sie hätte uns warnen können. Ich war mir nicht sicher. Es hätte ja sein können, dass sie in das Quarantänegehege geraten ist. Nichts. Ich bin der... Bin ich grad blöd, oder hat Dr. Sorkin einfach nie geholfen? Ich bin der... Nur die Augen öffnen. Ich will euch die Wahrheit zeigen. Und jemanden zur Rechenschaft ziehen. Ja, jetzt bekommt Billy seinen komischen Drall. Das ist jetzt... Das ist so eine Sache. Ähm, wenn Oscar stirbt, dann dreht Billy auf einmal so ganz seltsam durch. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Das ist so ein bisschen die, ähm, die Verwandlung von, von... Wie heißt sie? Daenerys bei Game of Thrones von Episode 2 und so. Zack. Auf einmal ist die Böse. Ähm. Heiß ich halt nicht. Zur Rechenschaft ziehen. Wir sollten sie zur Rechenschaft ziehen. Ja, definitiv. Jetzt sind wir wilde. Das ist nicht der Punkt, Billy. Sie ist nicht verantwortlich. Doch. Und Ingen sind es. Dafür müssen wir jetzt alle büßen. Aber... Billy, lassen Sie sie los. Wir brauchen jeden, der irgendwie helfen kann. Alles, was sie sagen muss, ist... Es war meine Schuld. Kommen Sie doch. Spucken Sie es aus. Nein, es war... Sagen Sie es! Du sture alte Schabracke sagst doch einfach. Ach stimmt, die ist auch noch am Start. Es... Es war... In meinem Kopf... Ist Nima auch immer die Hauptfigur dieses Spiels. Ihre Freunde mögen Sie gerettet haben. Und die macht fast gar nichts. Ich will nicht die Wahrheit aus Ihnen herausbekommen. Ihr wolltet sie lebendig, ihr könnt sie haben. Denkt an meine Worte. Sie wird eher eins dieser Tiere retten, bevor sie für einen von euch einen Finger krümmt. Okay. Wir sollten uns alle nützlich machen. Ich kümmere mich um die Kev. Also wenn ich jemanden auf das Cover dieses Spiels drucken müsste, wäre es in meinem Kopf immer Nima gewesen. Wir gehen für die eine Minute und schauen, ob wir was Nützliches finden. Vielleicht einen Ausweg. Okay. Wir überprüfen den Raum und melden uns, wenn wir fertig sind. Einverstanden? Einverstanden. Aber können wir uns darüber unterhalten, dass der Typ in dem Eierliegen immer noch am Leben ist? Und dass wir den vielleicht, keine Ahnung, was machen sollten? Also mindestens erlösen, oder? Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr auf die Beine. Aber einfach erlösen wäre vielleicht eine Option. Der liegt immer noch da. Weg von der Tür. Da gehen wir nicht mehr raus. Warum nicht? Weil wir nicht zurückgehen. Und weil das, was diese Dinos erschreckt hat, noch da sein könnte. Tja, außerdem ist keiner von euch Oskar. Ihr Versager. Ich glaube, sie sind leer. Sie sind aber trotzdem schwer. Ja. Die sind sehr schwer. Wir nehmen aber erstmal die Schaufel mit. Ah, das ist eine Dino-Kacke-Schaufel. Stimmt, das haben wir am Anfang erfahren von Mr. Harding. Erlöse ihn. Ja, wir können ihn nicht erlösen, oder? Moment, Test. Nee, wir können nicht mehr runter zu ihm. Okay, dann, äh. Ach doch, aber Jessica ist bei ihm. Ja, da werden wir nichts erlösen können. Mit Jessica, die kannst du vergessen. Okay. Wir haben eine schwere Gasflasche und ein Schloss. Denkt nach. Denkt doch bitte mit. Irgendeiner von euch muss jetzt einfach mitdenken. Billy, denk. Komm, auf. Alles in Ordnung? Jess, lass ihn in Ruhe. Ja, Jess, Billy ist gerade echt am Arsch. Und er, ihm geht's auch nicht so gut. Ja, das ist schon, der ist so asozial einfach. Ey. Das ist so eine widerliche Szene. Könnt ihr ihn nicht einfach mal erlösen, Mann? Decaf. Und was ist mit dem Gitter hier? Sieht groß genug für uns alle aus. Oscar war aber halt sein bester Freund schon seit Jahren. Ja, ey, das soll ja auch so sein. Der Grund, warum er durchdreht, ist ja, dass Oscar jetzt tot ist. Aber ich finde, es kommt irgendwie trotzdem für mich so, weißt du, irgendwie. Aber vielleicht macht's auch Sinn. Keine Ahnung. Ähm. Einfach anzünden. Ja, das ist natürlich eine super Idee. Ehrenchan. Ich hoffe, ich komme niemals in die Situation von Decaf. Und du stehst vor mir und zündest mich einfach an. Also zwei hier im Raum haben einfach eine Pistole. Zwei hier haben eine Knarre, oder nicht? Und wenn nicht, wir haben da hinten eine Schaufel oder so eine sehr schwere Gasflasche, die du mir einfach auf den Schädel hauen könntest. Und du kommst auf die Idee, komm, wir zünden den an. Decaf. Ähm. Jerry hat's gefunden. Am besten, ich finde, ja, wir sollten Jessica, meine Tochter, in dieses blutverschmierte Loch schicken, finde ich. Weil sie geraucht hat als Strafe. Sie wollte rauchen. Und haben Dinosaurier in einem Lüftungsschacht stecken. Außerdem ist ja überall Blut. Au. Heiß. Ja. Zugeschlossen. Oh. Das brauchen wir später noch, das ist sehr wichtig. Ein Satz Leuchtfackeln. Die könnten nützlich sein. Dann sind auch die Eier in ihm tot, richtig? Richtig. Also, anzünden ist da die Option. Man könnte die Eier auch einfach gegen die Wand werfen. Oder drauf treten. Aber ich bin auch dafür, dass wir... Dass wir ihn einfach anzünden. Du darfst nicht vergessen, er ist kein Zombie, ne? Er ist noch ein lebendes Individuum. Ich kann nichts sehen. Könnte sicher sein. Ne, wir gehen da nicht raus, weil da draußen sind Raptoren und Troodon und wir haben keinen Oskar mehr. Wir haben den Oskar-Joker verloren. Das heißt, es wird schwierig. Wir sollten gehen, komplett in der Falle. Bleib in der Nähe. Alles nicht so, weil in der Nähe bleiben. Der Raum ist relativ eng. Wir sind alle beieinander. Wir sind in der Falle. Hier ist eine Feststellung, die man nicht nochmal laut aussprechen müsste. Wir machen es aber trotzdem, einfach um sicher zu gehen, dass jeder es verstanden hat. Mit der Leuchtfackel anzünden. Das ist ja gut, ey. Ich meine, ich habe mitbekommen, unter euch sind schon so ein paar kleine Assis, ne? So im Chat. Ich habe bei, in der WhatsApp-Gruppe, im WhatsApp-Kanal habe ich die Umfrage gestellt, wie wir das Spiel hier beenden sollen. Einmal mit einer menschlichen Option, in der wir eine bestimmte Person retten. Und dafür sterben dann eben die Embryos. Und ihr habt aber abgestimmt, nee. Wir lassen die Person einfach verrecken und nehmen die Embryos selber mit, um uns damit zu bereichern. Wir können mal ganz kurz hier reingucken in die Gruppe. Wo wir auch schon 115 Leute sind inzwischen. Es stehen 35 Leute, haben dafür abgestimmt. Option 1, Person 1 muss sterben und wir nehmen die Embryos. Und nur 10 Leute haben gesagt, nee, nee, wir retten die Person natürlich, die Embryos werden zerstört. Und jetzt wollt ihr T-Tag anzünden. Da ergibt sich ein Muster. Ich will es nur sagen, da ergibt sich so langsam ein kleines Muster. Wir sollten mit Jerry nochmal... Nee, Moment, nicht Jerry. Bullshit. Jess steht richtig. Sag jetzt irgendeinem von diesen Trotteln, dass sie bitte dieses Schloss aufhauen sollen. Ja, dankeschön. Der Tunnel sieht groß genug für alle aus. Vielleicht sollten wir hier lang gehen. Jess, geh von dem Gitter weg. Du weißt nicht, was da unten ist. Ich versuche nur zu helfen. Ich weiß, Jess, aber ich kann nicht auf alles hier achten und dazu noch auf dich aufpassen. Tut mir leid, dass ich so eine Last bin. Ingen-Lore. Ja, die Ingen-Lore. Du bist halt echt eine Last, Jessica. Es tut mir leid, dass ich das wirklich sagen muss. Aber... Jessica ist einfach überhaupt nicht stressresistent. Die fängt einfach in der Kampagne an zu rauchen. Als 14-Jährige. Sorkin-Eier. Ja. Ich verstehe das nicht. Ich dachte, die Saurier können sich nicht vermehren. Können sie nicht. Es sind nur Weibchen. Aber wie legen sie dann Eier? Ja, gell. Die Apropoden stoßen ihre Eier genau wie die meisten anderen. Oh, wie... Eier legen den Tiere ab. Denk nur an Hühner. Alle Eier auf dem Markt sind unbefruchtet, nicht wahr? Oh, stimmt. Sie müssen sie also trotzdem legen. Oh je. Was ist? Dass die Dinosaurier Eier ausstoßen, ist ein gutes Argument. Aber das hier ist ein Gelege. Das ist Brutverhalten. Und? Auch Hühner brüten ein großes Gelege aus. Unsere Saurier aber nicht. Ich habe postovulatorische Eier gefunden. Sie waren deformiert, schon zerstört oder achtlos in die Büsche getreten. Verstehe. Wir... Wir sollten dennoch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wie sollte das auch möglich sein? Könnte ein Dino-Mädchen sich in einen Jungen verwandeln? Bei Dr. Wu's schludrige Herangehensweise an die Gensequenzierung könnte alles passieren. Geh nicht gegen Dr. Wu. Geh nicht gegen Jerrys Mutter, aber geh nicht gegen Dr. Wu, du dämliche Schabracke. Aber es steht doch auch im Titel. Brutal, blutig, perfekt. Worüber beschwerst du dich? Du hast vollkommen recht. Vielleicht zünden wir das Schwein einfach an. Aber zünden wir ihn an und stechen ihm am besten einfach vorher aus irgendeinem Grund noch was ins Bein. Wir sollten ihm mit der Schaufel vielleicht noch den Fuß brechen. Einfach so. Okay, können wir uns alle darauf einigen, dass wir nicht drumherum kommen, meine kleine Tochter jetzt hier reinzuschicken? Vom Troodon gebissen, Troodon verhalten. Das ist interessant, das Troodon verhalten, ja. Halte ich von den Lüftungsschächten fern. Mann, ich will die aber eigentlich da reinschicken, aber das ist nicht der Dings, ne? Nicht die Lösung des Problems. Das ist Troodon. Was können Sie mir noch über Sie sagen? Nun, Sie sind nachtaktiv. Sie sind so schlau wie Raptoren, aber Sie jagen anders. Ein einzelner Biss, um dem Opfer das Gift zu injizieren, dann ziehen Sie sich zurück. Stellen Ihrer Beute nach. Ihre gezackten Zähne speichern den Speichel. Der Speichel enthält ein Toxin. Und eigentlich müssten das die Kompis auch haben aus Jurassic Park 2, weil das würde erklären, warum Dieter Stark als ausgewachsener Mann es nicht geschafft hat, so große Dinos abzuhängen. Nur, der wurde ja öfter gebissen. Und da gab es ja auch die Theorie, scheiß auf den Typen. Asozial gerade, richtig asozial. Um 14.24 Uhr seid ihr schon asozial. Man kann es nicht mal auf die späte Stunde schieben. Ähm. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ist ja auch egal. Wir sollten... Ey, aber... Okay, komm. Jerry. Ja, alle bereit? Echt jetzt? Ja, wir gehen andererseits... Okay, dann scheiß drauf. Auf geht's. Jetzt ist nicht die Zeit zum Trauern. Wir müssen weiter. Er lebt noch. Um wen trauern wir? Um Oskar? Okay. Sie hat recht. Er denkt sich auch gerade so. Sollten wir ihn anzünden? Ich meine, das ist alles recht trocken hier. Und da ist eine Brandgranate drin. Und das ist auch schon so ein menschlicher Urinstinkt, ne? Wir wollen dann dauernd Sachen anzünden. Die Versicherung, ja. Wozu? Er ist doch schon beerdigt. Spuck ihm noch ins Gesicht. Ja, ja. Ja, ich merke das schon. Er weiß, wo seine Leiche ist. Wir können sie nicht transportieren. Wenn das alles vorbei ist, können wir seine sterblichen Überreste hoffentlich... Er lebt noch. Willi, er kann die Augen noch bewegen. Er atmet. Alles, was gerade passiert ist. Vergeben und vergessen, ja? Ey. Doc, erklären Sie mir das mit den Telefonen nochmal. Ähm, dem Terminal in meinem Labor zufolge sind die Telefone in der Meeresausstellung noch mit dem Sendeempfänger verbunden. Die im Besucherzentrum... Zu weit weg. Können wir durch die Tunnel zur Meeresausstellung? Sie sind alle miteinander verbunden. Ich müsste in der Lage... Also, ja. Danke sehr. Na gut. Wir haben hier alle die gleichen Prioritäten. Wir müssen zur Meeresausstellung und das Telefon finden. Dann rufen wir uns einen Hubschrauber, der uns hier rausbringt. Wie sollen wir da hinkommen? Die droht uns und immer noch da draußen. Wir können keine weiteren Bisse behandeln. Wir müssen... Psst. Lassen Sie mich ausreden. Die Tür. Androids wird es, glaube ich, ausgesprochen. Du bist der einzig Menschliche gerade hier im Chat, aber du kannst den nicht mehr retten. Der Zug ist abgefahren, aber... Ich meine, gut, Billy hat aber auch eben gerade gesagt, er hat das erledigt. Vielleicht hat er auch Decaf eben gerade wirklich getötet. Offscreen. Oh nein, bitte nicht. Nicht jetzt was drücken müssen. Ich hasse Drück-Dinge. Also theoretisch gesehen ist das, was gerade passiert ist, das Beste, was hätte passieren können. Ich will es nur sagen. Kein Spoiler für später, aber eigentlich war das gut. Ich sag's nur. Ich bin einfach zu langsam. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ja, scheiß drauf, komm. Das ist, weil ihr ihn einfach anzünden wolltet. Das ist ja einfach das Karma, das ich von euch abbekomme. Weil ihr irgendwelche Menschen anzünden wollt. Super gemacht. Jetzt bin ich wegen euch schon auf... Hilfbar. Mann, ist das viel blöd. Ihr müsst euch halt vorstellen, ich muss einfach dreimal dasselbe drücken. Dreimal nacheinander und ich bekomme es nicht geschissen. Und nein, es liegt nicht an der Tastatur. Ich drück es einfach nicht. Ja, ja. Mit der Schaufel. Hau ihn doch. Er sticht ihn. Er sticht ihn mit einer hunden Schaufel. Wie blöd musst du denn sein? Hau ihm ins Gesicht. Ey. Ja, genau. Mach die Tür am besten noch auf, wo die Raptoren sind. Das ist eine sehr gute Idee. Sie kommen an der Tür vorbei. Wenn die Trodons nicht so giftig wären, dann wären die auch gar nicht so gefährlich. Aber das gibt es halt echt ein Problem. Oh, 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 oh. Was für ein Gitter. Ach, das Gitter. Ja. Nimm den Kopf von T-Tag. Nimm den Kopf. Wenn er noch lebt, ist das super. Wir nehmen den Kopf. Wo ist der Typ? Der kann ihn nicht greifen. Schade. Dann nehmen wir das hier. Komm. Auf geht's. Oh Gott, ganz viel drücken. Okay, das kriege ich hin. Aber ich schaffe es nicht, dreimal dasselbe zu drücken, oder was? Ich weiß nicht, was in meinem Gehirn los ist, aber es ist auf jeden Fall nicht gesund. So eine Mischung aus Ultra-Instinkt und einfach totalem Gehirnversagen. Oh nein, nicht sowas. Ich hasse das. Das erste Mal, dass so ein Ding... Ja, das erste Mal, dass so ein Ding überhaupt benutzt wurde, um nicht einen T-Rex anzulocken oder zu vertreiben. Nimm es, Billy, nimm es jetzt in die Hand. Das ist jetzt halt niemals. Das ist ja scheißegal, ne? Rein in die Fresse. Auch jetzt. Wenn das was geholfen hat, sollten wir die einfach jetzt komplett abschmeißen mit diesen Dingern, bin ich der Meinung. Auch durch, 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 durch. Das Kind zuerst, richtig. Das Kind immer zuerst. Ach, stimmt, Billy ist auch noch da. Okay. Oh oh, Billy ist wieder tot. Glaubt ihr, Billy hat gerade so und täglich grüßt das Murmeltier-Flashbacks? Ich hab vergessen, dass ich jetzt drücken muss gleich. Scheiße. Ähm. Zack. Das hättest du von Anfang an genauso machen müssen. Den voll mit der flachen Seite auf sein blödes Gesicht. Boah, da liegen noch so viele von diesen Fackeln rum. So unfassbar viele Fackeln liegen da noch rum. Und er weiß nicht, wie man sie aufhebt. Oder er nimmt sie einfach nicht mit. Zünde sie alle an. Jetzt dreht hier einer komplett am Rad. Verbrennt sie alle. Ey, da lagen noch bestimmt fünf Fackeln rum. Das hätte uns so viel mehr geholfen. Äh, Laura. Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Lass nicht mich entscheiden. Lass jetzt ja nicht mich entscheiden. Ach, du schleck mich am Arsch, Mensch. Wir gehen nach da. Da ist eine Leiter, wo es hochgeht. Ich will es nur sagen. Ey, zwei leben noch. Wir können trotzdem weiterspielen in der Theorie, ne? Nach rechts. Danke dir. Dankeschön. Ich wäre jetzt nochmal nach links gegangen, grad. Aber hätte ich herausfinden können, dass ich jetzt nach rechts muss? Wirklich? Also gibt es irgendwelche Hinweise? Die Rohre an der Decke oder so ein Kram, gell? Wo entgangen war? Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Wir müssen Richtung Norden. Ach so. Ja, aber woher weiß ich, dass rechts Norden ist? Norden ist immer oben. Geradeaus. Für mich. Und jetzt? Chat, 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 chat. Schnell, schnell. Rechts, links, Mitte. Vielen Dank dafür. Das ist krass. Sowas will ich gelesen. Rechts, links, Mitte. Also wirklich die Leitungen waren es. Ja, okay. Wo lang, Laura? Ich weiß nicht, Jerry. Wir sind mindestens 10 Meter unter der Erde. Ich weiß nicht, wo wir sind. Naja, wir können hier nicht herumsetzen und Däumchen... Und jetzt muss ich... Vielleicht war es Territorialverhalten. Und wir sind weit genug weg vom Nest und sie haben uns aufgegeben. Vielleicht haben wir sie abgehängt. Aber wir sind nicht gerade an einem sicheren Ort. Wo entlang, Doc? Ähm, hier drüben. Wir streamen parallel auf YouTube und auf Switch. Also es läuft auf beiden gleichzeitig gerade. Ich muss nur schnell die Symbole entschlüsseln. Okay, wir müssen einfach herausfinden, an welcher Kreuzung wir uns befinden. Wir müssen in den Gängen charakteristische Merkmale suchen. Dann kann ich Möglichkeit... Jetzt kommt ein großes Rätsel. Ja, ja, genau. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich lang muss. Aber irgendwie kann man das anhand dieser Karte jetzt lesen. Und ich... Ey... Das sieht ziemlich einfach aus. Ich... Also... Ich müsste eigentlich inzwischen wissen, wie es geht, ne? Aber als ob ich mir das merken würde. Es dauert ja ein Jahr, bis ich das Game wieder zockt. Bis dahin habe ich alles vergessen. Wir nehmen erstmal die Karte unter die Lupe. Das sind unsere vier Varianten. So, wir müssen das Ausschlussverfahren machen. Also... Ich verstehe die Karte nicht. Wir sind in der Mitte, ne? Wir müssten hier sein, theoretisch. Achso, nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Aber wo müssen wir hin, ist die Frage. Moment. Die Symbole, da sind Zugangsleitern. Die breiten Linien stehen für große Rohre. Aha. Die Kreise sind Wasserspeicher. Die Kasten mit den Kreuzen drin sind Stromrelais oder Tafos. Hältst uns das? Das allein nicht. Aber die verschiedenen Kreuzungen scheinen leichte Unterschiede im Aufbau aufzuweisen. Ja. So, ich habe jetzt das hier. Ich will das aber nicht mehr anklicken. Wir müssen nochmal... Ich will da jetzt rausgehen. Ich habe einfach nicht genug Details, um eine Entscheidung zu treffen. Hier sind wir. Hier geht's rein. Da geht's rein. Wir müssen nach da. Da ist eine Leiter. Ist das der Unterschied? Aber da sind auch überall Leitern. Keine Ahnung. Damit kann ich nicht arbeiten. Ich brauche Details, Orientierungshilfen, etwas Auffälliges. Ich darf mich jetzt noch gar nicht entscheiden, Frau Sorkin. Obwohl ich... Ach was. Na gut. Dann tun wir so, als würden wir herausfinden, wo wir hin müssen. Auf der rechten Seite ist eine Leiter. Ganz hinten an der Wand auch. Okay. Sehr gut, Jerry. Weiter geht's. Auf der linken Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr. Weiter hinten kreuzt es dann die Decke. Maximilian rastet gerade komplett aus. Da ist irgendwie gerade die Zündschnur geplatzt bei dir. Du wärst wie Billy, der komplett die Nerven einfach verlieren wird. Da hätten wir es eine Leiter. Am Ende des Gangs sind irgendwelche Wasserspeicher. Der Gang scheint rechtwinklig auf einen anderen zu stoßen. Okay, gut gemacht, Jerry. Mach mal weiter. Was sagt sie? Der Tunnel verläuft gerade und knickt dann rechts ab. Ja. Das sind zwei Leitern auf der linken Seite des Tunnels. Kostet das Spiel Geld? Ähm, ja. Ich kann dir aber nicht sagen, wie viel das heutzutage kostet. Was? Jetzt wird die alte Lederhaut doch noch nützlich. Eigentlich mach ich das ja gerade. Um ehrlich zu sein, macht die ja gerade gar nichts. Außer sie steht halt da und sagt, ich kann das nicht lesen. Ich brauche Hilfe. Das macht sie gerade. Die linke Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr, das dann im Boden verschwindet. Ja, aber ist das gut, Billy? Oder sagst du einfach nur Sachen, die dir gerade auffallen? Den Korridor runter sind auf der rechten Seite ein paar Wasserspeicher. Links sind Wasserspeicher. Der Tunnel endet nach ein paar Metern in der Sackgasse. Was? Der Tunnel hier endet nach ein paar Metern in der Sackgasse. Da ist doch eine Leiter, du Flasche. Da ist deine Leiter am Ende des Ganges. Also hier sind Wassertanks in meinem Kopf. Ist jetzt einfach nur ganz schnell gezündet die Idee. Müssen wir dahin, wo Wasser ist? Demnach hat Billy recht. Billy steht links, obwohl es hier rechts auf der Seite ist. Er hat eben links gesagt, wir gehen nach links. Könnt ihr bitte jetzt gehen? Achso, ich muss die alle noch ausschließen. Ich glaube nicht, dass es die ist. Wie können Sie sie auseinanderhalten? Ich rate, Plassica. Ich setze unser Leben aufs Spiel, indem ich rate. Und erst wenn ich jetzt versage, dann würde ich versuchen, das zu analysieren. Willst du dich ein bisschen fitter? Ja, tatsächlich schon. Ich werde die hier jetzt streichen. Okay, ich hoffe, Sie haben recht. Ich hoffe auch, ich habe recht. Okay, alle mal zuhören. Ich glaube, ich habe es. Sind Sie sicher? Zünde die Fackel von Billy an. Ja, zu spät. Ich bin sicher. Ja, ich bin doch nicht blöd. Ganz sicher. Da müssen wir sein. Die einzige Kreuzung, die genau unserer Umgebung entspricht. Ihr habt auch links geschrieben, sehe ich gerade. Also müsst ihr links stimmen. Wenn nicht, seid ihr dran schuld. Die Entsalzungsanlage ist da. Es ist nicht mehr weit. Nein. Wir folgen dieser Route. An Abzweigungen folgen wir den Wasserrohren in die Richtung, in die sie zusammenfließen. Wir müssen uns diese Route merken. Zünde die Garte an. Ja, ey, wir zünden jetzt hier gerade gar nichts an. Wir sollten die Trodon anzünden. Oh, Billy, mach es nicht, mach es nicht, mach es nicht. Oh, er macht es. Ja, okay. Können wir mal bitte jetzt abhauen? War das jetzt richtig gewesen? Links oder was ist jetzt das Ding? Nein. Ja, krass. Okay, gut. Easy. Weil ich meinen Verstand eingesetzt habe. Ich habe einfach nur Wasser gehört und dann gesagt, okay, warte. Da müssen wir hin. Ah, Billy, da ist noch einer vor dir. Ja. Und das sind keine Feinies, ne? Ich habe nach unten, ich habe nach oben gedrückt. Billy ist schon wieder tot. Aber es ist schon auffällig, dass bei jeder Entscheidung, die ich falsch tippe, Billy stirbt. Das ist schon so ein bisschen, meint ihr, das ist so eine Art von Foreshadowing? Lass sie liegen. Lass es, ist egal. Komm, Verlust ist immer dabei. Nimm Dr. Sorkins Kopf und stößt die Tür auf. Los. Ey, die kommen näher, ne? Ich habe keine Ahnung mehr, was bei den anderen beiden passiert ist. Oh Gott, Jess, was habe ich getan? Ich habe sie da unten zurückgelassen. Ich muss sie suchen gehen. Was? Dahin zurück? Zu diesen Monstern? Nein, Jerry. In Sicherheit nützen sie ihr Meer. Jess ist zäh und einfallsreich. Sie überlebt das, genau wie wir. Woher wollen sie das wissen? Ich überlasse sie nicht diesen Tieren. Jess, schauen Sie mich an. Wenn wir da wieder runtergehen, werden wir es nicht mal bis zum Ende der Leitersaffen. Die anderen sind den Tunnel entlang geflüchtet. Wir wissen, wo sie hinwollen. Die Meeresausstellung. Dahin würde Laura sie bringen. Und Jodel ist bei Ihnen. Ein bisschen Schwund ist immer richtig. Oh Gott, wenn wir sie wiederfinden wollen, müssen wir da auch hin. Der schnellste Weg wäre... Sie haben recht. Über Land sollten wir eigentlich nörer sein. Können Sie uns hinbringen? Kann Jerry sie hinbringen, ist jetzt die Frage, ne? Ja. Norden am Meer, ich weiß es nicht. Äh, doch. Sorken hat die Entsalzungsanlage erwähnt. Die müsste doch am Meer sein, oder? Jerry, die ganze Insel ist nah am Meer. Stimmt, aber wir pumpen aus einer Lagune Meerwasser rein. Die Meeresausstellung muss in der Nähe des Wasserwerkes sein. Lagune? Ich glaube, ich weiß, wo die ist. Ich muss mich nur orientieren. Dann finden wir raus, wie wir dahin kommen. Ja, jetzt kommen wir, glaube ich, zur Hintergrundgeschichte von Nima, die extrem geil ist. Das ist so ein Ding, wo ich auch sage, das muss einfach mal umgesetzt werden. In einem schönen Harry-Kane-Clarissa-Film vielleicht. Ach, gut, dass ihr nachfragt. Ja, natürlich gibt es heute das Video über den Harry-Kane-Clarissa, über meinen Pitch zum Film. Und das Video geht tatsächlich über eine Stunde lang. Das ist ein bisschen länger geworden als normal. Ähm, kommt heute Abend in einer schönen Premiere. Gut, dass ihr nachgefragt habt. Erzählen Sie mir etwas über Ingen und die Insel. Was hat das alles mit Ihnen zu tun? Ich bin hier aufgewachsen. Unter diesen Bäumen. Meine Leute waren Fischer. Während der Fangzeit lebten wir nahe dem Wasser. Ich liebte das Wasser. Ich bin im Meer geswommen, ganz weit raus. Darum hat mich mein Vater Nima genannt. Ich konnte überall hin, durch den Dschungel rennen, auf Bäume klettern. Diese Monster, etwas wie sie, gab es auf dieser Insel nie. Bevor Ingen die Insel von Costa Rica gekauft hat, war es ihr sehr friedlich. Das ist ja sogar Kanon im Endeffekt. Dass John Hammond ja wirklich ureinwen, wen er umgesiedelt hat, ist ja wirklich passiert. Sie ist ein Teil von mir. Aber als Ingen auf die Insel kam, kamen auch wichtige Männer aus Costa Rica und baten meinen Vater, mit ihnen zu gehen. Er sollte einen guten Eindruck machen, damit Costa Rica Ingen ein gutes Sümmchen für unsere Insel abknöpfen konnte. Als er in Costa Rica war, sollte er seine Haare schneiden und einen Anzug tragen, damit er den Ingen-Leuten nicht zu simpel erzieht. Ich fühlte mich so, wie ich mich jetzt fühle. Ich erkannte meinen Vater, aber ein Teil von ihm war verloren. Mein Vater war ein Ava, ein Geistheiler. Er hat für Sibo gesungen, der die Erde gesaffen hat. Für unser Volk war er sehr wichtig. Aber nachdem wir die Insel verlassen haben, hat er die alten Traditionen nicht aufrecht erhalten. Das machte ihn sehr unglücklich. Sibo. Gute Frage. Was ist Sibo? Was ist Sibo? Der Berg da. Er ist wie ein Haus, hat mein Vater gesagt. Mein Volk glaubte, dass die Tiere der Welt ihn errichtet haben. Bevor Ingen kam, gingen mein Vater und ich ans Meer, ging es hinaus. Sagte mein Vater immer, Nima, kleiner Fiss, kleiner Fiss, zu ihm nicht zu weit. Kleiner Fiss, kleiner Fiss. Der Ton ist gerade wirklich einfach leiser geworden. Du bist beim Spiel, da kann ich nichts dafür. Nima, du kleiner Fiss. Geben Sie ihm immer noch die Schuld. Ich bin immer an meine Sturheit erinnert. Dachte immer, dass es so am besten ist. Keine Bindungen, keine Versuchungen. Aber dann bekam ich Savannah. Meine Marikita. Ich werde sie bald nicht mehr besützen können. Junge Mädchen, die sich bei uns auf der Straße rumtreiben, werden von den Kartellen aufgegabelt. Smuggeln Drogen. Oder es ist immer... Manche verschwinden einfach. Jetzt habe ich keine Wahl mehr. Alles, was ich tue, tue ich für sie. Jetzt bin ich der Angler. Und gleichzeitig bin ich an einem Punkt in meinem Leben angekommen, an dem ich immer nach dem Köder snappen muss. Ich will, dass Savannah frei ist. Ich will, dass sie die Möglichkeiten bekommt, die ich nicht hatte. Ich hoffe einfach, dass ich für sie da sein kann, wie mein Vater es für mich war. Sie kann stur sein, wie ihre Mutter war und nicht nach dem Köder des Fisches snappen. Ich glaube jetzt, dass es so richtig ist. Ich glaube, mein Vater glaubte das auch. Emma bekommt mal so einen ganz anderen Blick von ihr, ne? Und auch von John Hammond. Der liebe John Hammond, ne? Der alte, der kleine Großpapa, der so ein bisschen knuffig rüberkommt. Hat ziemlich viel Scheiße gebaut. Ähm. Ja, er hat nicht einfach nur das Volk umgesiedelt. Er hat die einfach auf die Straße geschmissen. Quasi auf dem Festland. Und die sind jetzt arbeitslos und hängen zum Teil auf der Straße rum und werden dann von Kartellen und von Drogendealern aufgesammelt. Um für deren Zwecke benutzt zu werden. Ich finde, das ist eine sehr interessante Sichtweise von der ganzen Nummer. Die man so auch nie erfahren hat, ne? Das Game ist nicht Kanon, nein. Aber das ist eine Geschichte, die man in Jurassic einbauen sollte. Die Konsequenzen für... Ich habe keine Kosten gescheut. Nee. Er hat sogar Geld für Bulldozer bezahlt, die die ganzen Einwohner und Bäume einfach von der Insel runterschieben. Guter Mann. Äh. Ja, komm, wir machen mal einen auf Gefühl. Gefühlsduselei. Du hast mir vor einer Stunde noch eine Knarre zwischen die Augen gehalten. Aber... Vergeben und vergessen, scheiß drauf. Sie wissen, wo wir sind? Ich habe das heute Idee. Hey. Es ist ein anstrengender Marsch. Sind Sie ausgeruht? Hunger, ich durche dich auch. Aber ich will einfach nur Jess finden. Gut. Haben Sie Dilophosaurus geraten? Hallo? Tatsächlich war das der Ruf des Singenschwans. Dinosaurier teilen viele Eigenschaften mit den Vögeln von heute. Wir wissen jetzt zum Beispiel, dass viele Theropoden aus dem Jura die gleichen Stimmorgane besaßen wie Vögel heute. Ey, ich hätte es aber auch wirklich geil gefunden, wenn wir jetzt echt so einen verrückten Gegenspieler noch bekommen. der irgendwo herkommt. So ein Rätselmaster. Das wäre irgendwie... Das wäre sehr comichhaft, aber das wäre auch geil gewesen. Eine schöne Vorgeschichte, meinst du, Varan? Schön lässt sich hier streiten, glaube ich. Aber die ist auf jeden Fall interessant und sie gibt der Figur mehr Tiefe. Ja, aber ob sie wirklich schön ist, das weiß ich nicht. Wer von euch hätte gerne ein Oscar-DLC gehabt? Einmal Handtuch in den Chat. Was ist das? Sehen aus wie Futterbecken. Das hier könnte eine Brutstätte sein. Eine was? Sie ziehen diese Fische auf, um sie an andere Tiere zu verfüttern, wie im Delfinarium. Wie die Killerwale? Ganz genau. Oh, oh. Ich habe was vergessen. Ich will das alles... Oh, Mann. Lies es. Da drüben ist ein Schild. Sieht aus wie ein Terminplan oder so. Das hier ist eine Brutstätte. Das ist der Zeitplan für die Becken. Warum glaube ich nur, dass mit diesen Fischen keine Wale gefüttert werden, Doc? Billy, du bist so witzig. Du wieder. Ach, Billy. Du. Ich habe was gehört. Ja, ich sehe schon alles in hier. Team, Oscar, DLC. Finde ich super. Wir sollten die Macher anschreiben. Äh, Telltale gibt es glaube ich nicht mehr, die Firma, ne? Deswegen wird das Spiel auch nicht mehr produziert, aber... Trotzdem. Alles okay. Ich muss herausfinden, wer die deutsche Stimme von Oscar ist. Ich muss die Person mal anschreiben. Sehr geil. Ein Interview mit Oscar. Ich bin so froh, dass Sie beide noch leben, Jerry. Wie sind Sie hergekommen? Wir sind in der Nähe einer Tourroute aus einer Dienstlocke in den Tunneln geklettert. Zum Glück hat jemand das Tourprogramm laufen lassen. Danke. Sie meinen... Dr. Sorkin, die Telefone gehen nicht. Wie bitte? Eine andere Firma, Telltale, 2019 aufgekauft, okay. Mir wurde angezeigt, dass die Hauptleitungen hier aktiv sind. Es sei denn... Natürlich. Die Computersysteme kontrollieren alles, auch die Telefone. Wenn der Stromausfall länger anhielt, als die Notstromakkus reichten, muss das System wieder hochgefahren werden. Bringen Sie uns zu den Telefonen, Doc. Wir haben nicht viel Zeit. Doc, auf geht's jetzt, mein Doc. Ich lasse mich nicht länger von Ihnen herumkommandieren. Hören Sie, das hier ist kein Ausflug. Wenn wir Inje nicht rechtzeitig kontaktieren und einen anderen Helikopter ordern, der uns hier rausbringt, macht ein Bombengeschwader die Insel und uns platt. Was? Ganz recht, Doc. Sie bringen all Ihre kostbaren Tierchen um und versenken die Insel im Pazifik. Dios mio. Das meinten Sie also mit Ground Zero? Ganz genau. Sagen Sie mir das doch früher. Das ist mein Zuhause. Ihr Zuhause? Was soll das heißen? Ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, wir würden jetzt längst von der Insel runter sein. Diese Insel ist die Heimat Ihres Volkes. War, Jerry war. Jetzt ist sie ein Paradies für Touristen. Reiche Touristen, nicht für Geringverdiener. Die können da schön wegbleiben. Wo geht sie hin? Menschen wie du, Jerry, würden nicht auf die Insel kommen, wenn sie hier nicht arbeiten würden, weil ihr seid arm. Sie geht ohne uns zu den Telefonen. Verdammt, holen Sie den Aufzug wieder hoch. Er scheißt einfach drauf, was er ihm sagt. Sie haben beim Bau hier viele Fortschritte gemacht. Paleozoikum, was? Tja, die meisten der Prachtstücke hier stammen wohl nicht aus dem Jura. Ja, Oskar ist wirklich... Ey, es müsste echt noch so ein Szenario geben. Ich meine, die haben dieses ganze Was-wäre-wending-hirn-ich-so-geil-umgesetzt. Man müsste auch eigentlich wirklich so ein Szenario bauen können, dass Oskar überlebt hätte. Wenn ich mich verdrücke, stirbt er. Was dann auf jeden Fall auch passiert wäre. Aber, dass wir noch die Option wenigstens hätten, dass Oskar hier noch mit am Start sein könnte. Das wäre viel geiler, dass jeder von denen einfach irgendwann sterben kann. Wenn du aber halt richtig drückst, dann kann der überleben oder die oder der. Dann wären jetzt einfach bei mir alle tot, außer Jess und Jerry. Obwohl, Jerry hat es, glaube ich, auch schon mal erwischt. Dann ist die alleine jetzt bei mir. Das wäre krass. Aber wäre halt ganz cool, wenn man das irgendwie so machen könnte. Ähm, wir müssen uns hier irgendwas merken. Ich weiß nicht mehr was. Ich glaube, die Farben oder so. Wir gucken mal beim Aufzug. Sekündle. Ich gehe mal rüber zum Infostand, okay? Ja, Dad. Wir bauen eine Zeitmaschine, reisen damit in die Vergangenheit und zwingen die Entwickler dazu, ein DLC zu machen. Ja. Eine Information könnte ich jetzt brauchen. Stell dir vor, wie viel Gutes du machen könntest, wenn du wirklich in der Lage wärst, eine Zeitmaschine zu bauen. Und das Einzige, was wir damit machen würden jetzt hier, wäre wirklich ein DLC für Oskar zu erzwingen. Ja. Das würde die Welt auf so dramatische Weise verändern. Ihr habt keine Ahnung. Ah, okay. Clever. Sieht aus, sieht aus, als würden Sie Daten aus der paleozoischen Ära als tägliche Tastencodes benutzen. Okay, heute ist Sonntag. Ich brauche den Code von Freitag. Klingt logisch. Okay, mal sehen. Ordovizium, Cambrium, Panpariozoicum? Ach, ich gebe es auf. Ja, da ist ja scheiß drauf. Ich brauche den Zoicum aus. Wo kriegen Sie diese Bilder her? Ich brauche nur die richtige Reihenfolge. Nur die richtige Reihenfolge, okay. Freitag da oben. Also Samstag war aber richtig, hat er gemeint. Gucken wir mal, ob das auch die richtige Reihenfolge ist, die da vorne hängt. Unten gelb, dann blau, lila, rot. Nein, das war falsch. Billy, Sie kennen nicht zufällig die Reihenfolge der paleozoischen Perioden? Oh, natürlich, Jerry. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit, Verlängerung und Elfmeterschießen. Oh, schon klar. Verstanden. Beeilen Sie sich einfach. Ich meine, dass die Firma angefangen hat, alte Spiele von Telltale wieder zu verkaufen. Müsst ihr mal gucken, ob das Spiel noch erhältlich ist. Also ist auf jeden Fall für die PS3 und für die Xbox ist das nur digital erhältlich und für den Rechner als CD, was aber saudumm ist, weil wenn ihr die CD ein einziges Mal installiert habt, bekommt ihr quasi so ein Download bei Steam. Jetzt kann ich das Game auch einfach ohne ein CD spielen. Ich weiß nicht, warum man dann eine CD rausbringt, aber für Sammler wahrscheinlich. Ich habe es theoretisch jetzt physisch da und kann es einfach weitergeben und dann kann man es installieren und dann hat man es auch. Okay, also, was habe ich gesagt? Gelb, blau, äh, lila, rot. Gelb, blau, lila, rot. Sehen wir das Schild zufällig hier natürlich nicht. Also es ist alles falsch, was da hängt. Alles. Okay. Jetzt machen wir das jetzt kurz und knapp. So. Easy. Das müsste zumindest so passen. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf? Und da hängen nur vier. Ja, das passt. Ich gehe mal rüber zum Infostand, okay? Geh mal rüber zum Infostand. Jerry. So. Wie kann man die jetzt verschieben? Okay, heute ist Sonntag. Ich brauche den Code von Freitag. Klingt logisch. Okay, mal sehen. Ordovizium, Cambrium, an Piozoicum? Ach, ich gebe es auf. Ich kenne mich besser mit dem Misozoicum aus. Wo liegen Sie diese Bilder her? Ich brauche nur die richtige Reihenfolge. Ich habe die richtige Reihenfolge jetzt vor mir liegen, aber wie kann ich die entändern? Ach, da haben wir... Ah! Ha! Ich verstehe. Geh nochmal zurück. Moment, was fehlt denn da? Nein, nicht da drauf. Komm. Zurück. Alle Mann zurück. Also, wir haben Carbon, ist auf jeden Fall da. Das ist das hier. Klingt logisch. Okay, mal sehen. Ordovizium, Cambrium, an Piozoicum? Ach, ich gebe es auf. Ich kenne mich besser mit dem Misozoicum aus. Carbon haben wir da. Wir haben... Dann fehlt das Gelbe fehlt, ne? Dieses Prem, Prem. Prem, Prem. Das fehlt auf jeden Fall. Das heißt, das ist das hier. Das fehlt. Klingt richtig. Ist auch richtig. Freundchen. Nimm den Gel... Nimm doch den Gelben. Das triggert mich jetzt, dass da drei rote und nur ein gelber ist. Ne, doch nicht. Ja, okay. Das passt schon so. Das haben wir hier noch drin. Schlüssel einstecken. Code hält 24 Stunden und so weiter und so fort. Morgendlicher Betrieb setzt Vorgang zurück. Schlüssel gegen Uhrzeigersinn auf Eingabe drehen und drei Sekunden halten. Das Datursatz zurück und piept dreimal. Im Uhrzeigersinn auf Zurücksetzen drehen. Vorherigen und neuen Code eingeben. Klingt machbar. Ja. Warum macht man ein Schloss so seltsam kompliziert? Ist jetzt, also... Der nächste Aufzug fährt um bla bla bla. Haben wir zufällig noch ein bisschen Backstory von Nima, bevor wir jetzt hier weitergehen. Weil ich finde die auch sau interessant. Aufzug bedienen. Wir fragen erstmal, wie es hier geht. Alles gut zwischen Ihnen beiden? Bringen Sie einfach den Aufzug zum Laufen. Ich hab nicht mit Ihnen gesprochen. Bitte keine Streitereien mehr. Unsere Lage ist auch so sonst slim genug. Zumal auch alle aktuellen PCs kein Laufwerk mehr haben. Ey, das ist voll witzig. Das hab ich letztens nämlich schon mal irgendwo gehört. Weil wenn ich mir einen neuen PC kaufen werde und den auch selber zusammenstelle, könnt ihr einen drauf lassen, dass da ein CD-Laufwerk drin ist. Ich finde, das ist so, keine Ahnung, da ist vielleicht noch so die Generation bei mir noch eine andere, aber ich hab noch so viele Sachen, oder so viel ist auch übertrieben, aber Dinge einfach, die ich über CD ganz gern mal zocke oder einfach laufen lasse oder irgendwas oder einfach mal nur eine Blu-ray einlege oder so. Das macht ja keiner mehr. Wir haben ja alle Netflix und so einen Scheiß, aber ich brauch das bei meinem PC auf jeden Fall. Ein Laufwerk, das muss sein. Zumindest für Herr-der-Ringe-Schlacht und Mittelerde 2. Da komm ich nicht dran vorbei. Das reimt sich. Warum hat das eben geblinkt, wenn ich da gar nicht draufdrücken muss? Ja, hab das gesehen. Nee, er hat, warte mal, sie hat gesagt, nach rechts drehen, bis es dreimal blinkt. Das war's doch gewesen, oder? Oder was, nach links drehen, bis es dreimal blinkt? Nee, was, nach rechts drehen. Okay, Entschuldigung. Warum muss er dafür weggehen? Und da müssen wir auf Reset drücken. Ich hab's schon wieder vergessen. Input. Input hab ich aber eben auch gemacht. Na, hat er gesagt, rot, ne? Hab mir ein externes Laufwerk gekauft. Es ist ganz gut, per USB anzuschließen. Das ist auch eine Option, ja. Ein externes Laufwerk zu kaufen. Obwohl, ich weiß gar nicht, wenn du eins einbaust, wird es auch nicht sehr viel teurer sein, oder? Ich hab ein Laufwerk über USB anzuschließen. Ja, gut, das haben wahrscheinlich die meisten von euch gemacht, ne? Das Laufwerk über USB angeschlossen. Ich bin halt nicht so ein Fan von so externen Dingen, keine Ahnung. Ich hab das ungern irgendwie so rumfliegen. Ähm, ich hab das da meistens gerne einfach auch verbaut. In die ganze Schose. Einbau ist billiger als USB sogar. Eingabe halten, auf zurücksetzen drehen. Den alten und neuen Code eingeben. Eingabe halten, zurücksetzen, Code. Okay. Hab ich aber... Machen wir es halt nochmal. Aber ich kann es doch nicht gedrückt halten, oder? Also Eingabe ist auf jeden Fall schon mal Input. Gedrückt halten, aber... Ach, ich muss einfach nichts machen dann. Aha. 9, 2, 5, 1. Okay, neuer Code. Er hat einfach was ganz anderes gedrückt. Okay, neuer Code. Weiter geht's. Jetzt kommen wir zum Lieblingspart von vielen von euch, das weiß ich. Und vielleicht auch sogar zu meinem Lieblingspart im Spiel. Weil das wirklich Bock macht. Rassiersraumdose geöffnet. Hey, lassen Sie das zu. Sind Sie verrückt? Jemand könnte es wählen. Nur die Ruhe. Was sehen? Verdammt, sie leichtsinniger Idiot. Ja, super gemacht, Billy. Äh, was war das? Spionale aus? Jetzt müssen wir Jessica erledigen. Sie weiß zu viel. Streng geheim. Und wenn du irgendwem davon verreinst, muss ich dich töten. Ja, okay. Oder so. Oder so. War doch nur Spaß. Hey, ich hab den Aufzug zum Laufen gebracht. Wahrzeit. Was ist hier los? Nichts. Alles okay. Dumme Frage, aber spielst du auch Fortnite? Nein. Ähm, aber ich spiele Population One. Das ist ein Game, das gibt's nur für die VR, meine ich. Ähm, auf der Oculus Quest sag ich das ganz gerne. Oder auf der Meta Quest 3, wie sie auch heißt. Ist quasi wie Fortnite, nur halt in VR. Das macht Bock, in VR. Aber ich glaub, Fortnite würde mir keinen Spaß machen, wenn's nicht in VR wäre. Das ist dann nicht so ansprechend irgendwie für mich. Ich bin zu dämlich zum selber bauen und ein Freund von mir hat den PC zusammengebracht. Ey, ich bin auch zu blöd dafür. Ich sag einfach nur Firmen, was ich haben will und die machen das dann so. Das finde ich. Bitte halten Sie die Nase zu und drücken Sie Luft hinein, um beim Hinabtauchen den Druck auf den Ohren auszugleichen. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Unwohlsein oder Schwindel verspüren, informieren Sie. Alle mitmachen für die Immersion, bitte. Ich meine einen Tiefenrausch. Das kann passieren, wenn man Druckluft einatmet. Woher weißt du das? Ich hab's in einem Film gesehen. Wow! Und da fahren wir hin? Ich denke schon. Mein Gott. So was hab ich echt nicht erwartet. Das ist so cool. Mr. Yoda einfach da nur am Stehen. Ja, der ist halt einfach nur da, um gut auszusehen. Vorsicht. Ich gehe vor. Ja, macht das Yoda. Find ich ne gute Idee. So was brauchen wir in Jurassic World Rebirth. Das will ich in Jurassic World Rebirth sehen. So ein schön abgefucktes, düsteres Unterwasserszenario. Ich will mit Dr. Hammond sprechen. Und da wär eigentlich ein Spinosaurus perfekt für sowas, ne? Nein, wir müssen nicht warten. Können Sie mich mit Mr. Maguire verbinden? Oder besser mit Peter Ludlow? Bitte beeilen Sie sich. Nein, hören Sie zu. Hier spricht Dr. Lawrence. Irgendwie gefällt mir ganz und gar nicht, was ich da sehe. Ich hab ja die Hintergrundmusik bei dem Game ausgeschaltet, ne? Aufgrund dessen, dass ich da nicht andauernd drüber labern muss wegen dem Fuheberrechten. Ich will den Bombenabwurf nicht verzögern, sondern ihn ganz verhindern. Okay, die alte Wildscheiße bauen. Moment. Ähm, durch die Musik, die hier fehlt, finde ich's zum Teil noch ein bisschen atmosphärischer sogar, wollte ich einfach nur sagen. Von innen verschlossen. Diese Tiere sind nicht verseucht. Sie sind stark gefährdet. Ja, nur der Spino wäre für mich geiler als der Moser, weil der auch noch an Land gehen kann. Du kannst die auch beide einbauen in so einer Unterwasser-Action. Von mir aus. Haben wir nicht ne Pistole und können einfach durch das mittlere Glas durchschießen? Also nicht außen, das ist dumm, aber in die Mitte einfach. In ihre alte Lederbirne. Der Computer unten ist auch geil. Winkt, wenn die jetzt winkt? Ne. Also ihr Plan ist jetzt, die Insel hochzujagen, während wir drauf sind. Da muss ich mal ganz kurz ne Frage an euch stellen, vielleicht traf ich's auch einfach nur nicht. Warum muss das unbedingt jetzt passieren? Warum kann sie nicht einfach warten, bis wir weg sind? Das verstehe ich grad nicht. Echt, klar. Spannung. Spiel und so. Ähm. Aber warum wartet die nicht einfach? Hey, Dad. Das hier sieht aus wie eine Gegensprechanlage. Ach, sie versucht es zu verhindern. Okay, dann ist doch aber gut. Gut gesehen, Schatz. Laura, ich bin's. Jerry. Laura? Jerry, ich höre Sie. Gut, dass Sie hier sind. Und warum versuchen wir dann, die zu verhindern, dass dies verhindern will? Wir werden den Bombenangriff stoppen, Jerry. Diese Insel muss erhalten bleiben. Die Alte will ihren Arsch retten. Okay, ja. Aber ich hab nicht nur die Musik, sondern auch die... Obwohl die Sounds waren vorhin da. Okay, das war wieder so ein Spielfehlerding. Drei Amerikaner und eine Kostarikanerin. Ich lasse Sie nicht gehen, bis die Pläne zur Bombardierung der Insel widerrufen werden. Dazu haben Sie kein Recht. Lassen Sie uns gehen. Die hat euch halt nicht mal wirklich als Geisel, außer dass sie halt die Türen zugemacht hat. Ja, aber... Und komm, wir bedrohen sie. Sie wagen es, uns so zu benutzen? Wir wollen hier weg. Helfen Sie uns oder lassen Sie uns gehen. Fünf Personen sind besser als eine. Protest definiert sich über messbare Verluste. Protest? Das hier ist kein politisches Manöver. Sie bringen uns in Gefahr, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Wir verdienen eine Überlebenschance. Die Welt auf jeden Fall, die Grünen. Das wollen Sie doch nicht. Tut mir leid, Jerry. Ich brauche sie hier. Was passiert dann? Yoda. Fangen wir einfach mal Yoda, was abgeht. Wir können die Bombardierung ablasen? Volkan. Nicht Ingen wirft die Bomben ab, sondern das US-Militär. Mein Opa hat so einen Computer. Sie schiebt das Unvermeidliche nur auf. Und leuchtenden Zäuber, meinst du? Nein. Sie verweigern mir doch die Kooperation. Wenn Sie mir nicht garantieren, dass die Insel erhalten bleibt, dann... muss ich drastischere Maßnahmen ergreifen. Das ist doch verrückt. Gut. Verbinden Sie mich mit dem Militär. Hallo? Hallo? Ich zeige Ihnen, wie eine Verseuchung des globalen Ökosystems aussieht. Du bist so eine dämliche Kuh, Mann. Hören Sie jetzt auch, als ob... Ja, als ob die jetzt aufhört, Mann. Haben... Was haben Sie gesagt? Ja, wir fragen mal nach, was ist jetzt genau auf Wort. Was haben Sie? Werden Sie den Bombenangriff stoppen? Achso. Laura, hören Sie auf diese Leute. Hören Sie auf Ihre Vernunft. Sie handeln irrational. Die Natur ist irrational. Rationalisierungen haben uns nichts gebracht. Es ist an der Zeit der Natur wieder die Kontrolle zu überlassen. Richtig. Richtig. Aber... Nicht jetzt und nicht so, oder? Außerdem, die Saurier, die erschaffen wurden, als Natur zu bezeichnen, weiß ich jetzt auch nicht. Laura, es gibt andere Möglichkeiten. Uns gegen unseren Willen hier festzuhalten, um die Dinosaurier zu retten, ist höchst unüberlegt. Ja, eben. Das einzig Natürliche hier im Spiel ist der Bizeps von Oskar. Ich weiß, was ich tue. Ich habe unmissverständlich gesagt, was passiert, wenn die Insel bedroht wird. Ich hatte Pläne, die von Ingen und der Regierung ignoriert und durchkreuzt wurden. Ja, weil sie dämlich waren. Also wenn... Ohne Scheiß ist es auch so ein Ding. Wenn jeder dir sagt, du bist blöd, dann solltest du vielleicht auch mal dran denken, dass du vielleicht ein bisschen doof bist. Das Saurier, der ins Festland paddelt, ist eine Sache. Aber sie sprechen davon, einen Spitzenpredator in über 70% des globalen Ökosystems zu lassen. Es ist nur einer. Wir können ihn wieder einfangen. Bevor er den letzten Bokobar frisst... Übertreiben Sie mal nicht. Gell, scheiß drauf. Lass ihn frei. Auf. Ich finde übrigens das Design hier, finde ich ultra geil. Ich finde diese Art von Mosasaurus sollten wir auch nochmal sehen in einem Film. Also ich habe euch angelogen, das Video heute geht 59 Minuten und 52 Sekunden, keine Stunde. Ich werde es aber jetzt langsamer hochladen. Achtung, gucken was jetzt passiert. Ich liebe es immer, wenn du so ganz lange Videos hochlädst und dann kommt auf einmal YouTube an und sagt, ah, Ueberrechtsverstoß. Was aber eigentlich jetzt hier nicht sein kann, aus Gründen. Der einzige Mensch, der keinen Urheberrechtsverstoß begegnen kann, ist Oskar. Spielst du Jurassic Park The Game? Jawohl! Der letzte Part jetzt hier. Das große Finale, könnte man sagen. Ich habe gerade wirklich angefangen zu schnaufen durchs Tastendrücken, gell. Ich muss unbedingt wieder Sport machen. Tut mir leid, Jerry. Aber um diese Insel und all ihre wissenschaftlichen Schätze zu schützen, muss ich etwas tun. Es ist noch nicht zu spät. Wir können es rückgängig machen. Nimm sie in den Schwitzkasten. Oh, da ist er. Die Schleusen sind geöffnet. Der Mosasaurus kann raus. Laura, Sie müssen... Nein, Jerry, das steht nicht zur Debatte. Ähm, der kommt auf uns zu, ne? Vorsicht! Ja, das ist ja unglücklich. Frau Dr. Sorkin, wenn ich jetzt was drücken kann, ich will einfach nur sagen, ich mache es nicht. Ah! Hat das noch sein müssen mit dem Knall, mit dem Hinterkopf gegen die Stange? Ich habe nicht dabei gedacht! Wer ist dafür, dass wir Laura hätten anzünden sollen? Alle mal Hand hoch. Weiß ja nicht, wie es mit Ihnen ist, aber ich bin hergekommen, um zu telefonieren. Hier spricht William Yoda. Kennung 4122. Verbinden Sie mich mit Haskell. Ey, Lauras Tod in dem Spiel ist der einzige Tod, den keinen interessiert gerade, gell? Es wird nicht mal drauf reagiert. Große Verluste auf der Insel. Team Alpha im Kampf getötet, bis auf mich. Team Bravo im Kampf getötet. Zwei Helikopter zerstört. Zwei Zivilverluste. Ich habe Zugang zu einem seetüchtigen Boot und evakuiere die letzten Überlebenden. Ja, Sir. Das Militär kann einschreiten. 90 Minuten. Verstanden, Sir. Achso, Jurassic World, die Game. Sorry, habe ich falsch gelesen. Ne. Ich habe das mal angefangen zu zocken, das ist dieses Handyspiel. Aber ich finde Jurassic World Live da meistens besser. Dann zocke ich dann lieber das. Weiß nicht. Jurassic Park, die Game ist geil. Ein Parkaufbauspiel, wo du auch kämpft kannst und so, ist super cool. Sollten sie übrigens auch umsetzen in Jurassic World Evolution 3, dass wir da auch mit Dinos selber kämpfen können. Aber, ähm, ich weiß nicht. Was? Sie kommen nicht mit. Sie erleiden einen tragischen Unfall, Jerry. Nima, wir haben alles, was wir brauchen. Wir bringen das allein zu Ende. Was? Ne, macht sie aber nicht. Weil Nima und ich, wir sind jetzt Freunde. Sie hat mir ihre Geschichte erzählt. Von ihrer Tochter, deren Namen ich vergessen habe, weil ich nur halbherzig zugehört habe. Na okay, die geht doch mit. Dann war es mir doch nicht so wichtig. Was soll nein bitte heißen? Wir hatten einen Deal schon vergessen. Unser Deal. Fall nicht vor, Jerry und Jess zu töten. Was ist los? Für dich immer noch Mr. Harding. Es tut mir leid, Jerry. Ich wurde hierher gesiegt, um die Dinosaurier-Embryos von Ingen zurückzuholen. Ich verstehe das nicht. Sie sind eine Industrie-Spione? Ja. Das wäre jetzt cool, wenn die noch für Biosyn arbeiten würde, gell? Ich habe ihm vertraut. Das ist nicht so, wie es aussieht. Joder hat die Dose genommen. Er will sie für sich. Ich versuche ihnen und Jess zu helfen. Was für eine Dose? Eine Dose Rasiersaum. Rasiersaum-Dose. Eben sollen die Embryos von der Insel gesmuggelt werden. Verdammt, Nima. Sie versauen es. Nein, sie tun es. Oskar hat ihnen vertraut. Vielleicht war er ein Teufel. Aber jeder konnte seine Beine... Stimmt, die Beine muss man immer noch vorher brechen. Das ist auch wichtig. Aber schön, dass du aufgepasst hast. Das finde ich super. Nein, das können sie nicht tun! Sind sie ihnen so egal? Und was ist mit Oskar und Dike? Oskar ist tot. Hast du nicht mitbekommen vielleicht. Aber Oskar ist tot. Und Dike nicht. Der lebt noch, aber... der ist halt immer noch da und leitet vor sich hin. Tun Sie das nicht! Schneide! Ich hätte sie... Ja, Billy. Die nächste Vorstellung ist in 45 Minuten. Wir müssen hier ganz schnell raus. Oh, Jerry, man. Echt jetzt? Oh, vergessen, was zu drücken. Es ist alles gerade sehr ungünstig, was hier passiert. Ich finde das nicht gut. Ich finde das alles nicht gut. Aus der Sicht des Wassers sehen wir das sogar. Guckt euch das mal an. Luzi, war es nicht indirekt? Bald kommt ein neuer Marble-Film. Das ist zwar ganz abweckt vom Thema jetzt, aber ich frage trotzdem mal nach, welche. Sind wir alle in Ordnung? Wir sind so gut wie tot. Was heißt Descrasiado? Was hat sie ihm beleidigt? Jemand wird. Jemand muss nach uns suchen. Wer, Jerry? Jodel hat uns hier zurückgelassen. Er wird mit dem Boot wegfahren und niemandem von uns erzählen. Vielleicht lässt er das Boot da. Er hat den Behälter. Er weiß, wo das Boot ist. Also, wir müssen eigentlich nur... Hat er nicht. Was? Tut mir leid. Ich wollte ja nicht mehr stehlen, aber... Okay. Diesmal verzeih ich dir noch. Jerry, Sensei! Na toll. Einfach toll. Warum überflutet es? Durch den Schaden an der Tür verlieren wir Luftdruck. Oh. Der ganze Raum wird sich bis ins Letzte mit Wasser füllen. Verdammt! Selbst wenn wir die Tür gegen den Druck öffnen könnten. Die Rotunde ist überflutet. Es gibt keinen Ausweg. Wartezeit. Ich erinnere mich. Vielleicht kommen wir raus, wenn wir schwimmen. Schwimmen? Ach so, für Bios denn arbeiten, meinst du ja? War kann sein, ey. Vielleicht. Das Rohr dort... Wir erfahren, glaube ich, auch nie mehr von ihr, ne? Anderen Ente sind Höhlen, die mit weiteren Höhlen verbunden sind, die zum Strand führen. Der Strand ist unsere Rettung für die Rasierzaumdose. Und Sie glauben, wir können die Luft so lange anhalten? Dad, sieh nur. Da unten sind Tauchausrüstungen. Wir haben doch gar keine Ahnung vom Tauchen. Ich schon. Was? Wir müssen den Moshe Saurier ablenken. Überlegen Sie sich, was dann... Wer von euch taucht? Professionell? Tauchen? Wer tut so, als wäre das so eine Wissen... Nicht bös gemeint, ne? Also Tauchen an sich, du musst verstehen, was da abgeht. Aber in so einer Situation... Was mache ich jetzt, um zu tauchen? Ich ziehe meine Flossen an, den Anzug, die Taucherbrille und die Sauerstoffflasche darf ich auf gar keinen Fall vergessen. Und dann raus da, oder nicht? Ich weiß, da gibt's Dinge zu beachten. Aber jetzt in der Situation, hier sollte man da vielleicht nicht so pienzig sein. Jerry. Eigentlich müssen wir sowieso jetzt nur Ellie Settler anrufen und einmal ins Telefon schreien am Fluss. Dann weiß sie, wo wir sind. Oh, bitte, was ist daran so schwer zu verstehen? Ich hab absolut keine Ahnung vom Tauchen. Dad, lass das Mischventil in Ruhe. Die sind alle voreingestellt. Seit wann weißt du so viel über's Tauchen? Weißt du noch, dass du mir Tauchstunden verboten hast? Hat deine Mutter das Verbot etwa aufgehoben? Ähm, naja, Steve hat mir heimlich Stunden bezahlt. Mams neuer Freund? Ja, aber wenn's dich tröstet... Buh, Steve. Alle mal Buh, Steve in den Chat. Steve ist ein Verräter. Ähm, ich kann nicht mal schwimmen. Dann wärst du hier wahrscheinlich aufgeschmissen. Es sei denn, du hältst dich an der Flosse vom, vom, äh, Mosasaurus fest. Dann könnte das klappen. Ein Drehbuch etwas überarbeiten und das wäre ein Hammerfilm. Ein super Kanal. Vielen Dank dafür. Schöne Grüße aus Tirol. Schöne Grüße zurück nach Tirol. Äh, das wär echt ein super geiler Film. Hundertprozentig. Warum auch nicht? Ich bin mal gespannt. Ey, ohne Scheiß. Ich glaube, dass die mit Jurassic Park Survival so ein bisschen in die Richtung gehen. Äh, vom groben Plot her, mein ich. So, was machen wir jetzt? Also. Taucheranzüge erklären. Wir Taucheranzüge. Das Wasser sollte warm sein. So tief und zu dieser Tageszeit? Wir würden uns total unterkühlen. Okay, bist du blöd? In Neopräen sieht jeder gut aus. Ich hatte keine Angst, mich zu genieren. Er geniert sich nicht. Oh Gott, er ist vornehm. Ich geniere mich jetzt auch nicht mehr. Genieren wir uns einfach mal nicht und gehen jetzt hier rein. Mit. Wie lange wird es wohl dauern, bis dieser Raum überflutet ist? Ich will es nicht rausfinden, Dad. Nee, geniert euch mal nicht so jetzt. Ähm. Haben wir nicht aber einen zu wenig da? Nee, ist ein doch. Nee, ist ein drei. Okay. Aber sind wir auch in Becken 4, ist die Frage. Ja, von dem bisschen wird er aber wohl kaum satt werden, ne? Okay, Honda-Fahrer muss mal für kleine Oscars, freut er in den Chat. Viel Erfolg. Er muss auf den hohen Druckausgleich achten, ruhige Atmung und Bewegung achten und das Wasser ist sehr kalt. Genau, okay, das Wasser ist sehr kalt. Ja, dafür haben wir ja die Anzüge an und das wirst du jetzt hier auch nicht mehr ändern können. Wir haben jetzt ja nicht die Option zu sagen, wir machen es nicht. Wir müssen jetzt da rein. Mit dem hohen Druck, ja, das wusste ich sogar auch, aber dumme Frage jetzt. Von jemandem, der wirklich bisher nur getaucht ist, keine Ahnung, wo er auch stehen konnte. Ähm. Ist das hier auch schon so in diesem Becken? Oder ist ein hoher Druck nicht erst ab einer wirklich tiefen Tiefe da? Weil wir sehen ja gleich, wenn die hier rausschwimmen, da oben ist schon, ne, Luft. Oder zählt das schon direkt? Druckausgleich ist hier kein Problem, weil in der Kuppel ja Überdruck ist. Nee, nee, wir reden von Wasser jetzt, also wenn die ins Wasser gehen. Wir müssen erst mal ganz kurz Jessica wieder Mut einreden. Nein, nein, schon okay, Schatz. Kein Teenager sollte so etwas durchmachen. Aber wir sind schon so weit gekommen. Und du warst unglaublich mutig. Du kannst das. Ich bin die ganze Zeit bei dir. Ich glaube, in dem Szenario können alle drei sogar gefressen werden. Und ich wette mit euch, ich schaff's, dass jeder von denen einmal drauf geht. Und du trafst nicht mehr, dass du dauernd weggehst. Beseitens kommen keine Pfeildrück. Akkrobation. Ich bin die Zeit über bei dir. Was ist das Taucherzeichen für okay? Dasselbe wie überall anders auch. Na gut. Ich verspreche dir, das Zeichen immer zu machen, wenn du... Richtiger Moment, um klug zu scheißen. Richtiger Moment, perfekt. Du musst keine Angst haben. Es ist, also... Sogar wenn's schief gehen sollte, dann entweder ertrinkst du auf qualvolle Art oder du wirst zerrissen. Wenn's ganz blöd läuft, krieg dir nur dein Bein und du lebst dann noch fünf Minuten weiter mit nur einem Bein, während du den Schmerz spürst, während sich deine Lungen langsam mit Wasser füllen. Oder wir schaffen's. Ich auch, ja. Nein. So viel Angst wie damals, als du zufällig in Onkel Wallace Zimmer gelaufen bist, als er seine Nase gewaschen hat? Das war so eklig. Ich wusste ja nicht, dass das eine Prothese ist. Okay, Jess, bist du bereit? Ja, legen wir los. Also, wie funktionieren diese Dinger? Also, das sind Atemgeräte mit geschlossenem Kreislauf. Sie sehen maßangefertigt aus. Naja, zehn Meter Tiefe sind ungefähr zwei Bar Druck. Okay, krass. Dann ist es wohl doch wichtig, ja. Ey, wie gesagt, ich hab keine Ahnung davon. Ich wollte immer mal mit so einer schönen Sauerstoffflasche auch tauchen. Mir wird aber gesagt, das soll man wohl mit Asthma nicht machen. Was ich nachvollziehen kann. Deswegen, wenn ich mal tauche, dann meistens so mit Sonnenbrille, wollte ich gerade sagen. Mit Schnorchel und mit Taucherbrille meine ich natürlich. Also, wir brauchen das auf jeden Fall. Der ist in die Maske eingebaut und hilft dir beim Atmen. Kämpf nicht dagegen an und halt nie die Luft an. Nie die Luft anhalten, okay. Was ist denn hier los? Das fragen wir uns alle gerade. Wir versuchen herauszufinden, wie wir tauchen und wie wir Druck ausgleichen. Das versuchen wir gerade herauszufinden. Reicht das auch? Um nicht drauf zu gehen, ja. Aber wenn du ein Luftig ausatmest, wird aufbereitet. So hält es ca. 45 Minuten. Bleib ruhig, sonst verbrauchst du mehr Luft und beschädigst vielleicht sogar die CO2-Filter. Klingt nicht gut. Kohlendioxidvergiftungen sind übel. Das ist alles. Der Anzug funktioniert quasi automatisch. Er gibt dir Auftrieb und kontrolliert den Sauerstoff. Oh, und versuch unauffällig zu schwimmen. Guck mal, das weiß ich alles auch gar nicht, dass diese Anzüge dir auch noch Auftrieb geben. Und Mosasaurier? Die wahrscheinlich auch. Dreh dich um. Was ist hier die Mission, bin erst neu. Das hier ist Jurassic Park The Game, ein Spiel aus dem Jurassic Park Universum, das nicht offiziell Kanon ist, aber eine geile Story hat. Und unser Ziel ist jetzt, hier rauszukommen, während draußen ein Wassersaurier herumschwimmt. Und wer jetzt reinschreibt, dass es uns genau gewinnt kann, Dino Daurier, der lässt sich auch von Oskar in den Arm nehmen. Und in den Schlaf biegen. Okay, die Stille ist jetzt seltsam, weil die Musik nicht an ist, aber ich finde, das passt gerade saugeil zu der Atmosphäre hier. Mehr Spiele ohne Ton, äh, ohne Musik. Wir hätten vielleicht nicht rausschwimmen sollen, wenn die Fischköder direkt hinter uns sind. Wir hätten noch warten sollen, bin ich der Meinung. In Real Life kontrolliert man den Auftritt seltsam. Okay, okay. Ja, gut. Aber gibt's vielleicht doch einfach so Anzüge, die das können? Weil für mich macht's Sinn in meinem Nichtswissens im Kopf gerade. Du bist so blöd, du bist so dämlich. Nie mal wieder, gell? Ja, natürlich. Ah, wieso musst du auch da durchschwimmen? Schwimm doch einfach drüber. Das ist... Oh nein, oh nein, oh nein, die geht drauf. Oh, das war knapp. Das war jetzt sehr knapp. Er hat uns gefunden. Ja, er hat uns definitiv gefunden. Auf geht's, ab geht's, Nima. Ja, Vollgas. Mhm. Nicht sowas mit Pfeilen. Macht das bitte nicht. War von euch schon mal jemand mit Haien tauchen gewesen? In so einem Käfig. Soll ja auch sehr interessant sein, ne? Er holt aus. Ey, der nimmt Anlauf. Halt dich irgendwo fest. Halt dich irgendwo fest. Halt dich irgendwo fest. Der grinst auch noch. Guck mal an. Oh, bin tot. Hat sie wirklich gekillt? Ja, das Meer finde ich auch krass. Durch diese... Ja, also ich... Ich habe jetzt irgendwie keine Phobie. Wie heißt das denn? Da gibt es so Namen dafür. Das habe ich jetzt nicht, aber ich finde das Meer auch unheimlich. in bestimmten Dingen zumindest. Ich habe es echt gedrückt. Ich war einfach nur zu langsam. Ich schwöre es euch. Talasophobie. Talasophobie. Talasophobie, okay. Konzentration. Es ist, wie gesagt, der Befehl von Auge zu Gehirn ist einfach bei mir viel zu lang. Auf geht's. Oh, 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 oh. Okay, das müsste jetzt aber auch schon mit dem Druck eigentlich ein Problem werden, oder? Wie ist das? Wenn du auf so einer Höhe dann so runtersegelst und nichts dagegen machen kannst, ist das eher auch scheiße. Oh Gott, ist das viel groß. Wir müssen hier weg. Ich hau mal ab von dem. Weil ich habe das Gefühl, der hat nichts Gutes vor. Oh, der hat nichts Gutes vor. Er ist aber auch nicht der Hellste, ne? Das ist auch ganz gut. Der ist nicht ganz so schlau. Wie kann Othosaurus-Dings bis eben gewesen? Ui. Er hat uns wiedergefunden. Er muss erst weggucken, oder was, ne? Jetzt. Schnell, 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 schnell! Ach, was? Okay, Moment. Jetzt! Ja, okay. Alles noch unter Kontrolle? Alles? Ah, okay. Verloren. Ja, egal. Wir müssen jetzt ganz schnell hier weg. Und jetzt kommen bitte nicht wieder irgendwelche Pfeiltasten-Kombinationen. Bitte, ich hasse es. Ey, wieso nach oben? Wieso hätte ich nach oben schießen müssen? Finden wir es raus. Okay, ich hasse es nicht. Okay, Moment. Wir schießen einfach mal nur nach oben. Ah, okay. Verstehe. Das ist aber auch gemein, oder? Das ist aber auch gemein, oder? Das ist echt gemein gewesen. Und ich werde es nächstes Jahr wieder vergessen haben. Ich werde es nächstes Jahr... Nächstes Jahr mache ich dieselben Fehler wie dieses Jahr. Wie ihr unschwer bist. Ich verbessere mich da nicht. Okay. Okay. Aber krass, ich dachte, das geht auch länger mit dem Mosasaurus. Ich dachte, da passiert jetzt noch ein bisschen mehr. Ja, aber es trotzdem ist eine saugeile Szene. So was im Film. Bitte mehr davon. Da fällt dann das Gitter runter. Ja, 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 ja. Habe ich auch gerade gemerkt. Ich dachte halt, nur keine Ahnung. Nur die erste... Der erste Reflex ist halt, ich schieße dem Vieh ins Gesicht mit der Harpune in der Hoffnung, dass er irgendwie ausweicht oder sowas. Aber nee. Das Tor musste runtergelassen werden. Da, beim Leuchtturm. Ja, das muss es sein. Nach links, dann nach oben. Nee, nee. Du hast nur nach oben schießen müssen. Also beides ging nicht. Das war ja das Fiese an dem Moment eben. Weil sie haben die erst nur geradeaus angezeigt und danach erst nach oben. Och, Billy, Mann. Sieh an, sieh an. Das Glück ist mit den Tapferen. Hey, Dad! Und ich dachte, ich sei auf alles vorbereitet. Hab aber nicht mit unserer kleinen Diebin hier gerechnet. Nicht schlecht, Jess. Nicht schlecht. Und ich... Nicht schlecht. Das war mir sicher, dass ich mein Ziel von dieser Insel auf dem Meeresboden beerdigt hatte. Aber siehe da. Ihr schlüpfrigen Scheißkerle habt überlebt. Jetzt genier dich mal nicht so. Halt, 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 halt. Seid ihr... Seid ihr da unten rausgeschwommen? Sie, Mistkerl. Was werden Ihre Bosse denken, wenn sie erfahren, dass sie uns ermorden wollten? Aber davon werden sie nichts erfahren. So oder so werdet ihr ihnen davon nichts erzählen. Ich weiß einfach nicht, wie wir an diesen Punkt gelangt sind, Nima. Du warst die Letzte, von der ich dachte, ich könnte ihr noch vertrauen. Du hast es ja zunächst nicht eingesehen. Aber wir hatten dann doch einen, wir beide Seiten, vorteilhaften Deal. Aber jetzt habe ich nicht mal mehr den. Alles, was mir bleibt, ist dieser verdammte Behälter. Nein, mein Freund. Oh, sie macht's wirklich. Guck mal, Gedankenübertragung. Das ist direkt übermittelt worden. Das Game kann man recht leicht auf Gold zocken, weil du kannst jede Episode direkt wiederholen. Und dann musst du dir einfach nur merken, was du wann drücken musst. Und dann geht das eigentlich relativ simpel. Wir können das auch gerne mal versuchen, alles auf Gold zu zocken. Ob das so Spaß macht, weiß ich halt nicht im Stream. Genug geredet, wir boxen uns jetzt. Ist los jetzt damit, es reißt. Das sagt Captain America immer. Okay, weiter geht's. Ich sehe die Pfeile nicht. Ich habe die Pfeile nicht gesehen. Mhm. Das ist hier ein Kampf ums Überleben. Das ist kein fairer Kampf. Also tritt ihm in die Eier, Mann. In die Eier treten. Wirklich. Nie mehr. Ich habe mich verdrückt. Ist sie tot? Ne, sie ist noch nicht tot. Okay, eine Chance habe ich noch. Danach stirbt sie, glaube ich. Oh ja. Okay. Der Bildschirm ist zu groß und ich bin viel zu nah dran, um zu sehen, was ich drücken muss. Konzentration. Gehen den Zaun, gegen den Zaun, nie mehr. Achso, der ist ja aus, gell? Scheiße. Ne, er ist nicht mehr aus. Der müsste wieder an sein, ne? Gehen den Zaun. 10.000 Volt in die Birne. Der dürfte eigentlich sowas von nicht mehr aufstehen. Der Einzige, der sowas überlebt, wäre Oskar. Weil Oskar leckt regelmäßig mit der Zunge an 10.000 Volt Zäunen. Einfach nur so für den Kick. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das dauert viel zu lange. Fingerkrampf. Dankeschön. Ja, das war schön. Das hier ist Zaun, sehr gut. Warum schreit der so, wenn er auf mich zurennt? Oh, das... Na, das hier kann man nicht schaffen, ne? Das ist so ein Ding. Warum plötzlich so großzügig? Oder geht es am Schluss, dieses... Ich glaube, das geht nicht, ne? Das soll man nicht schaffen. Willst du die Heldin spielen? Jess... Du willst unseren Deal brechen. Spürst du das? Oh mein Gott! Schluss damit! Du suchst dir neue Freunde! Yoda! Und prima, ich mag es nicht, wenn... Das ist so geil, dass die einfach alle komplett stillbleiben. Das ist so gut. Aber er müsste sie trotzdem eigentlich riechen, ne? So in Jurassic Park 1 konnte er Alan Grant ja nun nicht riechen, weil es halt geregnet hat. Jetzt regnet es ja nicht. Dann müsste Rexy eigentlich den Geruch aufnehmen können. So blöd kannst du mir... Oh, Billy, du bist so dumm wie ein Böhner stinkt, man. Oh, jetzt wird's krass. Jetzt sterbe ich wieder ganz oft. Und jetzt kommen ganz viele von diesen scheiß Pfeil-Drück-Dingern. Diese Kombinationen da. Ich hasse das, wie die Pesten. Ja, das ist das. Lange! Geh mal weiter! Hey, auf den Weg! Na komm schon! Hol mich da! Los! Lauf zum Boot! Ach so, wir wollen uns übrigens jetzt auch für das asoziale Ende entscheiden. Ich weiß nicht, ob ich's hinkrieg' oder ob ich da jetzt irgendwas schnell drücken muss. Wenn ich Zeit hab, mich zu entscheiden, nehmen wir das asoziale Ende auf jeden Fall. Prima! Wir holen Jess, oder? Ich hab dich! Oder hätten wir jetzt das asoziale Ende... Ja, oh, Entschuldigung. Das machen wir gleich nochmal. Mit dem Asi-Ende. Das war jetzt hier... Eigentlich die richtige Variante, die wir hätten auswählen müssen. Wir machen das gleich nochmal. Damit ihr beide Enden sehen könnt, ne? Ich dachte, da wäre die Entscheidung eine andere. Ich dachte, da geht's um Nima oder die Spraydose. Aber die Entscheidung war einfach wirklich Jess oder die Spraydose, was noch viel krasser ist. Das wäre nämlich eine endgültige Entscheidung gewesen. Ähm... Okay, was muss ich tun? Na! Hä? Oh, oh, nein. Ich hab... Ich hab... den Wurstfingern auf die falsche Seite gedrückt. Aber ich bin noch im Spiel. Ich bin noch im Arsch. Scheiße. Ich hätt's fast noch geschafft. Ich hätt's fast noch geschafft. Okay, kriegst du hin, Jerry. Kriegst du jetzt auf jeden Fall hin. Geh nach rechts, mein Freund. Hier oben rechts. Hier oben rechts. Aber auch eine ganz unbequeme Situation, um so gefressen zu werden, gell? Was ist denn grad los mit der... mit der Dings hier? Mit dem... Mit dem Spiel? Warum springt denn das alles wieder raus? Oh, schneller! Schnell! Uh! Mhm. Ist jetzt eher ungünstig, ne? Alles, was hier gerade passiert, ist jetzt eher so kontraproduktiv. Jerry! Oh, tschüss! Aber das war schnell wenigstens. Da könnt ihr jetzt nix sagen. Das war wenigstens sehr, sehr schnell. Oh, die fehlen mich ab. T-Rex! Ja. Guck, guck! Und das tötet ihn natürlich aber nicht, ne? Das ist natürlich... Alles hier noch im Rahmen für Jerry. Lauf um dein Leben. Und tschüss! Und tschüss! Aber Guck, er kann auch vor dem T-Rex wegrennen, genauso wie Claire. Das war jetzt auf jeden Fall das Ende, in dem wir Jess retten und die Rasiershaumdose verlieren. Wir machen aber jetzt nochmal dieselbe Szene, in der wir, ähm, die Dose retten. Nicht ich, Jerry. Nicht meine Tochter. Leute! Nima! Ich habe etwas versprochen. Ich werde mir was einfallen lassen. Kommen Sie mit uns nach Dallas. Wir werden einen Weg finden, Sie und Marikita nach Serena zu fahren. Leute! Wie viel, sagten Sie, sind diese Embryos wert? Oh, die Musik übrigens, scheiße. Ich muss ganz kurz drüber reden, weil sonst, wenn die Musik jetzt hier durchläuft, ähm, gibt es wieder einen schönen Copyright-Claim. Das wollen wir natürlich verhindern. Ich salottiere auch noch. Okay. Dann gucken wir uns jetzt aber noch zum Abschluss an, was passiert wäre, wenn, ähm, wenn Nima Jess nicht gerettet hätte. Was wäre dann passiert? Und jetzt haben wir hier wirklich ein Ende, wo ich ganz klar sagen muss, das haben wir noch nicht gemacht. Ich weiß nicht genau, ob Jess da wirklich drauf geht. Ich bin mir echt nicht sicher, aber wir haben bisher jedes Mal, wenn wir das Game hier gezockt haben, haben wir Jess gerettet. Schönen Sonntag, ja, wünsche ich dir auch. Schönen Sonntag. Ähm, nur dass das eine Ende eben das wäre, was wir eben gerade gemacht haben und das andere wäre, wenn wir Jess sterben lassen. Oder nicht retten zumindest. Ob sie wirklich stirbt, weiß ich nicht. Deswegen gucken wir da gerade mal kurz rein. Ich will das nur mal wissen. Oder wir schauen uns einfach so mal kurz an. Komm. Ich suche das gerade mal und dann gucken wir uns da noch mal kurz an, ob das wirklich so ist, wie ich behaupte. Jurassic Park The Game Alternatives Ende. Das ist das Bad Ending, das wir hier haben. Da zockt sich jemand auf der Xbox. Wer zockt denn so ein Spieler auf der Xbox, ey? Ja. Ähm, dann würde ich sagen, gucken wir uns das Bad Ending tatsächlich noch mal an. Haben wir hier auch irgendwo eine schöne Auflösung. Nehmen wir doch mal das Video hier. Nochmal sechs Minuten. Jurassic Park The Game Extra. Das hier ist das Ende, wenn wir, ähm, wenn wir die Rasiersaumdose gerettet hätten. Auch mal wieder, die englischen Stimmen viel geiler als im Deutschen, merke ich gerade. Ja, die Abkürzung ist aber Jazz, das sagen sie doch selber im Spiel. Ich hätte, oder ich mach's für, für nächstes Jahr hole ich mir das Game auch mal für die PS3. Ich glaube, mit Controller bin ich da wesentlich besser. Vielleicht auch nicht, vielleicht nicht genauso schlecht, aber Controller raffe ich schneller. Da kann ich blind drauf zugreifen. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Ja, der Typ hier ist der Tierarzt aus dem ersten Film. Das hier ist Jerry Harding. Das ist dieselbe Person. Das Game ist halt nicht Kanon. Das ist weder zum Film noch zum Buch Kanon. Das ist was Eigenständiges. Aber das hier soll Jerry Harding sein, der beim Triceratops sitzt am Anfang von Jurassic Park 1. Achtung, jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Oh, Evo, was machst du? Ah, ich wette, Nima stirbt jetzt, oder? Ja. Okay, das ist die Rache dafür, dass sie die Scheiße entschieden hat. Okay, verdient oder nicht verdient, Schott? Für die Entscheidung hat sie es verdient oder nicht verdient. Was sagt ihr? Okay, jetzt bekommen wir also eine relativ ähnliche Szene. Sie schafft sich nochmal nach oben zu ziehen. Ach so, er hat Jeff verstanden. Nee, nee, Jess. Vielleicht nüffel ich ein bisschen. Nee, Jess. 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 Sehr gut. Na gut, sie hätte höchstens runterrennen können an die Rassiershaumdose, hätte sie nehmen können, hätte dann irgendwie zu Jess schreien können, springen, hätte so die Arme auch gehalten, dann wäre die runtergesprungen. Hätte sie Jess gerettet und hätte die Rassiershaumdose auch gehabt. Den Rest kennen wir ja eigentlich nicht, weil der Rest ist ja trotzdem anders jetzt, also Moment, das Ende muss zumindest anders sein, weil zum Schluss der Dialog muss zumindest anders sein, weil sie ist jetzt ja nicht mehr dabei. Die Nima ist jetzt ja weg vom Fenster. Nein, keine Musik jetzt im Hintergrund abspielen, bitte. Lass das, Moment. So. Ich muss ja hören, was sie sagen, ich will einfach... Okay. Ja, ich glaube. Was jetzt, Dad? Ich glaube, du bist irgendwie aus dem Job. Das ist alles klar, ich verrufe. Ich habe mehr Dinosaurier für mich. Ich werde versuchen, meinen alten Job zurück zu Dallas zu bekommen. Die Elefanten sind ein bisschen mehr mein Spiegel-Tangwein. Willst du zurück in Dallas? Warum nicht? Ich glaube, das ist eine gute Idee? Wenn du wirklich... Okay, dann. Dallas ist es. Aber erst... Karma war das, meinst du? Ja. Ich finde, das hier ist ein interessantes Ende. Aber ich finde, das... Das gute Ende, das fühlt sich irgendwie ein bisschen runder an, oder? Ich meine, man könnte sagen, okay, was ein blöder Zufall, dass jetzt auf einmal dann Nima, äh... Äh, Jess... ...dann da auf einmal Geld findet im... ...auf dem Schiff oder auf dem Boot. Das ist auch so ein komischer Zufall irgendwie, aber... Ja. Ich mag das, äh, das Hauptende irgendwie mehr. Das war auf jeden Fall jetzt Jurassic Park The Game. Ist relativ knackig eigentlich durchzuzocken, ne? Wir haben jetzt, glaube ich, drei Streams. Ne, vier Streams haben wir jetzt gehabt. Jeweils zwei Stunden. Ist also eine ganz coole Spielzeit. Das sind so Games, sowas zocke ich halt gerne. Ähm... Von der Spielzeit her gefällt mir das einfach sehr gut. Wenn ihr wollt, kann ich auch mal in Zukunft Videos zu dem Game machen. Ich selbst vergesse ja die Story jedes Jahr aufs Neue. Ich bin jedes Jahr aufs Neue von bestimmten Dingen überrascht. Ich vergesse jedes Mal, was Laura Sorkin eigentlich vorhat. Oder Ähnliches. Ähm, dass wir auch hier einfach mal über so ein paar Sachen reden können. Ich kann gerne mal eine Zusammenfassung machen vom Game. Mal die Story so ein bisschen erläutern. Wir können auch gerne mal darüber sprechen, was wäre, wenn... Wo wir jetzt gerade eh bei dem ganzen Remake-Thema sind. Was, wenn es davon einen Film geben würde? Wer wird die Hauptrollen spielen? Was müsste der Film irgendwie beachten? Um auch dann in die Lore reinzupassen. Das kann man alles gerne mal machen. Und, ähm... Dass man das Spiel einfach nochmal so ein bisschen aufgreift. Gut. Ansonsten, ihr Lieben. Das Video für heute ist hochgeladen. Und es hat Gott sei Dank alles geklappt. Es wurden keine Probleme gefunden. Laufzeit ist 59 Minuten und 52 Sekunden. Thema Harry Kane Clarissa. Wie würde ein Film aussehen? Das Ganze reiht sich quasi in meine Remake-Reihe ein. Das werde ich jetzt noch fertig machen. Und ich denke mal, ich mache dann eine Premiere für heute Abend gegen 18 Uhr. Das müsste dann so passen. Ja, gut. In diesem Sinne, ihr Lieben. Euch noch einen schönen Sonntag. Danke für die Anwesenheit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann zum nächsten Stream wieder. Wir machen nämlich danach mit Jurassic Park Trespasser weiter. Und ich denke mal, das geht einfach dann auch schon nächste Woche los. Ähm... Morgen dann noch nicht direkt, aber dann irgendwann Mitte der Woche fangen wir auf jeden Fall an mit Jurassic Park Trespasser. Ich bin sehr gespannt auf das Game, weil ich kenne es nämlich noch nicht. Aber die Story soll wohl sehr gut sein. Ich bin sehr gespannt auf das Game.